Ich habe geschafft Haus gekauft hier, aber wenn ich das Haus nicht gekauft hätte, hätte ich nie in Deutschland bleiben, weil Deutschland ist nicht die Wahrheit. Du bist seit 2017 hier, aber du kannst dich nicht artikulieren, man kann dich nicht verstehen, du redest wirklich nur Bullshit, also ich verstehe gar nichts bisher, sorry, I'm sorry. Aber guck mal Flex, er sagt Deutschland ist nicht das wahre Land. Ja, die Wahrheit versteht niemand. Aber warum bist du das hier? Wahrheit versteht ihr nicht, weil ihr den falschen Weg findet. Okay, lass uns aber mal bitte ehrlich sein, also von meiner Sicht aus, ich habe dir ja gesagt, guck mal, wenn dir dieser Stream nicht passt, und ich sage das jetzt öffentlich vor 350 Leuten, nochmal, wenn dir dieser Stream nicht passt, du musst einfach eine Sache tun, Flex, blockieren, rausgehen, fertig, du siehst meinen Stream nie wieder, das passt. Und wenn die Leute, Kollege, wenn du deine Religion draußen ausübst, dann kannst du mit dem One-Way-Ticket Deutschland verlassen und auf Nimmerwiedersehen. Hier ist Deutschland, hier ist ein christlich geprägtes Land, du hast hier nichts zu melden mit deinen Vorstellungen. Ja, dann fange ich an, auch eure Religion beleidigen, das ist einfach für mich auch. Das interessiert uns nicht, kein Problem, aber du hast hier nichts zu suchen in diesem Land mit deinem hintergebliebenen Gedanke. Verstehst du, Freund? Du hast hier nichts zu suchen. Und das finde ich gar nicht, er liest einfach vor aus den Büchern. Er zeigt uns das ja, da steht es ja schwarz auf weiß. Wir haben alles schon... Wie sieht das nicht aus? Genau, wir haben die Fakten auf dem Tisch liegen, Junge. Also du kannst hier nicht... Ja klar, Bombardier, Krankenhäuser, die haben alles. Bleib mal sachlich. Sie haben zum Beispiel Kinder töten. Sie haben zum Beispiel auch in Afrika alles Bodenschätze geklaut. Guck mal, wie viele Menschen sterben auf dieser Erde. Sie haben zum Beispiel alles von Afghanistan, Syrien, Bodenschätze, Gas daraus zu holen. Kannst du mal Luft holen? Ja, ja. Uns geht es hervorragend, ich kann mich nicht beklagen, ne? Ja, ich wollte dir nur sagen, was ist los mit dem Islam und unserer Religion. Du beleidigst immer unsere Religion, aber niemand zum Beispiel aus Araber oder islamischen Leute beleidigt, die Christentum oder so. Okay, darf ich dir was sagen? Ja, darfst du, natürlich. Okay, danke schön, danke schön. Du bist hier hochgekommen. Ich habe dich begrüßt, ich respektiere dich, aber was ich mache, guck mal, was ich mache, ich erkläre es dir noch einmal. Was ich mache, ist deine Aufklärung. So, und wenn ich etwas aus deinem Buch zitiere, ist das dann eine Hetze? Sag du es mir. Ja, was denn jetzt? Und Bruder, oh. Warte, noch mal, noch mal, noch mal. Wenn ich jetzt aus deinem Buch zitiere, ist das dann eine Hetze? Nein. Aha, siehst du? Also warum sagst du Hetze? Warum sagst du, warum redest du über Islam? Guck mal, Basim, eine Sache musst du verstehen. Okay, ich werde dir das einmal sagen und das ist dann dir überlassen. Okay? Du kannst diesen Stream blockieren. Entweder du kommst hier rein, du hörst zu und schlägst die Quellen selber auf. Bei allem Respekt quasi. Bei allem Respekt. Du nimmst dein Buch und schlägst die Quellen selber auf. Du nimmst die von Bukhari oder Imam Moslem oder Imam Abu Dawood und schlägst die Quellen selber auf und schaust selber auf. Aber Bruder, aber Bruder. Warte, 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 warte. Ich bin zufrieden auf bei meiner Religion. Aber die machen Schwitner, Bruder. Das wichern die Islam und die Christentum und Juden auf. Basim, Basim, du hast mir nicht zugehört. Bitte, bitte, verstehe, was ich dir sagen möchte. Ganz kurz, Basim. Ich hab nicht zugehört, dann denn. Wenn dir, guck mal, nochmal, ich fang nochmal von vorne an, Basim. Wenn dir dieser Stream nicht gefällt, du hast eine Möglichkeit. Entweder aus dem Stream rausgehen, direkt den Flex blockieren und dann siehst du diesen Stream nie wieder. Oder deine Möglichkeit ist, du kommst hier rein, hörst es dir an und schaust selber nach der Quelle. Das ist die Möglichkeit, die du hast. Aber wenn du hier reinkommst und gleich anfängst anzugreifen, obwohl du die Quelle kein einziges Mal kennst, dann hast du ein Problem mit dir selber, aber nicht mit mir. Du hast ein Problem mit dir. Nein, nein, ich hab kein Problem mit dir. Ich sag, guck mal, wenn ich jetzt, wenn ich in die muslimischen Streams gehe, Basim, guck mal, guck mal, guck mal, Basim, 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 wenn ich in muslimische Streams gehe und ich sehe, wie sie schlecht über die Bibel sprechen, weißt du, was ich mache? Ich drücke ganz normal auf den Button, blockieren, also sperren und sehe diesen Stream nie wieder. Weißt du warum? Weil diese Person, weil diese Person hör zu, hör zu, Basim, Basim, Basim. Wie du willst, kannst du sagen. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, Leute, 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 also, äh... Okay, ich würde sagen noch, Bruder, ich verlange deinen Stream, aber kannst du, wie du willst, sagen, über deine Religion, aber lass die andere Religion in die andere Seite. Ist einfach von dich... Aber, 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 aber warte mal, Basim, wer bist du, dass du mir hier in Deutschland sagst, über was ich reden soll und was nicht? Ja, aber du, du behalst die Religion von anderen Leuten. Du behalst unsere Religion. Nein, du hast mich aber nicht verstanden, worauf ich hinaus möchte. Ähm, meine Frage ist, ähm, wer bist du, dass du mir hier in Deutschland sagst, über was ich reden soll und was nicht? Ich bin wie du einfach Mensch. Aha, aber... Das ist so, was du willst reden, aber nicht über unsere Religion. Das ist beleidigt zu uns. Du beleidigst jetzt zu viele muslimische Leute. Und das ist... Beleidigend ist von Menschen. Aber warte mal, aber warte mal, weißt du, weißt du, weißt du überhaupt was, ähm, weißt du überhaupt was, ähm, beleidigend ist? Beleidigend ist, wenn ich sage, der Islam ist das, der Islam ist dies, das mache ich doch gar nicht. Ich zitiere ganz normal aus deinem Buch. Du hast unseren Gott beleidigt. Weißt du, diese Gef... Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Siehe nicht oft. Du hast unseren Gott beleidigt. Du hast unseren Propheten, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, beleidigt. Du hast alles getan. Aber ich habe, ich habe dich nicht beleidigt. Ich habe dich nicht beleidigt. Okay, eine Frage. Jesus Christ, die Wahrheit tut weh. Die Wahrheit, wenn weh tut, fühlt sich so an. Ja, richtig. Die Wahrheit tut weh. Wenn Jesus weh tut, dann fühlt sich so an. Die Wahrheit tut weh. Wahrheit tut weh. Okay. Aber, Vasim, Vasim, dann frage ich dich mal eine Sache. Vasim, 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 hör mir mal bitte ganz kurz zu. Hör mir mal bitte ganz kurz zu. Und das meine ich todernst. Also, wenn das für dich ja hier in Deutschland ein Problem ist, dass wir hier Meinungen über gewisse Dinge sprechen, ja. Du bist doch in einem Kuffar-Land, ja. Dieses Land ist ein Kuffar eigentlich für dich, ja. Wir sind alle Kuffars. Wir Christen sind hier in Deutschland alle Kuffars. Dann frage ich mich eigentlich, dann frage ich mich eigentlich, dein Weihnachtsgeld, dein Weihnachtsgeld, was du bekommen hast, ist ein Kuffar-Geld. Warum nimmst du das an? Ich hab, ich hab das nicht gesagt. Dein Weihnachtsgeld, das du bekommen hast, ist Kuffar-Geld. Warum nimmst du das an? Gib mir das Geld. Dann gib mir doch das Geld. Das ist Kuffar-Geld. In Deutschland, warte kurz. In Deutschland gibt es Muslime, gibt es Juden, gibt es Unglaubige, gibt es auch Christentum. Du hast das gesagt. Ich hab das nicht gesagt. Alles zusammenbleiben wir in Deutschland und alles in Frieden. Du lebst in Deutschland, du lebst in Deutschland und du kriegst Weihnachtsgeld. Weihnachtsgeld ist Kuffar. Du bist in einem Kuffar-Land und nimmst noch Kuffar-Geld an. Warum? Was meinst du, ich nehme das Geld von was du gesagt hast? Was meinst du? Du verstehst mich sehr gut. Wasim, alles gut. Wasim, alles gut. Wasim, alles gut, Wasim. Alles gut, Wasim. Alles gut, Wasim. Ich küsse dein Herz, Wasim. Du musst diese Punkte verstehen. Da gibt es zu viele Leute hier, haben Arbeit, haben, studieren. Sie zahlen nicht. Ja, Wasim, alles gut, Wasim. Ich küsse dein Herz. Alles gut. Ich will keine weiteren Geschichten hören. Alles gut. Ich küsse dein Herz, Wasim. Wirklich. Bei allem Respekt, ich küsse dein Herz. Aber ganz ehrlich, nein. Das gebe ich mir nicht. So. Jetzt. Ich möchte kurz mal was abspielen wegen dem ganzen Thema mit der Sklaverei und so. Aber es geht hier nur um die schwarze Farbe. Du weißt, was ich meine. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Aber was ich gesagt habe, war was ganz Normales. So dunkel im Gesicht. So schwarz im Gesicht. Und Subhanallah, diese Schwärze hat ihn, hat ihn unattraktiv gemacht. Hat unseren Blick von ihm abwenden lassen mit Ekel. Oh. Diese Schwärze im Gesicht. Wiederhole das nochmal. Die Stimme kommt mir irgendwo bekannt. Ja, ja. Wiederhole das ganz normal. Ey, ey, ist sehr bekannt. Ich habe dir das auch geschickt. Ja, ja, warte. Warte. Zeig mir bitte. Ja. Okay, ich kann es ja nicht zeigen, weil wir werden gesperrt, ne, wenn wir Video zeigen. Nein, nein, nicht zeigen, ich will es nur hören, ich will es nur hören. Es gab eine Person, er war so dunkel im Gesicht, so schwarz im Gesicht. Und diese Schmerze hat ihn, hat ihn unattraktiv gemacht, hat unseren Blick von ihm abwenden lassen. Mach mal, stopp, mach mal, stopp, mach mal, stopp. Jetzt, habt ihr gehört, Leute, und ich weiß sogar, wer das ist. Ja. Habt ihr gehört, Leute? Und dann sagen die, wir sind aber friedlich, wir lieben schwarze. Ja, es geht nur um die schwarze Farbe. Natürlich liebt ihr schwarzen, natürlich, na klar, na klar. Meine armen schwarzen Brüder, ich hoffe, ihr verlässt den Islam, ich hoffe. Ich hoffe auch, ich hoffe. Ein, dass du dich, als ich dir erzählt habe, wie wir damals gedacht haben, du weißt, ein, dass du dich noch, wo ich im Islam war und die Familie so gedacht hat, wir haben es nicht mit der Suche ausgelegt, aber für uns war das ganz normal, dass, ne? Schwarz, ich will das nicht wiederholen. Weißt du, was ich meine? Dass diese Menschen einfach so andere Klasse sind. Verstehst du was ich meine? Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Das war bei uns einfach normal, sag ich mal. Und vor allem, vor allem sogar das, was du gezeigt hast, ja, dieses Video, was du abgespielt hast, sogar das werden die sagen, sogar das werden die sagen, das ist gelogen, das stimmt nicht. Du kannst sie, du kannst sie beweise zeigen, die sagen, nein, du lügst, das stimmt nicht, das Video ist gefakt. Weißt du, was auch ein Problem, was ich ein Problem sehe, abseits vom Glauben herrscht bei den Schwarzen kein Zusammenhalt. Guck mal, bei uns Albanern, da muss man sagen, okay, wir sind oft, was diesen Islam angeht, da wirklich glauben, sind wir total so in Kampfmodus sogar. Aber wenn es drauf ankommt, irgendwie, ich weiß nicht warum, versammeln sich alle Albaner und uns können keine Clans auch was tun. Wenn du siehst, jeder in Deutschland hat Probleme mit Clans, nur die Albaner nicht, Bruder. Weil das ganze Land kommt dann diesen Clan besuchen und das ist bei den Schwarzen leider nicht der Fall, überhaupt nicht. Ja, aber die Albaner wurden ja von Osmanischem Reich muslimisiert, islamisiert. Hey, ganz kurz, ich sehe schon, ich sehe schon, dass unsere jesidischen Brüder hier sind, Leute. Ich küsse eure Herzen, die Jesiden, die alle hier sind, Leute. Einmal die jesidische Flagge, einmal alle hier drinnen posten, Leute. Ich küsse eure Herzen, Mann. Ich sehe schon, dass alle da sind, ein paar sind da drinnen. Ich küsse eure Herzen, die jesiden, ich küsse eure Herzen, Leute. Ich küsse eure Herzen. Wirklich, an die ganzen jesiden, Leute. Ich küsse eure Herzen, wirklich, ich meine das ernst. Ich küsse eure Herzen. Ich küsse eure Herzen. Ja, die kommen gerne hierher. Ja, wirklich, wirklich, wirklich. Ich küsse eure Herzen, wirklich. Alle jesiden, ich küsse eure Herzen hier drinnen. Ich küsse eure Herzen. Ich küsse eure Herzen, Leute. danke 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 leute ich küsse eure herzen bruder fragte ich bitte spiel das noch einmal ab das soll ihnen jeder noch mal noch einmal ich will es noch mal hören ja wir müssen die wahrheit ans tageslicht bringen war die lautstärke in ordnung die war vollkommen in ordnung aber kann es noch ein bisschen lauter machen und die ganze jahre mehr leute ich küsse eure herzen achtung okay ruhe jetzt es gab eine person er war so dunkel im gesicht so schwarz im gesicht und diese schmerzen hat ihn hat ihn unattraktiv gemacht haben unseren blick von ihnen abwenden lassen mit da schreibt jemand da hat jemand geschrieben der hat recht da hat jemand geschrieben der hat recht schwarz ist der teufel das hauptproblem und ich spreche den gesamten kontinent afrika ihr habt ein problem diesen mit diesem zusammenhalt und das siehst du auch viele dieser menschen die schwarzen die kommen irgendwo unter zwischen ja wie kann man das sagen ja ausländern ich wollte es nicht sagen kenneck so die kommen darunter und die werden runter gedrückt und die gegen den ganzen so ganz kurz was können wir den blick immer lieber extra so geschrieben damit mich rein und ich war gerade drin hat es nicht raus geschmissen wieso schmeißt du mich raus sorry dann tut es mir leid was ist denn was ist denn schießlos mein lieber erstmal muss ich dir was dazu sagen seine charaktereigenschaften diesen voll für den arsch warum kann ich dir sagen okay kann ich dir sagen und zwar die ganzen eigenschaften die du hast ich weiß nicht wie du auf die d okay dankeschön dass du da warst das hat kein wert ich bin eigentlich sehr sehr nett aber bei solchen worten ganz ehrlich bei bei sowas brauchen kann ich mir gar nicht geben weil ich bin wirklich ein herzens mensch ein herzens mensch aber ich gebe mir keine scheiße wie gesagt ganz einfach ich bin wirklich der liebste mensch aber bei sowas danach wäre den gekommen ich fordere dich heraus in mein haus und kämpft mit mir ein wunderschönen guten morgen meine brüder ein wunderschönen guten morgen ist der weg was gehen wir denn für dich tun mein lieber ich wollte auf fragte ich wollte ich eingehen ja aber aber warte doch erstmal 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 die ganze runde wie geht's dir und hast gut geschlafen wie geht's dir und hast du geschlafen wie geht's dir ich wollte erstmal ich hoffe es geht in diesen hier drin gut so ich finde deine videos wie du machst oder dein live aufklärung so finde ich selber finde ich cool oder normal du bist gar nicht so du musst das gut finden kannst ich sagen nein ich wollte nur fragt ich wollte ich gerade eingehen weil er hat der zusammenhalt gesprochen der albanische bruder so ich das nicht bekommen aber der hat recht was hier in deutschland betrifft das ist aber nur hier in deutschland in anderen ländern ist es nicht so wie in frankreich oder holland oder den afrikanischen ländern da ist nicht so hier in deutschland darfst du nicht vergessen wir sind gerade die erste generation hier okay das alles finden du siehst jetzt mittlerweile das ist viel mehr schwarze brüder jüngere brüder und schwester geht okay so und in einigen jahren wird das hier in deutschland noch mal anders sein so ihr pcs ich sag jetzt pcs extra pp of color sprich südländer seit schon viel länger hier in deutschland etabliert das kannst du ja du hast recht weil du wolltest gerade vorhin sagen glaube ich dass viele schwarzen hat auch sich bei südländer da irgendwie oder mr big soll ich dir mal was sagen weißt du was mir am meisten wehtut mr big oder wenn unsere eigenen landsleute schon anfangen so zu reden wie die wo das schrecklich schrecklich ich mag das überhaupt nicht okay weil wir sind blacks wir wissen woher wir kommen wir wissen woher wir kommen sind stolz wir wissen woher wir kommen wir wissen wer wir sind oder warte mal kurz warte mal ganz kurz leute ein shoutout an die jesiden bitte alle einmal ein herzchen an die jesiden leute einmal ein herzchen an die jesiden leute ich küsste den herzen jetzt muss der weg das problem ist also ich sehe es auch eher so ich bin ein bisschen sagen wir mal so mit der zeit bin ich bisher radikaler geworden was meine denn ja weil durch ich auch bruder muss dass ich hier in deutschland ich sagte ganz ehrlich du bist schwarz ich bin schwarz wir wissen ganz genau die meisten anfangungen die wir haben wir haben wir nicht von unseren deutschen leuten sondern die haben wir von pcs ok so jeden fall und oft sind das natürlich auch muslimen also wir wissen nicht meistens wissen wir nicht woher jemand was ein glauben er hat so dass sie sich an der person an aber ich sag mal so oft sind das halt von dem muslim und ganz ehrlich das muss nicht sein das muss ich dann deshalb sage ich an allen schwarzen brüdern und schwestern die hier drin sind bei flex zuhören zu gucken wenn euch ein pc dumm von der seite an macht haut ihn auf den kopf tut mir leid dass es so radikal sagen muss aber ist einfach ja lasst euch von dem oder oder weißt du was ich sehr traurig finde die unterschätzen uns dunkelhäutige weil das ding ist wir sind liebe menschen wir wir machen kein stress du wirst doch niemals sehen dass wir dunkelhäutige auf der straße gehen und ein auch wir sind große familie wir legen uns mit dem an wir müssen das machen oder wir agieren im dunkeln wir sind ruhig wir machen nichts aber bruder die oder aggression drohungen da kommen eins gegen eins oder das wüsste bei uns schwarze niemals sie denkt mal über den mann wirst du niemals sie bei uns und daran nach bei uns in unserem auf unser kontinent also bei den ganzen verschiedenen ländern sei es nigeria kongo gana togo sonst irgendwas da gibt es gar nicht diese rassistische wort für für gar nicht oder wird das schon von klein auf das gibt es so wie recht show oder was sich was sie alles sagen verstehst du so bei uns gibt sowas nicht da merkst du schon die die haben viel viel schlechtes in sich okay sehr viel sehr viel bruder sehr viel und ich will sagen es gibt die cool sind die respekt haben aber es gibt auch sehr viele dreckige und wir haben viele von diesen dreckigen leider hier in deutschland nicht in deren eigenen heimatländern oder so wie die hier sind wie die hier teilweise schreiben ich sehe was die leute schreiben regen schoko alles um oder das kriegst du so solche beleidigungen siehst du nur bei den moslems ich schwöre bei gott ich finde es krass ich darf ich darf eigentlich nicht schwören ich darf eigentlich nicht schwören aber nur von denen siehst du diese beleidigungen du bist dann niemals oder ganz kurz weil mich da big war glaube ich nicht drin ich bin ja ex muslim ich weiß jetzt nicht schon was du glaubst oder ist egal aber ich erzähle dir was als ex muslim erzählt auch vorhin aber ich glaube du hast nicht drin das ist bei uns einfach so drin da brauchen wir keine suche oder so für uns waren ich schreibe jetzt aus der sicht von damals wichtig einfach schwarzen kann man sagen einfach ja das niedrigste überhaupt ich war ja wir haben es aber härter ausgedrückt sondern deswegen also das ist ein standard für uns ist schwarz ist einfach direkt dick gewesen verstehst du so weiß und das ist traurig wahnsinn das ist traurig das ist alles und was ist traurig deshalb deshalb gerade sage ich ganz ehrlich an alle schwarzen brüder und schwestern kommt euch irgendein poc so dumm von der ecke hocken so kaputt dass seine eigene familie nicht wiedererkennt also habt ihr gehört diese person richtig auf den kopf ganz ehrlich ich kann ich kann ich ja so super ich kann diese leute nicht ab die leute die muslimen sind die respektvoll sind bitte also gar kein problem aber viele von denen sehr viele sind sehr dreckig ja absolut schreiben hier mit lüge regen schoko und sei mal man es genug und sagt dass meine person vor das gesicht soll ich noch was hinzufügen soll ich noch was hinzufügen ich mache es jetzt noch ekelhafter warte ich mache es jetzt noch ekelhafter also wie gesagt bei allem respekt weiß was mir aufgefallen ist bruder herz was mir aufgefallen ist nur in gruppen können die aber alleine könnte er dir niemals das ins gesicht sagen niemals alleine haben die nicht die eier dafür alleine haben die eier nicht dafür das haben die einfach das ist immer so kommen und das ist das problem bei uns blacks ist das problem weil wir denken immer so wenn wir mit einem da irgendwelche probleme haben dann kommt die ganze familie die sind das so ein scheiß auf die familie scheiß und bin ja einfach so ist so ist so ist so genau das ist das problem bei den afrikanern grundsätzlich das meinte ich wir sind isoliert die haben keinen zusammenhalt und genau das ist das problem was mr big angesprochen hat die denken okay wenn ich mich schwere die kommen mit der ganzen siebschaft bei uns albanen wie gesagt ist es scheißegal weil wir haben diese probleme nicht weil ich muss sagen was das angeht ich weiß nicht warum das so richtig hart ist schließen wir uns zusammen auch wenn die dann letztendlich muslime sind bei uns gibt es nicht da kommt das ganze land zusammen und schlägt diesen kleinen ich darf da nichts sagen was ich beruflich mache ich bin personenschutz personenschutz und detektiv das machen beruflich nur damit bescheid was weil du so gefragt hast was die leute beruflich machen so deshalb ich ermutige jeden schwarzen mann und jede schwarze frau wert euch lasst euch nichts gefallen und wenn ich nicht mit ihrer familie kommt dann nimmst du da hat diesen gedanken hauptsache den einen nämlich mit runter scheißegal heute 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 müsste der weg ist und feier ich sag dir das kummer ich komme ich komme aus hamburg ich habe es hier jahrelang erlebt und ich weiß auch ich weiß auch wie viele muslim oder viele pcs auch sind dass wir nur selber kampfspot machen leute von ihnen auf den kopf geräumt dann respektieren die schwarze mann dann kommen die leute die da zu dir sagen aber es muss immer es muss immer irgendwie komischerweise es muss immer irgendwie komischerweise ist mir aufgefallen einer richtig eine bekomme und dann also aber sowas nicht gemeint deshalb haben die schwarzen brüder und schwestern wenn ihr kinder bekommt wenn ihr kinder hier in deutschland bekommt ermutigt dass die kinder das eure kinder kann schon machen damit diese leute nicht mehr mutter machen dann brauchen sie es nicht mehr was zu sagen weil die genau wissen ja kann man vom koffer ganz einfach das ist also ich bin auch ehrlich ich bin auch ehrlich bruder es muss wirklich einmal richtig scheppern damit die möglichen ihren mund halten ist so wurde ich sagte ehrlich was glaubst du sind wir aus nrw hamburg frankfurt da kannst du weißt du wenn die schwarzen zusammenhalten würden was glaubst du was für eine macht wir werden weiter da brauche ich gar nicht mehr überreden ist so überlegt mal bitte bei uns wir sind krankenkopf aber wir haben einfach zu sehr dieses weil uns wir sind weiß was wir haben bruder ich kann dir sagen was wir haben oder wir sind nicht auf stress hinaus wir sind liebvolle menschen das ist der unterschied das problem ist einfach unsere eltern haben uns damals als kleine kinder immer eingetreten hey geht der weg im stress aus dem weg richtig richtig und das hat sich bei uns dann irgendwie so so etabliert dass wir nicht angst haben aber halt denken was passiert danach wir wollen das nicht und so und ich sage dir guck mal da wo ich aufgewachsen bin ich habe kein problem das hier zu sagen ich bin hier bei uns in hamburg windowsburg aufgewachsen ich habe nur südländer um mich herum nur von korn bis bürger bis albana komplett hoch aussiedlung kriegst du denkst du viertel in hamburg so und wie das da ist du musst dich durchkämpfen damit die leute respekt bekommen damit die wissen okay bei denen kann ich nicht diese antwort sagen oder das machen oder dies machen weil der haut zu ja oder es muss scheppern es muss scheppern ist einfach so kommen geben wir wenden auch keine gewalt an oder so weiß aber die bringen uns dazu das ist mir aufgefallen syrie ich küsse dein herz ich komme öfters mal hoch ich sehe immer flex seine sachen und ich gucke ich höre aber zu ich denke mir war bruder flex ist so jetzt möchte ich aber auch mal hallo ja kristen du darfst du da guten morgen frieden und segen auf euch allen mr big muss ich mal sagen sieht aus wie vom a team ja man ja man der ist dinger mr t und an die aussage von gerade ich habe echt gedacht mir platzt der art sportlich wie kann man einen menschen aufgrund von seiner hautfarbe so dermaßen runter machen ihr solltet alle ihr solltet alle ganz vorsichtig sein ich habe mir so meine gedanken gemacht warum hat der liebe gott diese menschenrasse sage ich jetzt mal so so speziell und anders gemacht vielleicht sind gerade die in gottes augen die weil die am meisten gelitten haben am meisten unterdrückt wurden und am meisten durchgemacht haben die die gott am nächsten sind ich würde damit mal ganz vorsichtig sein und mal aufpassen und diese ganzen drohen ich bin eine frau ich weiß mich zu verteidigen ich noch nicht mal ich habe vor irgendjemanden angst der mir droht jeder kann kommen das ist mir scheißegal ob der 1 80 ist und zwei meter breit ist oder sonst irgendwas ich lasse mich nicht erdrücken von niemanden und auch von niemanden drohen und noch mal ich wurde auch angeschrieben ach du wirst vor mir knien ich werde niemals vor irgendeinem menschen knie ich knie nur vor gott ist da nur weil man mir die beine bricht und solange ich noch aufstehen kann welche trotzdem tun richtig ja und er sollte kein hass entstehen ihr habt aber das und ihr habt aber so leute was vor zigtausend jahren waren was da passiert ist und alles da können wir heute nichts dafür ja und der flex geht nicht hin und beleidigt den islam oder dem mohammed oder sonst irgendwas sondern er liest doch fakten ihr könnt doch selber nachlesen aber das problem ist dann kommt immer auch dabei aus dem kontext gerissen und achten bücher lügen welches buch habt ihr den weitergeleitet gekriegt um es weiter zu verkünden wie kann das dann wie kann der widerspruch dann entstehen dass unser buch falsch ist und euer ist glaubwürdige und einziges reine und saubere und richtige wie geht das passt doch nicht zusammen sehr seltsam absolut sehr seltsam ja und immer mit schläge drohen und ah komm hier komm da komm da sehr gläubig also wenn ich euch sage wenn ich euch wenn ich euch sage das ist wirklich der wahnsinn wie die das einzige was ich nur noch sehe ist die können drohen sobald sie merken da kommt einer der redet drüber mit dem müssen wir drohen hey leute merkt euch eine sache wir sind nicht in saudi arabien wir sind in deutschland passt euch das land an wer sich nicht anpassen möchte one way ticket ich schwöre ich würde sogar der ganzen community sagen hey leute wisst ihr was wir sammeln spende für diese person du und deine ganze familie mit zurück wo du hingehörst fertig muss das problem wir leben in deutschland will ich gehen keine wir wissen ja dass deutschland ist ja eigentlich wir wissen ja deutschland ist ja eigentlich ein christliches land okay das handelt zwar nicht so dass mich alles bis mir auch ehrlich sein aber es ist ein christliches land so und ich sage mal ganz ehrlich will nicht gefällt wenn ihr die die religion oder die leute so nicht gefallen dann kannst du jederzeit gehen scheiße leute ich habe nur noch ich habe nur noch fünf prozent akku leute sechs sechs prozent scheiße nehmen wir das weihnachtsgeld mit bevor wir gehen da muss ich noch was hinzufügen vor allem vor allem die leben in einem kuffer land wollen wir haben dankeschön ja die leben in einem kuffer land die kriegen weihnachtsgeld kuffer geld ja unsere kinder die christlich aufgewachsen werden und die brauchen dieses geld unsere kinder und alle die in der community drinnen sind leute wir reden nachher ein bisschen über kinderehe im islam und dann schauen wir uns mal die rebecca an ob sie tatsächlich drei war dann schauen wir mal ich bin gespannt wieder live ich komme live in zwei stunden okay mr big danke dass du da warst du bist jetzt unser bodyguard und wer ist unser bodyguard hier nach jesus natürlich und leute zum abschluss bevor ich gehe leute bitte einmal ein herzchen an die esiden wir lieben die jesilischen brüder und die geschwister unserer ramea auch und unsere armenia leute herzchen geht an die raus wirklich mein herz schlägt ganz stark für die jesiden und wie gesagt leute in zwei stunden bin ich noch mal da flex in der hause and you know flex love you guys always you know it minister 23 auf trist oder so mach meine ladies nicht an du idiot einfach muss wollen okay wer ist das überhaupt keine ahnung irgend so ein asozialer bänner der meine ladies machen will du machst nicht meine schwarzen ladies und was mich verschöpft so aber aber mr big aber mr big wir bleiben trotzdem in der liebe wir bleiben in der liebe in der liebe ja das ist ganz wichtig okay wir müssen unsere andere wange hinein du weißt wie das ist ja greifst du unsere schwarze schwestern an jeden bruder da trotzdem gerade stehen ja gerade stehen für gerechtigkeit also leute bam bam bis dann bis nachher und bye bye ich habe dir video geschickt okay ich schaue es mir an ich schaue es mir an gottes segen leute gottes segen leute und bis später bye bye das was ich mache das was ich mache ja ist eine saubere aufklärung ich lache drüber manchmal lache ich über gewisse dinge ich lache über viele dinge ich kann noch nicht ins stream machen ohne nicht zu lachen ich bin ein mensch der sowieso ein clown ist ich lache sehr gerne ja ich lache wirklich sehr sehr gerne was das angeht bin ich ein clown ich lache sehr sehr gerne aber wenn ich etwas zitiere dann ist es keine hetze man es ist eine saubere aufklärung eine ganz normale aufklärung du könntest jetzt guck mal du könntest jetzt ein live stream starten okay und über christen reden das ist dein problem ich mache es aber nicht zu meinem problem weil das ist dein problem und ich komme nicht in deinem stream und dann stelle ich noch eine anfrage und dann fange ich an dich zu beleidigen für was ich gehe dann erst recht gar nicht mehr da rein ich brauche das nicht nein nein ich bin ja sowieso nur hochgekommen weil ich von dir aus mal des öfteren sehe immer der islam aber du tust nie so also das gleiche was der islam gemacht hat oder die muslime nicht der islam der islam hat gar nicht gemacht die muslime gemacht haben das haben wir die christen auch gemacht wenn nicht noch schlimmer wenn nicht ja warte mal bist du bist du alle biete wie bist du alle biete ich bin muslim nein ich meine alle biete vom vom ok ok ich sage ich bin muslim ok verstehe verstehe alles gut okay was ist denn alle bitte oder so sagen die meisten in im chat alle biete ich weiß nicht mal was das ist wenn ich bin ich meins ernst weil viele schreiben im chat du bist alle biete oder so keine ahnung ich bin zweimal war ich jetzt live mit meinem gesicht einmal bei dir und einmal bei ex muslim und ich bin alle wie geht es ach so weil ich vielleicht keine ahnung die leute schreiben alle biete ich weiß nicht mal was das ist bin ich ganz ehrlich mario pittschler danke für den abo ich küsse dein herz oder ich küsse dein herz wirklich soll dich gott bereichern bruder herz danke 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 so jetzt sorry da schreibe einfach so kartoffeln alter dass ich alle biete bin nein 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 nicht kartoffeln nicht bitte nicht keine deutschen ausgedrückt wie netto mal das haben wir ausdrücken warte mal das ist das ist ein deutscher stream und wir wollen keine deutschen beleidigen bitte wir leben in deutschland wir leben in deutschland wir wollen hier keine deutschen beleidigen das ich auf jeden fall ich habe nichts gegen dich du bist ein gemütlicher typ nur ich wollte einfach mal einfach mal neutral so du musst auch mal sagen so ja wir haben es auch gemacht ich habe auch doch ich habe doch auch die ganze zeit gerade bestätigt habe gesagt ja stimmt ist passiert ja stimmt wurde gemacht nein finde ich nicht korrekt habe ich gesagt alles ja und dass das wahrhaftig sehen wurde du musst auch so sein die eigenen fehler auch mal aufzählen ja aber es gibt gewisse dinge es gibt auch mal sagen aber gewisse dinge die kann ich nicht tolerieren es gibt gewisse dinge die kann ich leider nicht unterstützen weil ich bin sehr wahrhaftig in meiner arbeit was ich mache okay was kannst du alles unterstützen was nicht das weißt du doch guck mal ich mache das doch jeden tag hier das weißt du es gibt gewisse dinge die sind nicht schön guck mal guck mal bruder herz wenn du wenn du sagst wenn du sagst die leute wollen schon dass ich dich aus dem channel rausschmeißer aber leute ich mache das nicht ich mache das nicht leute weil wir wollen aufklären okay guck mal wenn du wenn du wahrhaftig zu dir selber bist ja nimm selber den koran raus nimm selber die hadith raus und dann schau selber guck selber und später kannst du sagen der schwarze hat gelogen oder der schwarze hat wirklich recht das ist meine entscheidung bist du evangeli ich bin evangelisch ja das ist 300 jahre nach jesus gekommen von wo taucht die auf einmal so weißt schon dass jesus christus das evangelium gepredigt hat das weißt du schon weiß was evangelium überhaupt ist ja aber was ist ja was ist denn das evangelium aber 300 jahre nach jesus seid ihr gekommen falsch 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 ne noch viel später eigentlich genau hey das ist du musst vorsichtig sein mit deinen aussagen was du sagst weil ich kann da hinten losgehen was ich noch sagen wollte wenn ich gerade kurz darf der unterschied einfach zwischen dem islam und dem christentum ist das christentum geht damit um was es getan hat wir arbeiten unsere geschichte immer auf wir verleugnen nicht zum beispiel dass es sklaven in afrika gab das ist alles schrecklich das sagt kein mensch aber wir verleugnen das nicht der islam verleugnet mir heute die übrigens leute jetzt rede weiter tut mir leid tut bis heute die abschlachtung von hindus einfach nicht benennen das waren fast 80 millionen sie sagen dass in afrika keine leute versklavt haben und lauter solche sachen und natürlich war es auch wieder lokal schreibt mit der bibel kamen wir das ist natürlich auch nicht okay ich sehe ich gerade ja wie gesagt das sind so sachen wir stehen halt immer zu der geschichte wir sagen dass es passiert und der islam sagt immer es ist nicht passiert genau wie zum beispiel seine regierung wenn er türke ist die sagt sie haben die armenier damals nicht massakriert und lauter so sachen das ist der unterschied deswegen müssen wir darüber reden wenn sie zu der geschichte stehen würden müssten wir gar nicht über den miss die ganze zeit reden jedes mal genau 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 also ob er jetzt geflüchtet ist ich weiß nicht vielleicht ist da rausgegangen bei internet keine ahnung irgendwas wir wollen ja kein teufel an der wand um himmels wille genau leute wir wollen heute wir wollen heute über rebecca sprechen ja weil viele immer wieder sagen rebecca war drei rebecca war dies und das und wenn ich mir die erste mose ganz genau angucken kapitel 25 da sehen wir ganz klipp und klar dass eine rebecca keine drei jahre alt warum ich will das heute für allemal beenden für allemal will ich das beenden ja weil viele sagen immer wieder rebecca war drei rebecca war drei rebecca war drei rebecca war drei diese lügen gehen durchs ganze internet ja die christen die sagen wir mal nicht so stark im glaube sind die nicht wirklich selber danach schauen ich hoffe dass ihr alle heute da seid dass sie mir zuhören könnt rebecca war nicht drei und das werden wir anhand der schriften die wahrheit hier werden wir es lesen und dann werden wir gucken und ich erwähne das nochmal leute der talmud der talmud nochmal leute an die ganzen christen ja meine geschwister und brüder der talmud hat nichts mit der bibel gemeinsam diese rabbiner die das geschrieben haben den talmud hat nichts mit der bibel gemeinsam 0 ja was die da in ihrem buch reinschreiben das ist deren problem hat aber keine verbindung zu das evangelium was uns der herr jesus christus lehrt das ist der unterschied leute das sollte man erkennen wir gehen nur nach der bibel weil das die wahrheit ist leute und darüber müssen wir heute sprechen der talmud leute an die ganzen christen die hier zuhören ja bitte nimmt das auf was ich sage der talmud hat keine verbindung zur bibel schon alleine der anfang von dem talmud hat mit der bibel keine gemeinsamkeit aber der talmud hat eine gemeinsamkeit mit was mit dem koran mit dem islam aber nicht mit der bibel ja in der bibel finden wir so solche sachen nicht ganz einfach da müssen wir wahrhaftig und ehrlich zu uns selber sein es ist einfach so kinderehe gibt es nicht dem christentum ja und das werde ich heute beweisen weil hier rebecca keine drei jahre alt war und wenn rebecca drei jahre alt war warum oder sagen wir es mal so wenn rebecca drei jahre alt war sie kann doch kein krug voller wasser tragen eine dreijährige die ein krug voller wasser trägt oder leute macht euch nicht lächerlich wirklich macht euch nicht lächerlich das ist schon traurig ja dass sie versucht schon wörter zu verdrehen in der bibel und dann versucht ihr noch muhammad irgendwie in der bibel zu finden also galater 18 mein gott wird als falscher prophet dargestellt ja bitteschön wenn ihr das hören wollt bitteschön ja also ganz ehrlich bleibt seid bitte wahrhaftig zu euch selbst ja es ist einfach fakt seid wahrhaftig zu euch selbst ja lügt euch nicht selber an denn lügen haben kurze beine das ist einfach so ja und die bibel spricht wirklich tacheles spricht die wahrheit ja dann werden wir mal zusammen die sache mal durchgehen gleich jetzt gucken wir mal vielleicht noch mal eine kurze runde hier und dann werde ich den schlachter den werden wir mal über rebecca reden und schauen wir mal so jetzt lassen wir erstmal zwei leute hoch erstmal ganz entspannt lassen wir mal leer kurz so vielleicht will er etwas kurz sagen aber wie gesagt ich mache das ganz ganz kurz und dann machen wir eine ganz kurze runde und dann ist gut wer möchte er noch hoch kommen ich glaube david nehmen wir noch mal kurdi hoch und dann will ich aber über rebecca sprechen also leute wir können jetzt noch zehn minuten eine normale runde machen wo wir ein bisschen sprechen alle gemeinsam alle die hier oben sind und dann aber möchte ich über rebecca sprechen ob sie wirklich tatsächlich drei jahre alt war weil ich habe mir die geschichte wirklich ganz genau angeschaut und ganz ehrlich wie könnt ihr nur so dreckig lügen warum eigentlich was habt ihr davon wenn ihr das buch verdrehen wollt und hier lügen erzählt dass rebecca angeblich drei war also eine dreijährige kann ganz bestimmt nicht ein krug voller wasser tragen es ist echt es ist also aufklärung macht mir spaß aber jetzt jetzt wird es immer anstrengend langsam aber egal wir bleiben bei der wahrheit so erstmal all cool wie geht es dir mein lieber da geht es dir wie geht es dir ich habe gerne damit denn der passwort antwort gegeben aber gut er ist nicht bei dann was hast du gemacht ich wollte den passwort der der junge mann der da hier der aus türkei ob war das natürlich her kunstland okay ja keine ahnung wer ist jetzt rausgegangen keine ahnung ja ich wollte sagen was ist eigentlich also es gibt es genug muslimen die menschen rechten genommen und die anderen menschen schlecht behandelt das muss man ja sagen es hat eine sache eine sache will ich kurz in den raum schmeißen ganz kurz also an jeder jeder andere der sich hier angegriffen fühlt jeder moslem der sich hier drinnen angegriffen fühlt leute ihr habt wirklich eine möglichkeit jetzt ich biete euch diese möglichkeit ihr könnt hochgehen flexer brain ja sperren und ihr sieht mein stream nie wieder und euer herz ist wirklich vom ganzen gereinigt ihr müsst nur hochgehen ihr müsst mich nur sperren die sache hat sich erledigt ihr sieht nie wieder ein flex ganz einfach oder ihr kommt hier rein und ihr kriegt jedes mal immer wieder was das ist dann euer problem mein problem wird es nicht mehr sein ja ihr habt die möglichkeit rauszugehen aus dem stream ihr könnt sperren 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 ihr müsst euch das nicht geben warum seid ihr so verblödet und gibt euch das überhaupt ernsthaft entweder ihr seid wahrhaftig und ehrlich zu euch selber ja und hört zu und sagt okay hey dieser flex ich schlag mal die quellen auf der flex hat recht okay der labert wirklich keine schatze oder ihr schaut euch die quelle an und dann kommt die hohen können wir über diese quelle sprechen aber wenn ihr das nicht machen wollt leute verlasst den stream ihr müsst das euch hier nicht geben um himmels wille warum gibt ihr euch überhaupt so was wenn ihr ein problem damit habt dass leute hier in deutschland aufklären und es tut euch vom ganzen herzen weh leute geht doch einfach raus aus dem stream gibt euch doch sowas nicht also wenn ich in einem stream gehen und das passt wenn ich denke gebe ich mir das überhaupt gar nicht ich gehe das sofort raus leute die hier hochkommen und wirklich wissen wollen ob es die wahrheit ist dann hört ihr eben zu und schlägt schlagt selber das buch auf und schaut ja labert der flex jetzt scheiß oder steht da steht das wirklich das ist easy zu verstehen deutscher ich küsse dein herz bruder ganz einfach warum tut ihr euch das an nehmen ernsthaft deutscher dankeschön ich küsse dein herz mann ich küsse dein herz für die geschenke ich wurde so ein cool wie jetzt kannst du reden ich würde sagen die ungerichtigkeit gegenüber jesiden sind stattgefunden ungerichtigkeit oder die kurden sind stattgefunden in türkei ungerichtigkeit sind das bei anderen also bei juden stattgefunden damals mit dem gas ungerichtigkeit ist stattgefunden beim kreuzkrieg du kannst du kannst gleich alkohol die du du kannst gleich da an dem punkt und gerade bist kannst du weiterreden so leute ich liest das immer wieder dass der haben die hintergrundbild von mir hat macht euch keine sorgen leute soll er machen er selber ist ein kleines kind so solche leute nehme ich nicht ernst leute deswegen lasst uns wahrhaftig bei unserer arbeit bleiben leute ich würde euch empfehlen leute an die ganze christliche gemeinde community geht bitte nicht bei so solchen leuten hoch das sind in meinen augen sind das wirklich das sind die haben so dämonen in sich und so solche leute dürfen wir nicht unter stützen leute deswegen geht da raus hört da gar nicht zu die sind sowieso verblödet wo es ein bis zum geht nicht mehr deswegen leute einfach ganz ganz entspannt sein und dann ist okay so akut jetzt kannst du weitermachen dann deinem punkt ja also ich wollte sagen es wurde viele ungerichtigkeit stattgefunden bei verschiedenen folgen bei muslimen gegenüber jesiden bei christinnen gegenüber juden bei juden gegenüber palästinensern also ich wollte nur sagen wirklich gab es eine französische schreiber der gesagt gott sei dank ich habe das islam kennengelernt bevor ich die muslime kennenlerne dafür sind auch viele muslimen die ihre religion gar nicht kennt oder nicht auch wahrnehmen dass wenn jeder mensch ob das christ oder jude oder muslims seine religion richtig versteht und anerkennst und nimmt das dann wird auch kein ungerichtigkeit stattfinden es würde auch zum beispiel erdogan hat er genug ungerichtigkeit gegen kurden gemacht dass ich bin kurde ich bin muslim ich ich versuche jedes möglichkeit die mir also ungerichtigkeit gegen menschen nicht stattzufinden ob das jude oder muslimer oder buddhister und meine religion ist das so empfiehlt mir ich soll gegenüber anderen religionen respektieren menschen wenn ich das auch das religion nicht annehme das erste sagen die menschlichkeit der mensch dessen ob das muslim oder christ oder buddhist auch wenn es auch ungläubiger ist meine religion erzwungen erzwingen mich diesen menschen als menschenrecht zu geben ok und da ist das eigentlich ja was man nur an bitte mal wenn man über den menschen als du kannst du mir kannst du mir im koran zeigen dass man jede religion respektieren ja klar ich habe hier ich habe hier den koran du kannst mir gerne egal welchen vers geben und dann schau kann ich den vers geben was genau das gegenteil sagt über sie ist das was gerade sagt ja klar es gibt es als erster la ikraha verdienen la ikraha verdiene heißt dass man ich will gib mir die surah gib mir die surah ja warte man gibt hier welche surah ich gebe dir genau die surah so das ist heute bachara was albacara ok also gehen wir bitte in aya 5 zuge 5 ok warte zuge 5 vers das ist albacara oder von 4 ok zuge 5 vers 256 256 ok jetzt gucken wir mal zuge 5 vers warte mal dass ich glaube du hast etwas falsches eingegeben zuge 5 vers zuge 5 vers 256 ok warte ok warte ah ok ich muss gucken ob ich das in für die deutschen dass das auf deutsch versetzen kann das ist es zuge 2 vers ok ich sehe schon ok das machen müssen, dann machen wir es so 2 vers 2 5,6 so jetzt gucken wir mal bam 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 schauen wir euch mal was wir hier finden đểieni mal wahrhaftig hier 56 ok soll ichs vorlesen OK Okay, es gibt keinen Zwang im Glaube. Naja, die Hadithen sagen was anderes, aber okay, wir lesen mal weiter. Es gibt keinen Zwang im Glaube. Der Weg der Besonnenheit ist nunmehr klar unterschieden von dem der Verirrung, der also falsche Götter verleugnet. Okay, jedoch an Allah glaubt, der hält sich an die festesten Handhabe, bei der es kein Zerreißen gibt und Allah ist allhörend und allwissend. Okay, kannst du mir diesen Vers erklären? Ja, das habe ich da, kannst du euch erklären? Erklär mir das. Das heißt, er zwingt keine Menschen, in den Islam einzutreten. Und es hat sich erkannt, dass man sieht, was ist falsch und was ist richtig ist. Wer an Gott glaubt, dass und in den Gott festzunehmend ist, wie soll ich den Blau-Lothra auf Deutsch übersetzen? Das kann ich ja nicht sagen, wie Worte auf Deutsch. Okay, dann gebe ich dir, okay, dann gebe ich dir ein Vers und dann lese uns das mal bitte vor. Ist das okay? Ja, klar. Okay, Sura 9, Vers 5, kannst du das aufschlagen? Das ist die Sura At-Tauber. At-Tauber, warte mal. At-Tauber, genau, Sura 9, Vers 5. Sekunde, so. Und lies uns das mal bitte vor. Sura 9, Vers 5. Vers 5. So, da ist das hin. Das ist dann der Krieg gewesen. Und das, wenn das dieser Monat zu Ende ist, die Gott, was in Moschirkin heißt, der mit dem Gott ein Gott annehmt, was? Das heißt, wenn man sagt, es gibt noch andere Gott als Gott. Okay. Und wenn ihr das gesehen habt, und ich küste ein Herzlamurke. Ihr sollt ihn umbringen, wenn ihr das gesagt habt. At-Tauber, die Reue, wenn wir darüber reden, weil du sagst, es ist eine Kriegszeit, aber wir sehen ganz genau, warte, warte ganz kurz, wir sehen aber ganz genau, wenn wir das auf Deutsch übersetzen, ja, viele werden jetzt sagen, ah, das stimmt nicht und so, aber hier sehen wir, wenn die Schutzmonate abgelaufen sind, hier steht nicht, dass es in die Kriegszeit gelten, sondern hier geht's. Wenn die Schutzmonate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen aus dem Hinterhalt auf. Und wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, dann lasst sie ihres Weges ziehen, gewiss Allah ist allvergeben und barmherzig. Genau. Das heißt, das ist kein Erzwung in der Religion anzusteigen, sondern, wenn gegen euch nicht kämpft, und die haben das, okay, wir zahlen unsere Steuer zum Beispiel, wir bleiben auf unserer Unreher, so, ähm, die Gizia, die Gizia, genau, sollen die frei halten lassen, aber das ist, aber warum müssen wir Christen Gizia zahlen, nur weil wir die Gizia nicht angenommen haben, warum müssen wir Gizia zahlen? Wenn du ein Land liebst, ich, ich lebe in Deutschland, ja, ich lebe in Deutschland, du, wenn ich keine Steuerzahler, verstehst du, das ist eine Stärkung für den Erfolg, damit er zum Beispiel, äh, Straßen, äh, für den, ja, aber wenn ich jetzt die Gizia nicht zahle, dann machen die das hier mit mir, warum? Nein, 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 pass mal, äh, oh, Lion, pass mal, entweder muss du Gizia bezahlen, oder musst du in Krieg mitmachen, also wenn du also ainda so Soldat werden, stell dir mal vor, du bist ungläubiger, in ein islamischer Land, und du lebst von dieser lanzers und zahlst du keine jizia und gehst du auch nicht krieg und das oder soll ich dir erzählen was jizia ist kopfsteuer weißt du was das überhaupt ist dass er sagt er kann ja sagt darauf nicht die sehr sagt das ist ja das andere ist was anderes sakat ist es genau wie steuer entweder das heißt entweder beten das heißt wenn du musst du bist und wenn ich muss dann sagt dass das steuer zahlen damit du in diesem land auch lebensgast verstehst sind das genau ich bin eine muslim hier ich zahle keine steuer und ich zahle gar nichts und ich lebe in deutschland ich erleichtere dir ich erleichtere dir ich erleichtere dir jetzt die situation dann gehe mal auf surah 9 vers 29 ließ uns das mal gucken ob das mit krieg 29 29 9 wer ist 29 ließ uns das mit auf deutsch auch tober ist das auch dauerne ja aber das ist ja 29 hier bin ich gerade drin ist hast du gehörst was heißt jizia jizia zahlen oder das hier das hat er in entgegen wir mal kreuz oder das darf man nicht schön reden wenn ich von ganzem herzen an aber das kann man nicht schön reden nein er lasst mich doch am ende zur antwort geben die sie ja wenn in ein wenn jemand gegen mich kämpft ja und ich den gegen kämpfer der muss doch entweder diese zahlen steuer zahlen damit die auch in das nur die er so in ruhe leben das ist auch in der krieg gewesen verstehst denn du das das hat das auch bei christlichen geben bei muslimen geben bei jedem land wenn die gekämpft haben auch jetzige jetziger wenn amerika gegen ein land kämpft und gewinnt dann nimmt das von den selten dann gebe ich dir dann gebe ich dir den letzten satz wenn du das immer noch schön reden willst dann gebe ich dir den letzten satz und sei aber bitte ehrlich zu dir selber das ist 30 ließ mal 30 bitte vor jetzt geht es weiter 30 ich suche neu wer ist 30 30 also was ich gerade das ist 30 habe ich doch letztes mal das erzählt die haben ihren hallo was heißt hallo auf deutsch kämpft gegen diejenigen die nicht an allah und nicht an den jüngsten tag glauben das ist ja ein gültiger vers man kann ich sagen ach das zählt nur zu kriegszeiten nein 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 das ist ein gültiger vers war alkohol die warte bitte bitte warte das ist ein gültiger vers man liest es auch schon heraus dass ein gültiger vers kämpft gegen diejenigen die nicht an allah und nicht an den jüngsten tag an den jüngsten tag glauben das ist ein gültiger vers heute noch gültig ist das kannst du nicht schön reden sollen jetzt lesen wir weiter gerade redet das ist aber das nicht der vers was ich gerade gelesen mein gott alkohol die bitte 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 bruder bruder lass mich lass mich nur bis zu ende machen ganz kurz wir lesen wir lesen hier das ist zeitlos gültig okay wir lesen jetzt weiter kämpft gegen diejenigen die nicht am jüngsten tag glauben und nicht verbieten was allah und sein gesandter verboten haben und nicht und nicht die religion der wahrheit befolgen deswegen müsst ihr sie bekämpfen so von derjenigen denen die schrift gegeben wurde bis sie den tribut aus der hand entrichten und gefügig sind ein gültiger vers jetzt geht es weiter die juden sagen user ist allahs sohn und die christen sagen al-el-messi ist allahs sohn das sind ihre worte aus ihren eigenen mündern sie führen ähnliche worte wie die die jenigen die zuvor ungläubig waren allah bekämpfe sie wie sie sich doch abwendig machen lassen aha welcher vers was ich gerade gelesen ist was anderes was mir zählt nein suche 9 für das 29 und 30 ist genau gleich und bleibt auch gültig da kannst du nicht sagen dass es gerade gelesen ist dass unter 30 habe ich gerade gesagt war mit dem also mit der christen und juden und davor der jesus muss was war da habe ich doch gerade vorgelesen das ist aber nicht die ja aber aber was willst du was willst du uns denn erzählen willst du uns jetzt diese geschichte schön erzählen oder wie das kann man doch nicht schön erzählen bekämpft 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 die juden und ihre hat das kann man doch nicht schön reden jetzt ernsthaft das kann man nicht schön das kann man einfach nicht schön reden sorry aber wirklich wer wer das noch schön redet für mir jegliche worte möglich also das kann man doch nicht schön lieben da steht klipp und klar drauf das kann man nicht schön reden Leute, genau das meine ich, das kann man nicht schönreden man kann diesen Vers nicht schönreden und dann am Ende heißt es, oh Hetzer, Hetzer, das kann man nicht schönreden, sorry, das kann man auch nicht verteidigen das kann man auch nicht schützen, es ist ein gültiger Vers oh mein Gott, und hier sind Verse die abrogieren sich bis zum Geht nicht mehr da kann man auch nicht schön drüber reden ja, jetzt ist er rausgegangen, ja, ist auch egal ich habe ihn nicht gekickt, Leute, bevor irgendjemand sagt, ich habe ihn gekickt, ich habe ihn nicht gekickt, der ist selber rausgegangen ja, ist einfach so, das kann man nicht schönreden, er hat es jetzt selber gelesen, wahrscheinlich hat er jetzt einen Schock bekommen, es ist einfach so, es kann man nicht schönreden oh man ey, Al Baccarat, naja egal, ich hole jetzt mal jemand anders hoch, egal, nicht so schlimm nicht so schlimm, ich küsse trotzdem in sein Herz, er hat wahrscheinlich Schock bekommen hat gelesen, hat sich gedacht, oh Flex hat recht, ja, ich gehe lieber raus ja, ist einfach so, weil das kann man nicht schönreden das kann man nicht schönreden Flex hat? Lea, ja schau mal, ich will nur ganz kurz dir eine Frage stellen, dann bin ich raus, ich weiß nicht, ob du mal die Genesis gelesen hast, ich habe mich mal da erkundigt und wollte unbedingt wissen, warum gewisse Dinge passiert sind in der Vergangenheit du meinst Mose, du meinst das Mosebrief Nein, 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 und zwar, ich weiß nicht, ob das jetzt der Mosebrief ist, kannst du ja selber mich korrigieren ja, das erste Mosebrief ist, genau, das ist Mosebrief ist, und zwar, und zwar wo Noah, ja, und seine Nachkommen, Shem, Ham und Japheth Ham war ja verflucht anscheinend, so steht das da drin ich habe es gesehen, wie gesagt, kann es sein, dass es auch vielleicht eine, dass es auch falsch ist, aber da drin auch weiß, was ich meine, viele Sachen werden verfälscht aber ich habe es halt so gelesen und habe mich dann erkundigt, wer Ham war, wie sahen die aus, und Ham war mehr ägyptischer Region, und die waren jetzt keine Araber, das waren also mehr südlich, also so südlich, wie nennt man das nochmal gib mir bitte den Vers, dass ich weiß, um was es geht auf jeden Fall waren es Afrikaner, ja und du weißt ja ganz genau, dass damals Jesuiden oh mein Gott, ich weiß, man hört dich doppelt man hört dich doppelt man hört dich doppelt jetzt? jetzt? jetzt hört man dich, glaube ich, nochmal ja sorry, und zwar ich habe mich dann auch gefragt, so, warum haben die Jesuiden damals, ich weiß nicht, ob du die Jesuiden kennst, das ist so eine Sekte, warum haben die damals die Afrikaner versklavt und die indogenen Menschen und ich denke mir so, wie das vielleicht daran, dass sie sich damit freikaufen wollten, was ich meine auf dieses, auf diese, auf die Genesis, verstehst du das meine, kannst du mir folgen? ich folge dir also, du musst mir aber den Vers trotzdem geben, also ich höre dir sehr gut zu, weil wie gesagt, ich habe so ein Hörbuch und ich merke mir wirklich sehr, sehr, sehr viele Sachen, was im Hintergrund passiert ist damals wenn ich das fertig habe, dann zeige ich es hier, dann weiß ich, ist kein Problem, ist kein Problem, ist kein Problem, deswegen jetzt mal ich hole dich dann wieder hoch, ich hole dich dann wieder hoch, wenn du, wenn du saßt okay, danke dir okay, alles klar, alles klar okay Bruder Flex, kannst du mir sagen, ich war kurz weg, da bei Hamdi kurz unterwegs, aber der hat mich wieder, der kann wohl mit guten Argumenten nicht umgehen aber was ist, was ist, was ist Thema nochmal gerade hier, ich bin jetzt gerade wieder hochgekommen heute sprechen wir tatsächlich über Rebekah, ob sie wirklich 3 war oder nicht Rebekah, ah, das war gerade auch Thema, lustig ja, weil ich werde, ich werde, ich werde sehr detailliert darüber sprechen und, ähm, das wird einfach für alle mal ein Ende haben jeder Christ, der hier drin ist, soll mir sehr, sehr gut zuhören, weil Rebekah war keine 3 und ja, das werden wir auch aus diesen Versen auch raushören, dass die Rebekah auch keine 3 war das können wir machen, lieber Bruder, ich habe da ein detailliertes Video zu gemacht, in dem, ähm, die, äh, der, der Rechenweg, äh, der Muslime und auch den Juden, der ja aus den, äh, Talmud kommt, in dem das gerechnet worden ist, dass der auf, äh, sie war 3, er war 40, geht nicht auf, weil da, ich, der Name ist mir empfallen die Frau hat 8 Kinder geboren, in dem Zeitraum, während die unterwegs war, das heißt, wäre, wäre das der Fall, hätte sie in einem Jahr 8 Kinder geboren und das ist, wie wir alle wissen, nicht möglich also, ich will, ja, vor allem, als für eine 3-Jährige, 3, eine 3-Jährige kann keine 8 Kinder auf der Welt bringen und eine 3-Jährige hat nicht mal ihre, weißt du, das ist genau das, was ich meine, was das Problem bei den Muslime sind die versuchen, äh, die Bibel zu verdrehen, aber die können die Bibel nicht verdrehen, weil die Bibel ist von Anfang an die Wahrheit und wird die Wahrheit bleiben und der Talmud hat mit der Bibel keine Gemeinsamkeit, das ist faktisch Nein, nein, der Talmud sind alles Niederschriften von Rabbiner, ja, der Tanach zum Beispiel ist, ist das, äh, sind die Bücher der Propheten und, äh, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Buch Mose, aber der Talmud hat überhaupt nichts damit zu tun, ja Richtig, das versuche ich ja, das versuche ich ja die ganze Zeit zu erklären, weil die kommen immer mit dem Talmud was interessiert mich, was der Rabbiner da vor paar Jahren da geschrieben hat, Talmud, Talmud, Talmud Bruder, du musst, du musst dir so vorstellen, du musst dir so vorstellen, wenn dir, wenn die Argumente fehlen, ja, das ist auch Da kommen sie mit anderen Sachen, ja Da kommen die mit, die greifen nach jedem Strohhalm, um sich über Wasser zu halten, ja, aber nur, bei uns gibt es das nicht, weißt du, bei uns Wir können alles offenlegen, wir gehen auf alles ein, sag mir Rebekka, okay, Talmud, wir schlagen das auf, wir gucken uns das an, wir werden dir Stück für Stück zeigen, dass sie drei, es wird kein Alter genannt, es steht kein Alter, das heißt, davon können wir schon mal ausgehen, ja, das heißt, Philosophie mit rechnerischen, hier recht, aber auch die rechnerische, äh, Darstellung, die geht nicht auf, also von daher, ich bin da komplett bei dir, Bruder, das ist gar kein Problem Lex, ich muss mal ganz kurz raus, weil irgendwie hängt das bei mir, ich kann die Kommentare nicht lesen, ich bin gleich wieder da Marouche, hörst du mich? Ja, ich höre dich Okay, ich muss ganz kurz raus und dann komme ich wieder rein, ja Okay, bis gleich Guten Tag in die Runde Gottes Segen, Kemi Gottes Segen euch Ähm, bin ich schon an der Reihe, oder noch nicht? Ich glaube, er ist gerade im Privatgespräch, deswegen kann er dir nicht antworten Er ist gerade im Privatgespräch? Ja, er spricht, glaube ich, gerade mit irgendjemand, er hat sich nämlich umgeschaltet Okay, dann warte ich ein bisschen Äh, Femi, wird dein Name eigentlich Femi oder Fami ausgesprochen? Weil das letzte hat Einfach Femi, wie, äh, Feminin, bloß ohne Nin, einfach Okay, gut, dann weiß ich Bescheid, weil da habe ich das letzte Fami genannt Ich habe auch den Feminismus gründe ich auch bald Ja, okay Das ist ganz sauer Das war ein Scherz, das war ein Scherz Ja, schon klar, Bruder, schon klar Aber ich, äh, würde gerne mal einmal kurz einwerfen Jetzt hat es damit nichts zu tun, aber der Hamdi Äh, das ist echt schon, äh, ne Ja, ein Typ für sich, ne So, der, der geht ja auf gar nichts ein, oder? Also ich war jetzt schon lange nicht mehr online Ein paar Monate war ich nicht mehr live, aber Ja, der geht ja auf gar nichts ein, der Bruder Ist ja Wahnsinn Wir haben auch so Brecher wie ihr Entschuldigung Also, ähm, ja Ich wollte auf ein paar Sachen eingehen, weil ich wollte nicht auf diese Geschichte mit Rebekka eingehen, weil mich, also mich würde das jetzt nicht daran hindern, an die göttliche Intervention des Evangeliums als auch der Tora zu zweifeln, also von daher... Aber bist du... Wo es Bero? Wo es Bero hat gemeint, ich habe jetzt gesagt, sie komme ich Und, äh, würde gleich nochmal reinkommen Hallo, wow, okay Femi, Femi Mubarak glaube ich heißt das, oder? Ja, ähm, ja, Mubarak, aber im hocharabischen würde das Mubarak als, ne Mubarak, okay Ja, einfach Femi reicht auch. Oder Femi. Genau, danke. Aram, ich sehe dich, Bruder. Ich wollte jetzt nicht auf die Geschichte mit Rebekka eingehen, weil das würde, habe ich auch gerade eben gesagt, das würde nichts daran ändern, zu glauben, dass die Tora als auch das Evangelium göttlich interveniert sind. Also deshalb, da werde ich dir gleich zuhören. Ich kenne natürlich auch schon die Antworten, dass sie jetzt nicht drei Jahre alt sein kann. Ich möchte aber nicht darauf eingehen. Ich wollte auf etwas anderes eingehen. Also ich würde mal behaupten, du bist Christ und du kennst das Christentum und das, was du sagst und das, was du lebst, ist das Christentum. Richtig? Die Frage ist jetzt, worauf möchtest du hinaus? Weil ich möchte jetzt das Thema mit Rebekka jetzt beim Mosebriefrecht durchgehen. Ich möchte darauf hinaus, dass ich Muslim bin. Ich bin auch theologisch ausgebildet. Das ist sehr schön. Und ich würde sagen, das, was ich repräsentiere, beziehungsweise was ich sage, hat dann, ja, das ist dann halt der Islam. Auch im Kontext des heutigen, oder im Zeitgeist des heutigen Jahrhunderts. Und das, was du eben gesagt hast, also ich will auch nicht viel sagen. Ich wollte halt nur sagen, wenn du mal Fragen hast und übersetzen möchtest und einen richtigen Islamologen bei dir haben möchtest, der halt eine theologische Ausbildung hat, nicht nur eine geisteswissenschaftliche, an der Uni und Arabistik und was weiß ich, sondern wirklich eine theologische Ausbildung und auch Vorbeter, Imam ist und so weiter und so fort, dann kannst du auf mich gerne immer zurückgreifen. Das, was ich eben gesehen habe, du hast natürlich richtig die Verse übersetzt, allerdings gibt es in der Ullum al-Koran, also das heißt in der Koranwissenschaft, auch Al-Sabab und Manzun. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, Femi. Sarah, ich habe deine Nachricht gerade eben gelesen. Was meinst du, durch Flex und Armee bin ich wach geworden? Hä? Okay, verstehe ich nicht. Okay, Femi, du kannst weiter reden, tut mir leid. Alles gut, kein Problem. Also, das heißt, im Großen und Ganzen gilt es ja auch bei den Koranwissenschaften, insbesondere wenn man jetzt Deutungswissenschaft begeht, dass man dort auch die Sebebun-Nusul, das heißt auf, also das ist Arabisch und das heißt auf Deutsch, das heißt auf Deutsch auf jeden Fall Offenbarungsgründe, weil wir wissen ja, dass der Koran nicht einfach so als Buch herabgekommen ist, sondern Stück für Stück offenbart wurde und es gab immer gewisse Ereignisse dazu. Deshalb muss immer der Kontext in Betracht gezogen werden. Das wollte ich halt nur sagen. Und im Zusammenhang, was du mit Rebecca ansprechen wolltest, mich würde zum Beispiel interessieren, also es geht jetzt nicht um das Alter oder sowas, sondern im Zeitpunkt von Herodes oder von mir aus auch, also der Dirigentschaft von Herodes als auch von Pontius und Pilatus, wie war das, was hat das dortige zu dem Zeitpunkt das Völkerrecht gesagt, wann das Heiratsalter ist beziehungsweise wann wurden dort Leute mit einander verheiratet? Sie muss auf jeden Fall über die Reife sein. Unter der Reife auf keine Chance, da gibt es sogar Bibelfers. Ich müsste noch mal schauen, aber die Frau muss auf jeden Fall über die Reife sein. Hier gibt es, im Christentum gibt es keine Kinderheirat, das wirst du auch niemals finden, aber wir wissen ganz genau, dass die Frau über die Reife sein muss. Also wenn du jetzt sagen wir mal theologisch, wenn du jetzt sagen wir mal theologisch da rangehen möchtest und sagst, ja, aber, aber dies und dies, das, aber gib mir eine Zahl, aber gib mir das, dann bist du bei mir fehl am Platz, weil die Bibel spricht auf jeden Fall immer die Wahrheit. Natürlich, das ist ja auch aus deiner Sicht so und ich wollte, das ist kein Vorwurf, sondern es geht jetzt auch, Dinge im historischen Kontext zu betrachten und mal sich in die Lage zu versetzen, wie war das unter der Dirigentschaft von denen, die ich genannt habe, Pontius und Pilatus beziehungsweise Herodes und was galt damals als Reife? Ist das jetzt die heutige geistige Reife, ist das die biologische Reife und so weiter und so fort? Da müssen wir die Schriften mal fragen, weil die Schriften sprechen ja Tacheles und weil du das ja ansprechen tust, gehe ich mal davon ganz stark aus, dass du uns auch die Verse hast, weil wenn du uns die Verse hast, dann können wir es ja zusammen durchgehen. Ich würde nur einfach im historischen Kontext, wie gesagt, nur im geschichtlichen. Femi, Femi, ich bin kein Philosoph, ich bin auch keiner, der ohne, sagen wir mal, Quellen redet, also ich rede nur mit Quellen, also wenn du mir die Quellen gibst, dann können wir zwei, drei Verse davor und danach lesen und dann schauen wir mal, ob du recht hast in dem, was du sagst. Ja, ich kann dir halt sagen, wie die ganze Welt damals getickt hat, also jetzt unabhängig von Religion oder sowas, sondern von gesellschaftlich, aus der gesellschaftlichen Perspektive, weil es gibt immer einen historischen Kontext und einen spirituellen Kontext. Klar bist du im religiösen Sinne Christ und Geiste, Christi, ich weiß nicht was alles. Jedoch muss man schon sagen, dass damals die Welt ganz anders getickt hat und man muss halt viele Dinge auch im historischen Kontext betrachten. Ja, aber da dürfte ich da auch kurz intervenieren. Ich muss diesbezüglich nochmal was hinzufügen, weil heute ist das Thema darf man kleine Kinder heiraten in der Bibel? Ja, nein, schauen wir uns das mal im Islam mal an und schauen wir uns, das sehe ich ganz andere Dinge. Du hast, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, Baby, ja, aber du kannst nicht etwas verteidigen, wenn es ganz klar und deutlich gedruckt steht, hey, ich habe eine Kleine kennengelernt, sie war sechs und ich habe alles vollzogen mit neun. Das kannst du nicht verteidigen. Nein, 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 man kann nicht, man kann nicht, ich muss wirklich sehr, sehr gründlich und dir das ganz genau erklären. Also wer mir erzählen möchte, dass eine Neunjährige damals ja viel, viel, sagen wir mal, bestückter war, wie eine Neunjährige jetzt, der ist von allen Geistern verlassen, weil das ist eine Lüge, weil eine Neunjährige bleibt eine Neunjährige, eine Neunjährige hat auch seine Menstruation nicht erreicht, also sorry, das kann man nicht schönreden. Das kann man wirklich nicht schönreden. Schau mal, ich sage nichts oder möchte nichts aus der, wie soll ich das sagen, irgendwie für gut sprechen, sondern mich nervt nur an die Kritiker, dass die immer zwischen heute und vor 1400 Jahren springen und den Filter von heute oder die Schablone von heute vor 1400 Jahren immer dazwischendurch, oder immer hin und her springen und dann sagen, ja, aber der Heilige Geist und Christus und Engelsgesang und so weiter und so fort. Das ist zum Beispiel irgendwie, wie soll ich das sagen? Was willst du denn hinaus jetzt genau? Also was willst du denn hinaus? Ja, ich möchte darauf hinaus, dass damals eine ganz andere... Weil die ganzen Jesiden, ich küsse eure Herzen, ich sehe euch, meine Jesiden, ich küsse eure Herzen. Das, was ich sagen möchte, ist, dass damals im Kontext der Geschichte etwas ganz anders... Ja, aber du redest ohne Quelle, weil ohne Quelle das Gespräch ist... Nein, ich glaube, Bruder, ich glaube, er versucht zu sagen, dass der historische Kontext, den er meint, allgemein, ich denke mal, das Staatsrecht damals gewesen ist. Also wir reden hier jetzt aus dem religiösen Hintergrund. Das heißt aber aus dem religiösen Hintergrund, das müsste ja im Vordergrund stehen. Das heißt, bei uns gibt es nicht, warte mal, bei uns gibt es nicht eine Altersangabe, dann, wann, dann, dann und dann, sondern über der Reife hinaus, ja, was für Pontius oder Pontius oder wer auch immer der Stadtteile, was die unter sich hatten, das ist uns egal, darum geht es uns gar nicht. Wir halten uns an der Schrift und du musst dich auch an deine Schrift halten und da gibt es Unterschiede. Nein, nein, nein. Also die Geschichte ist in dem Kontext egal, hier geht es um die Schrift. Da gibt es gar keine Unterschiede. Femi, darf ich dir was sagen? Ja. Ich habe richtige Salafis, ja, und ich spreche hier aus etwas, was ich selber mitbekommen habe, ja, ich spreche hier von Leuten, die so tief in dieser Sache drin waren. Ich rede hier von Salafis, Salafis, die den Islam verstanden haben, warte, die den Islam verstanden haben und dann den Islam den Rücken gekehrt haben, gekehrt haben, weil die gesagt haben, ach du Scheiße, warum habe ich das nicht früher gewusst? Also du kannst die Sache nicht schön reden. Sie war sechs, mit neun ging die Sache los, das kann man nicht schön reden. Nein, du verteidigst Aische, die vor 1400 Jahren in einem ganz anderen Völkerrecht gelebt hat, aber heute die Leute, zum Beispiel gibt es das Buch Vaterunser in der Hölle, da sind Messdiener misshandelt worden und für die sprichst du gar nicht. Warum erwähnst du nicht ihre Namen, die aber heute noch leben? Also dass du auf ein damaliges Völkerrecht, was damals ganz frei war. Ja, aber ein Kind bleibt ein Kind. Und wenn sowas nicht in der Bibel steht. Völkerrecht ist auch das falsche Wort. Ich denke mal, du kannst kein Völkerrecht mit das angebliche Wort Gottes gleichsetzen. Ja, das hat Gott euch im Koran. Nein, im Koran steht ja auch eindeutig drin, in Suche 4, ich glaube, Vers 6, wenn sie die Heiratsalter erreicht haben, könnt ihr denen ihr Erbe auszahlen. Es gibt ein Heiratsalter. Und damals, und ich kann dir auch sagen, dass jemenitische Juden bis vor 100 Jahren in jemen Kinder verheiratet haben. Ganz kurz. Moment. Ganz kurz. Ganz kurz. I have everything ready. The Holy Ghost is working with me. Aber eine Sache würde ich gerne voraussetzen. Yahweh is my boss. Yahweh is my boss. Ein Moment. Sahih, Sahih al-Bukhari akzeptiert, oder? Sahih. Imam Bukhari. Sahih, akzeptiert. Ja, aber schau mal, ich akzeptiere nur, dass du mir meine Religion verheiratet. I used to play with the duels. I used to play with the duels in the presence of the Prophet. And my girl friends used to play with me. Aha. I used to play with the duels so you used to play with me. When Allah's Messenger used to enter my dwelling place, they used to hide themselves. But the Prophet would call them to join and play with me. the playing with the duels and the similar images is forbidden. But it was allowed for Aisha. Okay, no problem. At the time as she was a little girl not yet reached the age of poverty. Sie hat nicht mal die Pubertät erreicht. So, und dann setzen wir uns die Schablone von vor 1400 Jahren auf. Oh, bitte. Das kannst du nicht verteidigen, bitte. Schablone aufgesetzt und damals im Völkerrecht war das so. Keiner hat sich dort beschwert, nur Flexi, der nach 1400 Jahren kommt und sagt, oh, das war aber damals ein klarer Verstoß gegen das heutige Völkerrecht. Ui, oh Gott. Was ist das denn jetzt? Also ich rede das jetzt nicht gut. Femi, Femi, weißt du, was mir aber gerade auffällt? Du warst ja am Anfang, du bist hier reingekommen, du warst ja ganz entspannt und jetzt merkt man, du bist ein bisschen angespannt. Warum? Weil du den historischen Kontext nicht berücksichtigst und das gegen die Wissen Also du willst mir sagen, ein historischer Kontext, eine Neunjährige würdest du jetzt noch verteidigen, es sei normal. Der Zeitgeist damals war so. Also warum sehen wir dann sowas, warum sehen wir denn sowas nicht in dem Christentum, warum sehen wir sowas nicht in der Bibel? Sorry, Christentum, gibt es mit Sicherheit einen Pfarrer, der sowas macht? Das unterstütze ich nicht. Aber wir wollen jetzt historisch in der Bibel, wir wollen jetzt historisch in der Bibel schauen, ob es sowas gibt und ich sehe sowas komischerweise nicht in der Bibel. Du hast gerade ein Zahir Bukhari, du hast nicht den Koran zitiert, du hast also, das heißt, ich dürfte einen historischen Kontext jetzt aus den Christen alles klar, ich zeig dir was. Ok, wir machen das einfach, ich zeig's dir, ich zeig's dir, wenn sie die Frist, wenn sie dann ihre Frist erreichen, weil sie recht über so eine Trendsicht, da haben wir noch was gefunden. Ja. So, bitte schön. Ich zeig's dir, erklärst du uns und dann schauen wir mal, was Timo auch noch zu sagen. Ich halte mich raus. Und dann schauen wir mal, du sagst aus dem Koran, jetzt holen wir mal was aus dem Koran. Schau mal. Ich hab alles ready für dich. Suche 56, wer's? Schau mal. Vierte Talat, ja, genau. Und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutungen mehr erwarten, wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit drei Monate. Aha. Und ebenso derjenige, die noch, die noch keine Monatsblutungen haben, diejenigen, die schwanger sind, ihre Frist ist erreicht. Und wenn sie mit dem niederkommen, was sie in ihren Leibern tragen und wer Allah fürchtet, mit dem schafft er in seiner Angelegenheit Erleichterung. Ich weiß, worauf das jemand kommt. Wenn wir aber ein paar Verse, wenn wir aber ein paar Verse zurücklesen, ich weiß, worauf du ihn ausmöchtest. Genau, Kinder sind erlaubt. Wir kürzen das Ganze ab. Nein, nein, wir kürzen das Ganze ab. Kinder sind erlaubt. Du kannst es nicht schönreden. Nein, nein, es geht nicht darum, um Kinder erlaubt, sondern dann, und jetzt ist ganz wichtig, es gab immer ein Heiratsalter und geh mal bitte auf Sure 4 und dort Nummer Vers 6 müsste das sein und da kannst du bitte auch mal erzählen. Es gibt ein Heiratsalter. Nein, nein, wir können einen Heiratsalter. Wir können einen Heiratsalter, oder? Ist das ein Widerspruch? Bitte? Denn ist das ein Widerspruch? Nein, nein, das ist doch ein Widerspruch. Wenn, doch, legt die Tasziere, lebt den Tasziere von Sure 64, fällst hier, und dann ist eine Frage, also, Bruder, Timotheus. Guck mal, darf ich kurz was sagen? Darf ich kurz was sagen? Du hast gesagt, Sure 4 Vers, XY. Okay, aber dann lesen wir wieder die Hadithe und es widerspricht sich komplett. Jetzt habe ich noch mal ein Hadith gefunden. Hier, bitte schön. Guck mal, ich zeige dir. Dann kannst du reden. Versprochen. Sunan al-Nasai, Sahih, the messenger of Allah, married me when I was six years and consumed the marriage, met me when I was nine and I used to play with the duels. Okay, so, meine Frage ist, ist das kein Widerspruch? Ist das kein Widerspruch? Lass uns den mal aussprechen, lass uns den mal aussprechen, sonst heißt es nachher, wir würden Ihnen keine Chance geben. Im Sinne des Zeitgeistes war das damals so. Warum haben zum Beispiel die Beni Kainukar, die Beni Kureida und Beni Khazraj, also das sind die Stämme, die damals dort waren, warum haben die nicht gesagt, oh Prophet, warum heiratest du ein Mädchen, ein Kindsalter, also warum ist sowas nicht historisch überlegt? Aber 1400 Jahre später kommt ein Flex und sagt, hey, das heutige Völkerrecht Ich habe das damals verboten, das ist von der Jirangi Probe. Wann habe ich gesagt, das ist verboten? Wann habe ich das überhaupt? Ja, ja, nein. Du hast gesagt, wir wollen das nicht gut reden, oder? Ich habe nicht gesagt, es war damals verboten. Ich habe nur gesagt, ich habe nie vom Verboten gesprochen. Nein, aber du sagst, du liegst Worte, du liegst Sachen, die ich nicht ausgesprochen habe. Hast du nicht gesagt? Ein neunjähriges Kind, bleibt ein neunjähriges Kind, fertig, basta, aus. Das kann man nicht schönreden. Ja, aber du redest, als wäre das vorgestern gewesen. Das ist ja nicht so. Aber das macht doch keinen Unterschied. Das machen auch großen Unterschiede. Femi, 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 wir machen das, wir machen das, guck mal, Femi. Ich will sehr respektvoll bleiben mit dir, weil du bist auch sehr respektvoll, alles gut. Aber stell dir mal vor, ja, jetzt, Timotheus, Bruder, ich komme zu dir, okay, und ich sage dann zu dir, oh, in meinen Träumen erscheint die ganze Zeit deine Tochter, Gott hat mir offenbart, ich will deine Tochter haben. Was würdest du sagen, Timotheus? Timotheus. Oder ich, als Christ würde ich dir den Vogel zeigen, wäre ich nicht am Christentum gebunden, würde ich dir wahrscheinlich andersweitig entgegenkommen. So, jetzt bin ich aber tiefer, Femi, 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 bitte. Bitte, ganz kurz, bitte nicht unterbrechen, ganz kurz. So, Timotheus, du musst dir jetzt mal vorstellen, also, ich bin zu dir gekommen und ich träume die ganze Zeit von deiner Tochter. Und dann sagst du aber, ich sage dir als Vater, oh, Gott hat mir offenbart, dass ich deine kleine Tochter heiraten darf. Was würdest du sagen? Bola, ich würde sagen, das ist nicht der Gott gewesen, sondern das ist der Teufel, der zu dir spricht. Dankeschön. Boom. Knockout. Kein Gott würde sagen, heirate eine Sechsjährige. Das ist ein Knockout. Das kann man nicht mehr schönreden. Dazu antworten. Boom. Knockout. Fertig. Fertig. So muss man sich das vorstellen. Das ist ein klarer Knockout. Gott kommt doch nicht zu dir und sagt, hey, dieses kleine neunjährige Kind, oh, das ist für dich. Und er träumt sogar darüber und sagt, oh, dieses neunjährige Kind, die ist für mich gedacht. Also, sorry, bitte, das kann man nicht schönreden. Sorry. So, und das ist jetzt ganz wichtig. Dürfte ich dazu auch antworten? Flex, bevor du antwortest, wollte ich noch kurz was sagen. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Flex, ich muss jetzt raus. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Berlin und ich fahre jetzt Auto, ja? Eine gute Reise. Okay, viel Spaß. Eine gute Reise und fahr anständig, ne? Ja, mache ich. Also, vielleicht hören wir uns heute Abend oder heute Nacht. Ich ruf dich, ich ruf dich, ich ruf dich nachher an. Ja, ist okay. Alles klar. Weil ich bin, ich bin die Tage, ich bin die Tage wahrscheinlich auch in der Nähe übrigens, ne? Ah, okay. Tamam. Alles klar. Und heute Abend schön Fußball gucken, Maru. Ja, danke. Und dir, wie gesagt, viel Spaß beim Spiel und Gott sei Dank. Ich schicke dir Bilder, ich schicke dir Bilder. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao, ciao. Sehr cool. Bis dann, ciao. Ciao, ciao. So. Flex, dürfte ich antworten, bitte? Na klar, na klar. Darfst du. So, erstens, das, was du rhetorisch als Knockout siehst, sehe ich nicht so. Das muss ich dazu sagen. Wenn jetzt, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Wir sind ja, wäre ja auch komisch, wenn ja, dann wäre es auch kein Muss. Nehmen wir das Jahr 2023. 23, jemand kommt zu mir, ich habe eine Tochter, der kennt den Koran auswendig, hat einen langen Bart, Pluderhose, Torbahn, was weiß ich. Und der sagt, du, Bruder, ich komme zu dir und möchte um die Hand deiner Tochter bitten. Dann sage ich zu denen, komm mal bitte kurz rein und würde den erschießen. Sage ich dir so. Ganz klipp und klar. Und das mache ich als Muster. Und ich würde mich dann anzeigen und sagen, hier liegt eine Leiche, tut mir leid, der hat hier irgendwie, weil das ein Pädo ist. Aber, und jetzt, ganz wichtig, und damals, und jetzt wieder die Schablone von vor 1400 Jahren, weil wir müssen nun mal, dass den Zeitgeist... Darf ich mal ganz kurz unterbrechen, Femi? Nein, bitte, lass mich kurz, bitte. Lass mich kurz ausreden, aber ganz ehrlich, wir hören hier nur Philosophie, aber okay. Das hat nichts mit Philosophie zu tun. Weil wir nun mal heute in einer aufgeklärten Gesellschaft sind, wir wissen, wie die Psyche von Menschen funktioniert und wir haben halt dafür heute ganz andere Standards als damals. Entweder man ist realistisch und man berücksichtigt den Zeitgeist oder man spielt halt so immer, ich springe zwischen vor 1400 Jahren und heute und wende die heutigen Standards und ethischen, moralischen Ansätze von heute dort an. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr unrealistisch und vor allen Dingen die Verdrehung von historischen Tatsachen. Ja, und das muss man... Was ist denn verdreht für dich? Ich muss da eigentlich schon... Ganz einfach. Was ist denn verdreht? Also haben wir Unrecht getan? Ich gehe jetzt auch mal drauf ein. Was haben wir hier verdreht? Bitteschön. Du hast... So, wir haben hier... Du bist Theologe, ich habe Theologie nie studiert, aber ich sage dir ganz ehrlich, du kannst mich nicht manipulieren. Weißt du warum? Weil ich habe den Heiligen Geist, der auf mich wirkt. Und darauf gebe ich dir eine Antwort gerade. Amen. Das ist ja auch schön. Das Evangelium beinhaltet ja Licht, es ist göttlich interveniert. Jesus war ja letztendlich der Messias und er wurde gestärkt mit dem Heiligen Geist. Das bestätigt ja letztendlich der Koran. Der Koran befähigt auch, dass er auch das Wort und der Geist Gottes war. Also der, ja, Kalimullah und Ruhrullah, ja natürlich. Ne, Kalimullah ist der... Der Geist Gottes. Nein, nein, Kalimullah. So, bevor wir jetzt wieder an das Thema sechsten, ganz klar. Dass er das Wort und der Geist von ihm war. Also gut, also gut, ich muss ganz kurz unterbrechen. Wenn wir hier mit dem Heiligen Geist, wenn wir von dem Heiligen Geist sprechen wollen, sehr gerne, weil ich weiß ganz genau, ich spreche Hak. Okay? Gut. Wenn Isa mit dem Heiligen Geist gestärkt wurde, genau, dann reden wir hier von einem Heiligen Geist. So, wenn wir Heiliger Geist nehmen, ja, und das übersetzen, das sind die Dreifaltigkeiten. Was sind die Dreifaltigkeiten? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wer mir sagen möchte, dass Jibril der Heilige Geist ist, der ist von allen Geistern verlassen, weil Jibril kann kein Leben einhauchen. Der Einzige, der Leben einhauchen kann, ist wer Gott, der Allmächtige. Vater, Sohn, Heiliger Geist. So, mit diesem Vers alleine, Sura 2, Vers 87, hat sich der ganze Koran eigentlich selber hops genommen. Und das ist Fakt, weil der Heilige Geist ist nicht Jibril. Wer sagt, dass der Heilige Geist Jibril ist, der ist von allen Geistern verlassen. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Eine Frage, Leute. Ist Jibril Vater, Sohn, Heiliger Geist? Das ist ja an die Christen gestützt. Ganz nochmal, Leute. An allen, die drin sind, ist Jibril Vater, Sohn, Heiliger Geist? Nein! Knockout! Nochmal ein Knockout. Es ist einfach so. Und wieder ein Knockout. So, und zwar folgendes. So, darf ich jetzt mal einmal ganz kurz, bevor Demi wieder ablenkt von dem Thema. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Ja, wir hören. Ja, wir hören dich. Ja, also ich bin bei der Arbeit, deshalb kann ich auch nur ganz kurz, ich bin auch gleich wieder unten. Ähm, erstmal danke, Flex, für das, was du hier machst. Ich bin ein Riesenfan von dir, wie alle hier wahrscheinlich, oder viele. Und, äh, ja, was Femi jetzt natürlich gesagt hat, von wegen Zeitgeist, und damals war das so, und Völkerrecht, Blablub, das ist natürlich alles gequirlte Scheiße, auf Deutsch. Weil, als nämlich, ich weiß gar nicht genau, aber Femi wird das sicherlich wissen, wer da genau dann zu Mohamed kam und um die Hand der Tochter Fatima hieß, die, glaube ich, gebeten hat. Sehr gut. Und wo Momo dann gesagt hat, nein, sie ist zu jung und sie war zwölf. Also erzähl mir nichts von Geschichte und Zeitgeist und Blablub, das war damals nicht anerkannt. Mehr will ich gar nicht sagen. Okay, Tina, Professorin für Geschichte und, äh, absolut ungültig, alles, was sie gesagt hat. Dankeschön. So, ähm, folgendes. Die, ähm, das tut mir echt leid, wenn ich das jetzt... Ja, äh, ich hab's jetzt nicht ganz verstanden, aber Mohamed wollte seine Tochter nicht verheiraten lassen, ne, weil sie zu jung war für ihn sein, auch, oder? Schau mal, also, schau mal. Erst einmal, ähm... Weil sie war ja erst zwölf, das ist ja untragbar. Kannst du mich wieder runterkicken, Flex? Ja, ja, alles gut. Tina, wie gesagt, ähm, ich bedanke mich für die Geschenke, auch wenn es kleine Geschenke sind, ne, was ich gesehen habe. Obwohl, wie gesagt, ich bedanke mich immer gerne, ne? Ja, kein Problem, mach ich doch gerne für dich. Also, ja, dankeschön, danke. Dankeschön, danke. Ich küsse dein Herz, ich küsse dein Herz, soll dich Gott bereichern. Ich wollte nur kurz was im Zusammenhang mit Heiliger Geist und Trinität und so weiter und so fort, was darauf antworten, weil das mir auf der Zunge liegt. Danach können wir gerne das, was Tina gesagt hat. Ähm, und zwar, das monatheistische Verständnis ist also aus dem Islam herausgesprochen, weil ihr spricht ja aus eurer Perspektive. Und ich spreche halt aus der muslimischen Perspektive. Wir wissen, dass Gott Eigenschaften hat, die ewig sind. Ja, allsehend, allwissend, allmächtig, allversorgend. Das sind halt ewige Attribute, die außerhalb des Raum- und Zeitkontinuums unserer Welt, unseres Universums sich befinden, weil er die Ewigkeit ist. Und das monatheistische Verständnis sagt hier halt, dass seine Attribute jetzt nicht einer, unabhängig davon, ob allmächtig oder was weiß ich, nicht so erniedrigt werden können, dass die dann quasi in einem Fleisch reingepackt werden und einem Geburtskanal ausgesetzt werden. Also, okay, worauf möchtest du jetzt hinaus? Weil diese theologische Rhetorik, die du benutztest, funktioniert bei mir nicht. Ich sage nochmal, ich rede durch den Heiligen Geist gerade. Ich sage dir ehrlich, wie ist das? Ich erkenne sofort, dass du hier gerade was hinzufügen möchtest. Komm zum Punkt, was möchtest du denn sagen? Dann rede ich ja auch mit dem Heiligen Geist, der ein und das... Nein, du hast den Heiligen Geist nicht in dir, weil du erkennst die Wahrheit nicht. Das höre ich schon raus. Du kannst mich nicht vermissen. Ich sage dir ehrlich, heute bin ich on fire. Das monatheistische Verlösen, klar. Guck mal, lass mich ehrlich zu dir sein. Lass mich ehrlich zu dir sein. Ich bin heute tatsächlich on fire. Und ich erkenne es, wenn du Verwirrung reinbringst. Bring keine Verwirrung, bleib sachlich und sag mir einfach... Sag mir einfach, worauf du hinaus möchtest, weil du kannst mich heute nicht verwirren. Ich sage dir ehrlich, ich bin on fire. Aber wie kannst du denn sagen, dass Monotheismus bei uns nicht zutrifft? Das möchte ich gerne wissen. Ganz einfach, die Ewigkeit, die Gebote bzw. die Attribute Gottes sind ewig. Jesus lebt für einen begrenzten Zeitraum. Du hast doch niemals Theologie studiert, wenn du so anfängst. Also wir haben im ersten Buch Mose, haben wir den Vater, der durch das Wort alles erschaffen hat. Und der Geist schwebte über dem Wasser. Die Trinität haben wir im ersten Buch Mose. Ja, und sie drei sind eins. Sie drei sind eins. Also du kannst... Ich habe mit dem Wiener Rat gesprochen. Ich habe mit dem Rat... Wolliger Schwachsinn? Ja, natürlich. Alles gut. Die Motor ist. Okay, ich bin on fire, Bruder, genauso wie du. Der Heidegger jetzt redet durch mich genauso, Bruder. Fangen wir an, los. Lass ihn reden. Ich höre jetzt ganz aufmerksam zu. Und dann hole ich mir das was, was er gesagt hat. Da machen. Also ich höre zu, Femi. Ich höre nochmal zu. Nein, nein, ich weiß auch, worauf du hinaus möchtest, Flex, weil die Verbindung zwischen Thora und Koran ist ähnlicher als zwischen Evangelium und so. Aber bei mir ist es halt so, wenn ich eine Frage über die Thora oder was ihr halt das Alte Testament nennt, habe, dann gehe ich zu einem Rabbiner. Wenn ich eine Frage habe zu den Evangelien und wie das Christentum ist, dann gehe ich halt zum Pfarr oder ich gehe hier halt zum Flex oder was weiß ich. Aber du nimmst nicht die Bücher. Du nimmst nicht die Bücher und liest da drin. Du gehst so um den Dritten und... Der habe ich sowieso, aber ich... Ja, wie kannst du dann im ersten Buch Mose das nicht gelesen haben, bitteschön? Natürlich habe ich das. Der erste Buch Mose, da geht es ja auch letztendlich um die ganze Schöpfung. Aber... Okay, okay, wir machen das jetzt noch viel einfacher. Wir machen das jetzt noch viel einfacher. Wenn du das schon gelesen hast, das Brief Mose... Du musst nichts zitieren, aber eine Sache solltest du wissen, wenn du wirklich das Buch Mose gelesen hast, dann solltest du nur eine Sache wissen. Und das ist ganz kurz erklärt. Um was geht es denn beim ersten Buch Mose? Für was steht dieser Buch Mose? Für wen gilt dieser Buch Mose? Ja, aber siehst du da drin Jesus? Oder was? Oh mein Gott. Timotheus übernimmt für mich. Ich glaube, wenn ich... Das Ding ist, ich will dich nicht bloßstellen. Okay. Ich will dich nicht bloßstellen. Weil wirklich von ganzem Herzen, ich respektiere dich. Ich will auch nicht angreifen, aber ich merke, du hast das Brief Mose oder Mose nicht gelesen. Weil das war eine einfache Frage, die ich dir gestellt habe. Ein wahrhaftiger Christ würde darauf eine Antwort geben, aber diese Antwort will ich dir nicht geben, weil ich weiß, was in dem Brief Mose steht. Er hat dann gesagt, ich werde nicht. Aber du hast gesagt, du hast es gelesen. Nein, aber ich frage dich jetzt, wer hat denn gesagt, ich werde nicht Jesus oder wer? Lassen, bleiben wir mal bitte bei einer. Du hast doch vorhin gesagt, du hast Mose gelesen. Habe ich es falsch verstanden? Richtig, ja. Ja, also ich habe dir eine einfache Frage gestellt. Hast du sie mir beantwortet? Nein, du hast mir keine Antwort gegeben. Lass mich bitte... Kannst du die bitte wiederholen, die Frage? Sorry. Also du wolltest nur wissen, ob ich die erste Buch Mose gelesen habe oder was? Also noch mal. Also noch mal. Vielleicht habe ich nicht richtig zugegeben. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Bei ganzem Herzen. Ich küsse doch dein Herz. Alles gut. Ich habe dir die Frage gestellt. Um was geht es denn in dem Brief Mose? Für wen gilt denn der Brief Mose? Das Volk der Israeliten, die zwölf Stämme? Ich weiß nicht. Dankeschön. Okay. Was haben denn die Israeliten damals getan, warum dieses mosaische Gesetz kam? Die haben ein goldenes Kalb angebetet oder sowas ähnliches. Aha. Also. Boom. Fertig. Das war's. Das Gesetz Mose gilt für Israel. Warum? Weil sie hoch ausgesündigt haben. Jetzt werden viele damit kommen. Ah, ja. Aber Kinder sind gestorben. So, wenn ich ein Götzendiener bin und meinen Sohn Götzen beibringe, dann wird er natürlich auch gerichtet. Richtig oder falsch? Richtig. Und da gab es ja die Leviten. That's the answer. Ja, ja. Es heißt ja auch, die Leviten lesen, das ist nicht so einfach, wenn man einem sagt, ich werde den Leviten lesen, weil dahinter verwirkt sich ziemlich viel Blut eigentlich. Aber so, ähm, ich will da, nein, nein, also. Femi, Femi, ich sag dir, ich sag dir ehrlich, also die letzten paar Monate habe ich mich sehr tiefgründig mit dieses Thema beschäftigt und ich versuche mein Gehirn jeden Tag mit dem Heiligen Geist zu stärken und heute tatsächlich bin ich so on fire, du kannst hier Gottes Wort nicht verdrehen. Vielleicht kannst du morgen Gottes Wort verdrehen, aber heute keine Chance. Nein, guck mal, Flex, bei allem Respekt, erst einmal, ich weiß, dass ihr an Christus glaubt, der die frohe Botschaft ist und die frohe, klar, das Evangelium ist die frohe Botschaft und dass er ein Gottesgesandter ist. Also ich weiß das alles und ich akzeptiere das genau so. Wir wissen auch, dass darin Licht ist und dass die Leute auch Erleuchtungsmomente bekommen und Recht geleitet werden durch dieses Buch. Das ist jetzt nicht irgendwie etwas, was ich jetzt aus Takir oder was weiß ich Gründen sage, sondern ich weiß das letztendlich. Nur ich sehe und das ist unsere muslimische Perspektive und eure christliche Perspektive prallen ja gerade aufeinander ein und dass wir da nicht überall den gleichen Nenner haben, das ist auf jeden Fall klar. Nur man sollte sich immer Türen öffnen für einen ökumenischen Talk. Wer ist denn Gottesgesandter? Die, die von Gott gesandt wurden? Wer? Mohammed, der Letzte und davor. Okay. Warum wusste denn er in der Höhle Mohammed nicht, ob es ein Engel war oder nicht? Warum wusste er das nicht? Warum hat es jemand anders gesagt? Ja, also ich habe da, ich muss dazu sagen, ich blocke hier leider, weil ich habe meine eigene islamische Sichtweise da drauf und kann leider deine Sichtweise nicht teilen. Also du hast eine eigene, eigene, eigene Ansicht der Schriften als alle anderen Muslime, würde ich mir jetzt sagen. Nein, und damit meine ich halt, guck mal, die muslimische Perspektive darauf ist eine andere als die christliche, ist so. Da kannst du dich ja zum Kreis drehen. Aber was sagst du denn, was sagst du denn, was sagst du denn zu der Suche, zu der Suche 2 Vers 136? Was sagst du denn dazu? Du bist im Arm. Ich begehen gleich darauf ein, aber Femi, es kann sein, es kann sein, Femi, dass du Theologie studiert hast, aber deine Theologie wird heute bei mir nicht funktionieren. Ja, glaube ich auch, du bist ja auch Christ. Du bist nicht meine Zielgruppe, ich wollte nur halt... Ich will dich gar nicht angreifen, dass du überhaupt Theologie studiert hast, aber dein Verständnis, dein Verständnis ist vage. Also ich zweifle, dass... Schau mal, Timotheus, das kannst du auch deinen He-Man-Figuren sagen. Du kannst dort auch Scharia-Stab spielen und sagen, du hast Takir gemacht, jetzt wirst du geköpft und keine Ahnung was. He-Man-Figuren, He-Man-Figuren, okay. Kennst du doch He-Man, ich weiß nicht, ob du... Ich kenne He-Man, ja, ja, geköpft, geköpft ist natürlich... Nein, geköpft ist natürlich... Ich habe Glück gehabt, dass ich nicht geköpft worden bin, weil ich bin damals aus dem Islam ausgetreten, ne? Und laut Hadith hätte ich ein bisschen Zeit gehabt und da hätte man mir Nackentherapie verpassen müssen. Richtig oder falsch? Richtig oder falsch? Falsch. Achso, das stimmt nicht. Nein, nicht, dass das... Also leugnest du den Hadith? Nein, ich leugne auch nicht den Hadith. Sondern... Nein, die Jurisprudenz, die Jurisprudenz erlaubt Flexibilität, das heißt, wenn jemand von euch nach Ägypten geht, sich hier abmeldet, dort anmeldet und sagt, hallo, ich bin Muslim und jetzt werde ich Christ und jetzt werde ich wieder Muslim und jetzt werde ich wieder Christ, wird er dort nicht aufgehangen oder gesteinigt oder was weiß ich was oder... Das ist völliger Schwachsinn, das muss nicht sein, der Selbsterhalt ist gar nicht mehr so wichtig gerade, alles ist verbreitet. Femi, ich respektiere dich und wirklich, ich habe mich wirklich gefreut, dass du da warst und dass du mit uns geredet hast, aber ich kann dir sagen, weil der Heilige Geist bei uns hier im Raum ist, wirst du und kannst uns heute nicht verwirren mit deiner Theologie. Ob du Theologie jemals gemacht hast, ich weiß es nicht, aber ich höre das jetzt nicht wirklich raus. Ich weiß nur, dass du lange, lange redest, ja, okay, ist kein Problem, ich respektiere dich trotzdem, wirklich bei allem, ich respektiere dich trotzdem und ich will auch, dass jeder, der hier in dem Channel drin ist, ihm auch respektiert, ich spreche das auch aus. Und ein Gebet für ihn ausspricht, ja, dass der Herr Jesus Christ ist auch sein Herz. Genau, aber Femi, ich möchte dir eine Sache mitgeben, bitte verschließ deine Augen nicht, bitte versuch die Wahrheit, such nach der Wahrheit und ich garantiere sie, ich garantiere dir, es wird zu dir kommen, du musst nur deine Augen öffnen, mehr nicht. Ich weiß, und ich weiß das sehr zu schätzen, Flex, ich weiß das sehr zu schätzen, du möchtest natürlich auch nicht, dass irgendwelche Leute dem Abgrund entgegen gehen. Das Gleiche kann ich auch zurückgeben, ich danke dir dafür, ich danke dir auch für den entgegengebrachten Respekt. Ich wollte mir eigentlich nur sagen, falls irgendwelche Fragen sind und du wirklich mal eine islamische Perspektive haben willst und nicht selber rein interpretierst, dann kannst du gerne auf mich zukommen oder auf dich oder wie auch immer. Ich nehme dich, ich nehme dich und dann nehme ich noch die Mary, weil nicht, dass du was anderes erzählst, weil die Mary kann sehr gut Arabisch und dann wollen wir ehrlich miteinander sein. Sehr gerne, jederzeit. Okay, mal gucken, was dann Mary dazu sagt, weil ich brauche zwei Leute. Aber schau mal, auf jeden Fall, ich kenne dieses Format hier, ich weiß, mit vielem bin ich nicht einverstanden, klar. Aber es ist halt so, wie es ist. Es gibt nun mal... Mit was bist du nicht einverstanden? Mit, ich sag jetzt mal, mit so gewissen Inhalten, die insbesondere... Im Islam? Nein, mit gewissen Inhalten deines Streams. Das meine ich. Okay, was gefällt dir? Was gefällt dir hier in meinem Stream nicht? Das kannst du ruhig sagen, ist ja nicht so schlecht. Canst du mich kurz Gruß machen? Ich bin sofort wieder weg. Einfach nur Gruß machen. Wer ist das? Okay. Ich höre dir zu, Femi. Ja, also wenn ich jetzt, also zum Beispiel mag ich es nicht, wenn man außerhalb des Islams jemandem sagt, du Muslim, du musst so und so sein, ansonsten bist du kein Muslim. Das heißt, außerhalb des Islams definiert man interne islamische Statuten und katapultiert die Muslime aus dem Islam raus. Das ist irgendwie so ein Paradoxon, was ich irgendwie nicht gut finde. Das ist das Einzige. Ich habe eine Frage an dich, Femi Mubarak. Der Islam wird doch siegen, oder? Also eigentlich wird Gott letztendlich siegen. Ja, ja, aber der Islam wird siegen. Also folgendes. Ich halte es für eine logische Konsequenz, dass nach dem Judentum, das Christentum, der Islam sich in Europa manifestiert. Das klingt teils am Logischen. Also du gehst, also so wie ich das raushöre, der Islam wird siegen, richtig? Ja, also es gibt Achadisse. Dann sagen wir mal die Endzeit. Sagen wir mal, sagen wir mal die Endzeit. Das Endzeit-Szenario heißt eigentlich, es gibt kaum noch Gläubige und ich weiß nicht, was ich, also es gibt so Endzeit-Achadisse, die halt sagen, es gibt kaum noch Gläubige auf der Welt. Also jetzt ist natürlich die Frage, was heißt das? Also sagen wir mal, sagen wir mal, du bist ein guter Jongleur, muss ich dir zugestehen. Du hättest vielleicht statt Theologie Philosophie studieren sollen, weil du echt gut darin bist, mit so Worten zu jonglieren. Also ich will dich nicht verwenden, ich mag deine Redensart, ja, ich mag deine Redensart, aber du, also du würdest auch viele Muslime widersprechen. Also mit dem, was du erzählst, würdest du auf Widerstand stoßen bei vielen deiner Glaubensbrüder. Ja, aber das. So, ich möchte nochmal darauf eingehen. Wenn der Islam ja siegen wird, Femi Mubarak, ja, der Islam wird ja siegen, du sagst, der Islam wird auf jeden Fall sehr stark dominieren hier in Deutschland. Alles schön und gut. Alles schön und gut, soll es ja so sein. Alles schön und gut, ich sag ja nichts, ja. Aber warum stört es euch, wenn ein Flex hier aufklärt und darüber redet? Also, Islam wird doch sowieso siegen, also. Warum stört es euch denn, wenn ein Flex hier so... Macht der Arm die doch auch. Der Arm die ist doch auch live und redet gerade die ganze Zeit über Paulus, dass er satanist wäre und hast du nicht gesehen. Geh doch mal da hin und verbiete ihn das mal. Nein, nein, also, klar... Nein, nein, das nicht, ne? Nein, 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 kann man mich hören? Kannst du mich hören? Alles klar. Ich finde das absolut ekelhaft, dass man zum Beispiel von deinem Bild einen Screenshot macht und dann im Hintergrund, das tut mir echt leid, meine muslimischen Brüder... Aber ist dir aufgefallen, Femi, ist dir aufgefallen, Femi, wenn du hier reinkommst, ich behandle dich mit Respekt, ich poste hier keine Bilder rein. Also, das sehe ich zumindest, ja klar, das kann man ja nicht von der Hand weisen. Siehst du? Und das ist der Unterschied zwischen uns Christen und die anderen Gummibärbande. Wir sind nicht so, wir sind rein im Herzen. Also, ich finde, es gibt halt, also, rein objektiv betrachtet... Femi, hallo, Femi, grüß dich. Hallo, Femi. Ja, Mali. Hi, ich habe mir das gerade ganz kurz angehört. Ich bin selber Muslima, aber ich bin ein Freund oder ein Mensch des Friedens. Und für mich gibt es gar keine, also, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Weil ich schüttle einfach nur manchmal meinen Kopf und denke mir, im 21. Jahrhundert, dass wir uns immer noch über Religion streiten, ist meines Erachtens sehr traurig. Keiner streitet wegen Religion. Jeder macht seine Aufklärungsarbeit ganz normal. Streiten tue ich mich über die Religion nicht, weil was die andere Seite macht über den Christentum oder ob sie über das Christentum reden, interessiert mich sowieso nicht. Ich mache meine Arbeit für meine Leute, dass sie die Wahrheit erkennen. Wenn du Muslima bist, dann freu dich, ist doch okay, aber du kannst uns nicht erklären, oder was wir zu tun haben und was nicht. Ich meine ja nicht immer, das geht ja schon da los. Ihr lässt mich noch nicht mal ausreden. Ich habe nicht dich angegriffen, ich habe nicht dich angegriffen, ich habe hier gerade gar keinen angegriffen. Es ist nur traurig, im Chat zu lesen oder auch jetzt hier zu hören, dass man hier überhaupt jemanden angreift. Letztendlich soll jeder seine Religion behalten, weil ich finde, alles, was radikal ist, wir sind alles Gotteskinder und was heute in der Gegenwart passiert, dass Kongo ausblutet, dass sich einer verbrennt, damit man auf Kongo aufmerksam wird, dass Afghanistan komplett vergessen wurde, dass Palästin die ganze Zeit gerade angegriffen wird. Es ist die Glaubensstelle unserer aller drei Religion. Und mir blutet das Herz, dass wir in Europa, im privilegierten Europa heute darüber diskutieren, während wir Menschen sind. Weil, ich glaube, ich muss dich nur kurz hinterbrechen. Du hast diese Länder alle genannt, du hast jetzt alle diese Länder genannt, aber was ist denn mit den Jesiden? Du hast Afghanistan genannt, du hast Palästina genannt, du hast alle genannt, aber was ist denn ich kann Indianer nennen, ich kann die Kurden sogar nennen. Aber was ist mit Jesiden? Jesiden alle? Glaubst du wirklich, ich weine für Jesiden weniger als für Kurden oder für Christen oder für Juden oder für Moslems? Es ist für mich, das ist für mich ein Armutszeugnis im 21. Jahrhundert. Ich muss mich verabschieden. Darüber zu streiten. Hier redet jemand, der erwangt hat und Aisha in ihrer Rede. Danke, ich folge euch, Timotheus. Entschuldige, Bali. Danke, oder? Gottes Segen, ich folge zurück. Danke, bis demnächst. Mal sehen. Bali, ich finde deine Worte sehr schön und deine Ansicht auch sehr gut. Ich würde es begrüßen, wenn du es dich schon getan hast, wärst du für mich eine ganze Ecke glaubwürdiger, wenn du dasselbe gleich bei den Hamdi sagen würdest und denen das auch mal so erklären würdest, dann wärst du sogar noch glaubwürdiger und dann würde ich es noch mehr begrüßen, als ich es ohnehin schon tue, weil ich bin auch für Frieden. So wie es der Herr Jesus Christus gesagt hat, liebt eure Nächsten. Guck mal, Bali, ich will dir nur eine Sache sagen. Bali, geh mal rüber zu Hamdi und Joker und schau dir die Sache nur eine halbe Stunde an. Und dann sag mir, ob das islamisches Verhalten ist. Wenn ja, okay. Wenn nein. Meine Community kommt nicht. Ich gucke mir sowas nicht an. Ich schäme mich in Grund und Boden für solche Moslems. Ich schäme mich in Grund und Boden für... Ich glaube noch nicht mal, dass alle Deutsche so sind, wie sie seit sieben Wochen hier gerade auf TikTok tun. Okay, ich schäme mich komplett für... Ich halte mich aus diesen radikalen Gruppen komplett raus. Gottes Segen, Conny. Schön, dass du da bist. Versteht ihr? Weil ich weiß letztendlich, jeder, da könnt ihr, glaube ich, sind wir alle d'accord. Jeder empfindet oder erörtert die Glaubens- oder die Gottesbücher anders. Alles ist eine Sache der Wahrnehmung. Wenn du das so verstehen möchtest, dann verstehst du das. Wenn du es aber anders verstehen möchtest, dann verstehst du es anders. Ich habe schon damals begriffen, Gott hat uns alle erschaffen. Er hat sogar die Ameise erschaffen. Er hat sogar den Grashalm erschaffen. Die streiten sich nicht. Und das Perfekte, was er erschaffen hat, die streiten sich. Schätzchen, keiner hier drin streitet. Was ich mache, ist eine ganz normale Aufklärung. Die Gummibärbande, die haben ein Problem damit, weil ein Flex kommt und stört deren Dauer. Aber wir müssen die Wahrheit sprechen. Und ich muss die Wahrheit sprechen. Meine Geschwister und Brüder müssen die Wahrheit erkennen. Nicht, dass alle direkt in die Irre laufen. Das funktioniert nicht. Das kann ich nicht zulassen. Irgendwann habe ich einfach damit angefangen, weil ich einfach gedacht habe, so keine Ahnung, aber irgendwas sagt mir, ich muss das machen. So, jetzt mache ich das. Die Gummibärbande hat ein Problem damit. Sollen sie doch ein Problem damit haben. Aber ich mache hier meine Arbeit. Wer die Wahrheit hören will, der kommt zu mir und hört sich das an. Wer aber sagt, ey, das ist ein Islam-Hetzer, der soll einfach Bali ist. Ich mache das immer ganz einfach. Hochgehen, Flexer-Brainier und auf Sperren drücken. Du siehst nie wieder mein Stream. Und die Sache ist gegessen. Das war's. Ja? Weißt du, was ich meine, Bali? Das ist nicht böse gemeint. Du hast ein Herz. Ich merke auch, du bist voll das Liebe-Mädchen. Aber Bali, was ich hier mache, ist eine Aufklärung. Und nicht, ich hetze gegen dich, ich hetze gegen dich. Nein, falsch. Guck mal, egal welcher Moslem hier hochgekommen ist, solange er respektvoll mit mir redet, ist die Welt bunt und gut. Und wenn du die Wahrheit hören willst, dann kommst du hier rein, hörst zu und schlagst die Quelle selber auf und schaust, hey, hat dieser Flex überhaupt recht? Stimmt das, was er da sagt? Und wenn du es lesen tust und selber siehst, oh, der Flex hat aber recht, dann hör dir die Wahrheit weiter an. Aber wenn du sagst, oh, dieser Flex ist ein Lügner, obwohl du die Quelle nie aufgeschlagen hast, denn bist du einfach ein egoistischer Mensch und du willst die Wahrheit eigentlich gar nicht wissen, sondern du gehst einfach nur nach deinem Gefühl. Ah, der lügt. Ja, ich mache das hier nicht. Ich mache das nicht aus Spaß. Ich mache das, weil ich gewisse Dinge gesehen habe, wo ich sage, so, darüber muss man reden. Man kann die Wahrheit nicht verstecken, Bali. Die Wahrheit kommt irgendwann mal ins Tageslicht und das mache ich hier gerade. Das heißt, in einer vernünftigen Gesellschaft müssen wir auch reden können. Wir müssen kommunizieren, Dialog führen können. Exakt. Guck mal, ich sag dir, Aruno, Aruno, Bruder, Shlomo, Shlomo, an die ganzen Aramäer, ich küsse eure Herzen. Bali, du bist wirklich ein liebes Mädchen, aber ich würde dir empfehlen, von ganzem Herzen. Oder, warte mal, Sugarmelon, bist du da? Sugarmelon? Die Katze ist auf jeden Fall da, Bruder. Ja, ich weiß, okay, nicht so schlimm. Bali. Flex, hörst du mich? Ich höre dich supergut, ja. Okay, könnte ich nur was dazu sagen, ganz schnell? Ja, natürlich, schieß los, Schwester. Also, erstens, ich weiß, dass man, man sollte, jemand hat im Chat gesagt, man sollte nicht den Islam messen, indem man muslimische Verhalten schaut. Und das ist ganz richtig. Bei den Christen gibt es auch Leute, die gar nicht nach Jesus reden und machen. Also sollte man nicht darauf schauen. Man sollte immer den Koran schauen und die Bibel schauen. Ich denke, da seid ihr alle einverstanden mit mir. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, ich wollte nur sagen, erstens, du siehst schon einen Unterschied zwischen uns und denen. Wenn du zum Beispiel, ich war bei Hamdi drinnen, wie gesagt, ich sage selber, man sollte nicht deren Verhalten schauen und je nach, also, wie soll ich das erklären? Es tut mir leid, ich bin nicht aus Deutschland, deswegen muss ich immer nachdenken, wenn ich Deutsch spreche. Alles gut, alles gut, Schwester. Die sagt, man sollte nicht deren Verhalten schauen, um den Islam kennenzulernen. Wenn man den Islam lernen möchte, muss man so haben. Aber man sieht trotzdem... Ich war drinnen. Man sieht trotzdem diesen Unterschied. Bei denen wird es nur beleidigt. Die Christen werden ganze Zeit beleidigt. Und ich wollte dir auch sagen, ich denke, du weißt es, aber er hat dein Bild benutzt und er beleidigt dich über deine Hautfarbe. Das ist auch nicht menschlich, weil Gott hat Leuten schwarz, weiß gemacht, mit solchen Augen, mit solchen Köpfen, keine Ahnung was. Das hat Gott entschieden. Und ihr könnt niemals jemanden beleidigen, weil er schwarz ist oder weil er kniesig ist oder weil er keine Ahnung was. Also, wenn ihr das macht, das ist wirklich das Letzte. Und ich lüge nicht auf Urania. Du kannst selber bei Hamdi gehen und schauen, wie die... Guck mal, Bali. Soll ich dir was sagen? Kann ich noch was sagen. Wenn du wahrhaftig bist, Bali, zu dir selber und du selber ehrlich zu dir bist, okay? Geh mal jetzt. Violain, ich küsse deine Füße. Bali, wenn du wahrhaftig und ehrlich zu dir selber bist, Bali, okay? Geh mal jetzt zu Hamdi, höre nur eine halbe Stunde zu. Dann weißt du genau, was Sache ist. Geh nur rein. Ich habe gerade schon gefragt, wer das ist. Soll ich einfach nur Hamdi oben aufschreiben? Weil ich kenne den gar nicht. Ich weiß gar nicht, was das für ein Konsort ist. Hamdi, Hamdi Fitra Dawa heißt der. Leute, postet mal bitte seinen Namen rein. Bali, geh nur rein und schau dich um. Guck nur ein bisschen. Nur ein bisschen zu. Jetzt schon. Ich gehe ganz kurz da rein, aber ich komme auch ganz schnell wieder. Ich will mir das nicht anheben. Ja, alles gut. Hörst du dir nur ein bisschen an und dann musst du es sehen. Mach dir ein Bild. Ja. Die soll sich ein Bild machen und das ist der Unterschied zwischen uns Christen und die. Weil wir werden niemals so ein Verhalten zeigen. Wir segnen die, die uns fluchen. Das hat der Herr uns beigebracht. Flex, kann ich noch was sagen, bitte? Natürlich, Schwester, jetzt. Ich wollte nur noch was sagen, weil diese Leute, so wie diese Bali, wie die heißt, also die machen das Problem, das der größte Problem ist. Ich meine das wirklich ernst. Ich will jetzt keine Muslime hetzen oder keine Ahnung was. Aber die meisten, die sind wirklich im Islam drinnen geboren und die denken, dass sie den Islam wirklich kennen, aber sie kennen den Islam wirklich nicht. Die meisten haben nicht mal deren Schriften gelesen. Ich meine das wirklich ernst, dass es keine Hände gibt. Haben die auch nicht. Viele haben die Schriften nicht gelesen. Das stimmt. Ja, genau. Und viele denken, dass der Islam wäre, ich mache ein Profil auf TikTok, ich zeige mein Gesicht, ich bin unbedenkt, so was würde diese Scharia zum Beispiel niemals erlauben. Niemals. Alle Frauen würden hier auf TikTok hochkommen und mit Männern nur reden. Versteht ihr das, Leute? Das ist der wahre Islam. Wenn ihr den Islam kennenlernen möchtet, dann liest mal eure Schriften und studiert das selber, ohne, keine Ahnung, welche Imame auf denen zu hören, was sie sagen, deren Erklärungen und so weiter. Liest selber die Schriften. Und viele hier machen deren eigenen Islam und sie denken, das wäre richtig so. Weil zum Beispiel diese Bali, es ist schön, was sie gesagt hat, ja, man sollte alle respektieren, da bin ich auch mit einverstanden. Aber das ist nicht, was der Islam sagt. Das ist nicht, was der Koran sagt. Der Koran sagt, man sollte Christen, wisst ihr schon, was mit uns machen, und nicht Salam zu uns sagen. Und auch den, wie heißt das, nicht uns, keine Ahnung, ich habe jetzt keine, nicht alle Schriften im Kopf, aber das ist wirklich wahr. Und ich habe selber fast Hälfte von Koran gelesen und ich weiß, wovon ich rede, ich habe es selber studiert und es steht wirklich drinnen und kommt nicht mit, man kann den Koran nicht übersetzen. Mary ist hier, die kann auch es übersetzen und informiert euch gut und macht nicht euren eigenen Islam. Das ist nicht der Islam, der Islam liebt uns nicht. Das ist die Wahrheit. Ja. Und die anderen, wie gesagt, beleidigt weiter, ist mir egal. Nein, Sugar Mellon, ignoriert es. Wenn Leute dich beleidigen, ist alles gut ignoriert. Das ist mittlerweile, ich achte schon gar nicht mehr auf die Beleidigungen mehr. Also ob jetzt einer von den Pharisäern, sagen wir mal, beleidigt, denn lassen wir sie beleidigen und denn es gut, wir tun sie einfach ignorieren. Was wir weiterhin unterstützen werden, ein Herzchen an alle Jesiden raus. Wir lieben unsere Jesidischen Brüder und Geschwister. Ein Herzchen geht raus für die. Und an die ganzen Chicanos, die Mexikaner da draußen. Ein Herzchen für die. Kannst du diesen Peri einmal blocken? Und einmal ein Herzchen an jede einzelne Nationalität, die für die Liebe da steht. Ja, weil der beleidigt hier mit Kobold einige Leute. Er soll ein Hamdi-Stream gehen, er ist schön und gut, aber unsere Geschwister sollen hier nicht bleiben. Auch keine anderen Menschen sollen beleidigt werden. Nicht, nicht. Also der ist die ganze Zeit hier nur am rumtreuen. Alles klar. Leute, nimmt es mir, nimmt es mir aber nicht böse. Leute, nimmt es mir aber nicht böse. Ich muss jetzt ganz kurz was erledigen. Ich muss dann noch kurz was essen. Ich würde nochmal live kommen in circa zwei, drei Stunden so ungefähr. Zwei, lasst zwei, drei Stunden sein. Und dann, Leute, da sprechen wir über Rebecca. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade eine ganz gechillte Runde mit euch gehabt. Und fühlt euch wirklich alle gedrückt, Leute, ein Herzigen geht an euch. Und dann hochgeholt. Tut mir leid. Anthosa. Anthosa, ich habe gesehen, ganz kurz Anthosa, ich habe gesehen, dass du hochkommen wolltest, aber du hast zu wenig Follower. Du kannst gar nicht hochkommen. Also du kannst gar keine Anfrage stellen. Ich glaube ab 1000 Follower kannst du erst hochkommen Anthosa. Das geht gar nicht, glaube ich. Also ich habe es versucht, aber geht nicht. Lea, jetzt sorry, tut mir leid. So, ich habe es gesucht. Ja, und gefunden. Genesis 9, 25. Wir gehen das nachher sehr gerne zusammen durch. Ich muss aber jetzt noch eine Kleinigkeit kurzzeigen. Ich habe kein Problem, das respektiere ich natürlich. Wann kommst du ungefähr rein? Ich bin so circa in zwei Stunden wieder da. Und ein Herzchen an alle hier draußen. Okay, gut, dann komme ich gleich wieder hoch. Bevor ich gehe, Leute, damit ich wirklich in Frieden auch offline gehen kann, alle bitte ein Herzchen für Jesus Christus, Leute. Alle einmal ein Herzchen. Das schadet nicht. Ein Herzchen unten im Chat für Jesus Christus, Leute. Kommt schon. Liebe, mehr Liebe geht nicht, oder? Bruder. Ein Herzchen für Jesus Christus. Einmal, Leute. Amen. Amen. Ich bedanke mich auch. Flex, Bruder, vielleicht bin ich später auch noch mit am Start. Können wir, wenn du Lust hast, natürlich, und bei Rebecca, das ist ein gutes Thema. Das müsste man anschneiden. Ich bin auch weg. Ich bedanke mich an jeden, der hier drin war. Ich wünsche euch alle noch einen gesegneten restlichen Tag. Und wir hören uns gleich später dann. Bis später. Bis später. Alles klar. Also herzlichen Einsatz, bitte. Diese Badele redet drüben jetzt bei Hamdi, du wirst es schlecht über Hamdi reden. Nur mal so als Info hat sie ein paar Mal geschrieben in den Chat. Ja, die sollen weiterhin schlecht reden. An ihren Früchten, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und das sieht man schon bei die ganze Gummibärchen-Bande. Also Leute, peace out. Wir bleiben weiterhin bei der Liebe. Und wir hören nicht darauf aufzuklären. Also Leute, bye bye. Gottes Willen, Leute. Vielleicht haben sie ja ihre Gehirne in den Schienbeinen amputiert. Also Leute, ciao. Ja, okay. Okay, ja gut, ist kein Problem. Goodrich, Goodrich, falls du noch da bist, denn schreib bitte in den Chat, dass ich dir Moderatorrechte geben kann, weil ich habe gesagt, die Abonnenten werde ich auch dann ein bisschen fördern, dass die auch dann Abo, also dass sie auch Modi-Rechte haben. Deswegen einfach dann reinschreiben, Leute. Genau. Ja, Tata, wie gesagt, dann bedanke ich mich, dass du da warst. Ja, ich werde dann schauen, ich werde weiterhin zuhören, weil die Themen sind schon interessant, über die ihr redet, muss scherlich sein. Ja, danke schön. Ich feiere das. Ich feiere auch dich. Letztes Mal habe ich auch zugesehen, wo Mr. Big und so da war. Das war auch geil. Ja. Mr. Big war unser, ja, ist unser Personenschutz, stimmt. Und das war morgens gewesen, ne? Auf jeden Fall. Ich möchte einfach nur, ich möchte einfach nur, dass wir einen sehr sauberen Chat hier haben und dass die Modi's dann auch einfach schauen, dass hier keine Pharisäer, sagen wir mal, reinkommen und hier irgendwelche Beleidigungen, das N-Wort, das B-Wort. Also Rassismus. Wir wollen einfach einen sehr, sehr sauberen christlichen Stream haben. Ja. Und genau, das ist ganz wichtig und dass wir einfach mal ein bisschen aufklären für unsere Brüder und Geschwister ein bisschen, weil es geht ja zur Zeit so viel herum hier in TikTok. Rebecca war drei, Rebecca war drei, Rebecca war drei. Das nervt mich so dermaßen, wo ich gesagt habe, okay, gut, denn soll ein Moslem hier hochkommen, der soll mir laut biblischer Sicht heute beweisen, dass Rebecca drei Jahre alt war und dann gucken wir mal zusammen in die Schriften. Ja, weil wirklich, das sind Lügengeschichten, die in den Raum gestellt werden. Das geht einfach nicht und darüber müssen wir aufklären und deswegen, aufgrund deren Lügen werden sie zugrunde gehen. Ja. Sie haben den Satan zum Vater genommen. Das ist das Problem. Und wir sind im Hack. Wir sind in der Wahrheit. Und wir werden immer bei der Wahrheit bleiben. Die nicht. Die können nur lügen. Wir nicht. Wir müssen nicht lügen. Wir sprechen die Wahrheit aus. Ganz einfach. Und deswegen soll hier einer hochkommen und mir das beweisen, ob Rebecca drei Jahre alt war. Ihr habt alle Angst. Ihr könnt nicht mal hochkommen und mir das beweisen, weil ihr Angsthasen seid. Ihr seid Hyänen seid ihr. Mehr seid ihr nicht. Ihr seid Feiglinge. Das ist einfach so. Ihr seid die größten Feiglinge überhaupt. Kommt hoch und beweist es mir. Kommt hoch und beweist mir, dass Rebecca drei war. Ihr seid Feiglinge. Mehr seid ihr nicht. Ihr seid Feiglinge und Lügner. Kommt hoch und beweist es mir. Das nervt einfach. Das muss man wirklich, darüber muss man wirklich Tacheles reden, weil das nervt mich tierisch gerade. Dass man solche Lügen im Raum stellt. Das nervt mich. Auf jeden Fall, Leute, ich küsse eure Herzen an die christlichen Brüder und Geschwister und an unsere ganzen Jesiden. Ich küsse eure Herzen. Frag dich, danke schön. Ich küsse dein Herz, Bruder. Tata, dann setze ich dich ganz kurz runter. Und wenn du jemand anderes so sagen, ich gucke wieder runter. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Also ich gehe wieder runter. Ich wünsche euch einen schönen Stream. So an alle. Ja, danke schön, Bruder. Danke für den Problem. So, dann schauen wir mal. Urban, der zweite, ich hole dich hoch. Aber du musst nur ganz entspannt bleiben, weil ich will hier, dass die hochkommen. Habibi, ich küsse deine Herzschwester. Ich küsse deine Herzschwester. Kleinen Moment. Suleyman. Hören wir mal Suleyman hoch. Ganz kurz. Was war das denn? Suleyman, was kann man denn für dich tun? Alles gut bei dir Flex. Mir geht's gut. Du warst ja gestern schon da. Möchtest du auf die zwei Fragen eingehen? Na, ich will, ich will, ich habe eine Frage. Danke. Alles klar. Danke schön, dass du da warst. Danke schön, dass du da warst. So, der nächste. Wollen wir mal Pharma hoch? Hallo Pharma. Hi, wie geht's dir? Hi, wie geht's dir? Mir geht's hervorragend, mein Lieber. Was kann ich denn für dich tun? Du kannst nichts für mich tun, aber ich wollte dir was sagen, weil ich bin auch häufig in deinem Chat und ich lese auch die ganze diese rassistischen Beleidigungen gegenüber deiner Hautfarbe. Und ich würde dir gerne einen Tipp geben. Und zwar, du kannst in den Einstellungen Keywords setzen und wenn die halt geschrieben werden, werden die direkt nicht angezeigt. Tatsächlich habe ich vergessen, das zu machen. Das sollte ich echt mal demnächst machen. Und ja, danke schön, danke schön, dass du mich noch mal darauf hingewiesen hast. Ich werde das auf jeden Fall machen. Gerne. Also, Gottes Segen, ich bin dann wieder weg. Ciao, ciao. Kein Problem, Bruder. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. So, jetzt wollen wir mal die nächsten hoch. Wow, wirklich mal innen. Dankeschön. Hi Flex, wie geht's dir? Servus, der, der ständig immer unter meinen Bildern kommentiert. Was können wir denn für dich tun, mein Lieber? Ja, schön, dass du es lesen tust. Guck mal, wenn in Deutschland irgendwie wieder Krieg ausbrechen sollte, bist du einer der ersten. deine Kugel von einem Deutschen bekommt. Du wirst nie deutsch sein. Und, weißt du was, hetz mal weiter gegen Islam. Bruder, glaub mir. Hast du schon mal, hast du schon mal, guck mal, warte mal, warte mal kurz, warte mal kurz. Ein kleiner Hetzer. Ein kleiner Hetzer Negativ. Soll ich mal was sagen? Warte mal, warte mal kurz. Halt mal, halt mal deine Klappe. Erstens, nimm mal dein Gehirn, nimm mal dein Gehirn und ramm das mal ganz stark in Allahs Arsch rein. Okay? Sorry, wenn ich jetzt so reden muss, Leute. Es tut mir leid, TikTok sportlich. Aber nimm mal dein Gehirn und ramm es ganz stark gegen Allahs Arschloch rein. Bitteschön. Flex egal, alles gut. Block hierhin einfach. Ja, nee, Leute, es tut mir leid, wenn ich gerade ganz fleischig bin gerade. Es tut mir wirklich von ganzem Herzen weh, wenn ich das sagen muss. Aber das muss sein. Der soll seinen Arsch nehmen, wirklich und ganz stark rein ramm gegen Allahs Arsch. Ganz stark. Flex, er hat schon wieder gezeigt, wie die Muslime aller Gottes drauf sind. Wie gesagt, Leute, es tut mir mega leid, wenn ich das sagen muss. Tut mir mega leid. Aber das... Alles gut. Alles gut. Genau. Da würde sich keiner trauen, was zu sagen. Auf jeden Fall, Leute, es tut mir mega leid, Leute. Ich entschuldige mich dafür, wenn ich echt fleischig bin. Aber es musste gerade raus. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Und ich entschuldige mich noch mal dafür. An die Community. Oh, Mann. Naja. So. Ja, vielleicht... Wir verstehen dich ganz schlecht. Ja, hi. Verstehst du mich? Hallo. Hi, how are you? How are you going? I'm fine. How are you doing? We're great. Thank you. Wirgender Engel, danke schön fürs abonnieren. Ich küsse dein Herzburger. So, yeah. Anyhow, so how is it going? I'm doing fine. What about you? We're doing great. So, um, why do the Muslims think that Rebecca was three years old? Because they're stupid. That's the point. Okay. That's a problem. They are stupid. And they're, that's why, look, they take their brain, they take their brain out and they hammer it in Allah's leg. So hardcore. Because the brain is like, it's split it in two. So, you take that brain and you hit it in Allah's bag so hard. Boom. Okay. Because they're so like... Okay. Let me ask you a question. Why do you think, why do you think many Muslims claim that the information that you take out of the internet is fake? Because we see that they're stupid. Okay, because they're stupid. All right. So, uh, when you're going to have a debate with, if you're going to have a debate with Hamdi and, um, he's going to tell you that Moses and Jesus and everybody else is, what is a Muslim. Uh, how are you going to, I mean, factly by fact that, uh, Moses and Jacob and everybody else cannot be a Muslim because the religion of Islam did not existed at that time. So, basically, they're going back in time. So, how are you going to debate with him about this? Because this guy seems to be a little bit out of his head. He is, he is definitely out of his head. And, uh, what I realized on these people, they're not really using their brain. They, they leave their brain out somewhere in somewhere in a dwelling place of Allah's leg somewhere. And then they debate. They debate without a brain because they leave their brain in Allah's leg somewhere in a dwelling place. They're lost. In my opinion, they are lost. They are seriously lost in my eyes. I mean, I respect, I have a lot of respect, but, um, if you start, uh, insulting the color or you're trying to insult black people or you use, uh, the N word, uh, um, you are showing yourself as, uh, I don't know. How should, I think, you know what I'm trying to tell you, you know, it's, I don't know. I understand, but, um, yesterday I was in a stream, an American stream, and yeah, anyhow, I don't want to, I don't want to interrupt your, uh, stream any longer. Uh, I'm just going to be on the platform off and on. No problem. And surely I will see you when you're going to debate with this magic, with this kafar. Where are you going? Yeah. Where are you going? Uh, yeah, okay. Yeah, over there, man. What the f- what the hell are you doing? Man, it's so good. Oh, all right. So, uh, so, yeah, so, the point is, as followed, I wish you a great time with Humpty and Debating, um, their fucking man yet to live in a race, their, their, whatever, I don't know. So, um, yeah, that's all I have to say. Thank you, thank you for your speech, and thank you for being here, and, um, yeah, I'm taking my time, I will debate Humpty, and, um, I will make sure, I will just have three questions, he can ask me a lot of questions, I will just ask him three questions, and those three questions are going to be very hardcore, and it's going to be very tough for Humpty, I'm going to be honest. Well, the question is, again, I mean, whoever is listening, out of 329 people, if, okay, how can be a, a person, something that didn't exist before? So, how can be, let's put Jesus, um, Moses, uh, everybody else, okay, after Moses, um, how can there be a Muslim, how can you consider them a Muslim, if Islam wasn't even created, or wasn't even existing? As I said, as I said, as I said, as I said, they leave their head in a dwelling place, in Allah's leg, they leave that brain in Allah's leg somewhere, and they speak, they speak without brain, how can Adam be a Muslim, if, 600 years later, uh, the Islam, Islam came 600 years later, so how can they, say, Adam was a Muslim, Adam was a Muslim, they are stupid, they are stupid, they are always going to stay stupid. That's basically, a butterfly, that wasn't a cocoon, it was a reptile, then it becomes beautiful, do you understand what I mean? It's exactly the same, I cannot say it's a butterfly with wings, if it was a reptile before, you know what I mean? but, absolutely, 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 all right, well, thank you, have a good day, Flex, bye-bye, yeah, thank you, thank you, uh, um, sister, see you the next time, yeah, bye-bye, yeah, bye-bye, uh, fate, grace, ich küsse dein Herz, ich küsse dein Herz, ich küsse dein Herz, fate, grace, wirklich, danke für die Geschenke, ne, you can kick me out of here, um, kick me out of here, okay, all right, sister, all right, äh, sugar melon, du musst noch mal eine Anfrage schicken, wenn du, äh, möchtest, ne, wenn du hochkommen möchtest, und, äh, noch mal, ihr müsst alle noch mal eine Anfrage schicken, ne, also, ich hab euch hochgenommen, aber irgendwie ging das nicht, fate, grace, danke schön, ich küsse dein Herz, Bruder, wirklich, ich küsse dein Herz, und an die Abonnenten, falls ihr, äh, abonniert habt, Leute, dann müsst ihr noch mal, also, die, die noch keine Modi-Rechte haben, Leute, bitte, einfach nur kurz, in den Chat reinschreiben, und dann kriegt ihr Abo-Rechte, ne, also, Modi-Rechte, sorry, genau, so, jetzt gucken wir mal, uh, uh, sugar melon, is back in the house, Hallo, Flex, Gottes Segen, Hey, Sugar, wie geht's dir? Sehr gut, und dir? Mir geht's hervorragend, man, wie geht's hervorragend, ich küsse, und dann gehe ich raus, weil ich habe sowieso keine Zeit, aber nur zu diesem Trottel, der vorhin drinnen war, und er hat gesagt, du wirst niemals Deutsche sein, keine Ahnung was, Leute, ihr müsst eine Sache wissen, wenn Gott diese Welt erschaffen hat, er hat nicht gesagt, hier ist Deutschland, hier ist Frankreich, hier ist Italien, das haben die Menschen gemacht, diese Welt gehört Gott, und alle Erden sind gleich, ist, niemand ist besser oder schlechter, wisst ihr, was ich meine? Und hör auf, auch die Leute über deren Hautfarbe zu beleidigen, weil Gott hat auch verschiedene Hautfarben aus seinem Grund geschaffen, und ihr seid nur neidisch, weil man eine schönere Hautfarbe hat als ihr, also haltet euren Mund, und hör auf zu beleidigen, Gott hat uns erschaffen, und wir sind alle gleich. Ich küsse, ich küsse dein Herz, wirklich, Sugar Mellon, ich küsse deine Herz, Schwester. Ja, du bist so, du bist, deine Augen sind so, du bist Chinesin, hört mal auf damit, wenn ihr das sagt, ihr beleidigt Gott direkt, wenn ihr so was sagt, weil ihr beleidigt Gottes Erschöpfung, also, wie sagt ihr? Die beleidigen, die beleidigen Gott erschöpfen, genau, absolut, das ist, Sugar Mellon, das hast du so schön gesagt, ja, das hast du so schön gesagt, ja, die beleidigen damit Gott erschöpfen, absolut, absolut. Ja, das ist so, weil, also, ich nenne mich zum Beispiel Muslima, aber ich mag nicht Schwarze, was soll das, das heißt, ich glaube an Gott, aber ich mag nicht, was Gott erschaffen hat, das ist doch nicht logisch. Du kannst nicht an Gott glauben und Schwarze hassen, Chinesen hassen, Albaner hassen, keine Ahnung, du kannst, das geht nicht, das passt nicht zusammen, Rassismus und Gott passt nicht zusammen, es tut mir leid, Leute, wenn ihr diesen Hass hat, dann stellt euch die guten Fragen, vielleicht seid ihr nicht bei der, bei der richtigen Glaube, weil der Islam sagt auch komische Sachen über den Schwarzen, also, liest mal eure, sehr, sehr komische Sachen sogar, ja, sehr, sehr komische Sachen, sehr, sehr komische Sachen, lest mal eure Texte durch und hör auf, so ein Blödsinn. An die ganzen Jesiden, ich sehe schon, dass ihr da seid, ich küsse doch eure Herzen, Leute, wirklich soll euch der liebe Gott zehnmal belohnen, mehr wie ich, ich sag das immer wieder, Leute, und ich hab auch wirklich, ähm, was schönes, wuuuuhu, ich hab was, ähm. Können wir feiern, da ist unser jesidisches Fest. Jesidisches Fest? Jetzt kommt dein Freitag. Ja, wo, wo gibt's denn, wo gibt's denn in der Nähe, ähm, ähm, irgendwo, wo ich sein kann in der Nähe, ich weiß jetzt nicht, dann kann ich mal die Jesiden nur verstützen. Hey, ich mein, ich mein das ernst, ich mach das, ich mein das ernst. Du wirst sehen, überall, äh, kannst du hin, du musst dich nur ein bisschen erkundigen. Ja, also an die ganzen Jesiden, wenn irgendwo ein Fest ist, ich bin für euch da, Leute, ich mein das jetzt tot ernst. Am Freitag werden wir das hier nochmal feiern. Ja, okay, aber dann müsst ihr mir irgendwie schreiben oder so, wie gesagt, ich bin dabei, ne? Ja, genau, Hannover, überall, ich selber komm ja auch aus Hannover. Egal wo, von mir aus auch Bayern, von mir aus auch Hannover, keine Ahnung. Ja. Ich bin dabei, Leute, ich grüße euch auf euer Herz, Mann, mit viel Spaß. Und, äh, Sugar Mellon? Ich bin zwar, äh, äh, ein Schwarzer, der alleine da antanzt, aber das ist nicht so schlimm, ne? Kleinen Moment, Leute, ich bin gleich wieder da. Ich werd dir ein paar Tänze beibringen, ich kann nämlich alle Tänze und dann werden wir das feiern am Freitag. Und Sugar Mellon, was ich dir sagen wollte? Jetzt. Hörst du mich? Ja, ich hör dich. Ähm, was wollte ich dir grad sagen? Achso, der Herr, der Herr, der Typi oder der Junge, der vorhin ja hier reinkam und Flex beleidigt hat. Ich meine, er meint sich ja selber auch, er war ja kein Deutscher, ne? Er war ja selber auch ein Südländer. Und dann sowas zu sagen, du wirst niemals ein Deutscher sein und all solche Sachen, ne? Ich versteh die nicht mehr. Ach, also, Leute, hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Ja, okay, jetzt lasst uns mal ganz kurz, lasst uns mal ganz kurz den Musa, ähm, Abou Musa, bist du noch da? Ja, ich bin da, ich grüß dich. Ich sag euch tschüss und schönen Tag noch. Okay, Sugar, wir sehen uns, gell? Ja, kein Problem. Und schönen Tag noch, tschüss. Ich küsse dein Herz. Ich deine auch, Bruder. Also, wir haben jemanden, der meine Scheinargumente widerlegen kann. Ich hole ihn kurz hoch, Leute. Wo ist der Islamist die Wahrheit? Also, ich werde ihn jetzt die Regeln nennen und dann bin ich mal gespannt, ob er drauf eingeht. Also, Islamist die Wahrheit, mein Lieber. Die Regeln sind so. Wirst du mich? Ja, ja, man hört dich. Aber Abou Musa, gleich, gib mir einen Moment. Oder Abou Musa, was möchtest du denn sagen? Nee, mach ich weiter. Ich schließe mich dann. Bist du Christ oder bist du Moslem Abou Musa? Ich bin Moslem. Du bist Moslem, okay. Und was ist denn deine Sicht? Was bist du jetzt hochgekommen? Ich wollte mich nur mal vorstellen, habe ich gesagt. Okay, okay, ja, ist ja gut, aber wenn du ja keine Fragen hast oder so, dann, keine Ahnung, dann würde ich dich dann wieder kurz runter setzen und mit ihm weitermachen. Es sei denn, du kannst mir in der Bibel beweisen, mit Islamist die Wahrheit, ob Jesus Gott ist oder nicht. Wenn ihr mir das laut biblischer Sicht beweisen könnt, würde ich mich freuen. Abou Musa und Islamist die Wahrheit. Ich gegen euch alle beide. Ist gar kein Problem. Nein, nein, warte, warte, wir müssen gerne alleine mit. Wir müssen hier, Islamist die Wahrheit, warte. Und die Regeln sind so, wenn ihr mir in der Bibel beweisen könnt, dass Rebekah drei Jahre alt ist, dann, wie gesagt, verlasse ich sofort das Christentum. Okay, sofort, ne? Du und Abou Musa, ihr könnt euch beide absprechen. Weißt du, was du dafür machen musst? Du musst die Debatte gegen Rayan annehmen. Hier vor 300 Jahren. Alles klar, danke schön, dass du da warst. Auf Wiedersehen, danke schön. Abou Musa, jetzt bist du dran. Ja, guck mal, ich bin gar nicht darauf vorbereitet, auf Rebekah. Das ist nicht mein Thema, weißt du? Aber warum sagen dann die meisten Muslime Rebekah wäre drei? Ich verstehe das nicht. Warum glauben das alle? Also viele wissen das gar nicht, aber sagen alle, schreiben alle immer Rebekah war drei. Das verstehe ich nicht. Abou Musa, warum? Guck mal, ich habe keine Ahnung von Rebekah. Ich kenne sie gar nicht, um ehrlich zu sein. Ja, das ist jetzt ein neues Thema, was du gerade ansprichst. Das, was ich eigentlich nur sagen wollte, das war schon vor zwei Wochen, wo ich mal hochkommen wollte, ist, guck mal, jeder hat sein Recht zu predigen, so wie du, so wie die Christen haben ihr Recht zu predigen, die Muslime haben ihr Recht zu predigen. Das ist alles schön und gut. Und was mich halt so verletzt ist, wenn man sich dann über einige Menschen oder Religion lächerlich macht, ja, ich respektiere das Christentum, ich mache auch niemanden lächerlich oder lache nicht über Leute oder auch über Verse oder wie auch immer, ob die Verse jetzt richtig sind oder nicht, das ist ein anderes Thema. Aber halt nur, was wichtig jetzt für mich wäre, ist dieses Respekt-Förde-Miteinander, weißt du? Weil es halt immer so wie... Aber was verstehst du, was verstehst du denn unter Respekt? Also wenn ich etwas aus deinem Buch zitiere, ist es dann eine Hetze? Das ist keine Hetze, nee. Warum sollte das eine Hetze sein? Flex, Bruder, ich bin nur ganz kurz hochgekommen, weil ich würde dich fragen, kannst du mir nur die Rechte geben, weil du hast extrem viele muslimische Rassisten in deinem Chat drin. Mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht sagen. Ich wollte ja, klar, gerne. Ich brauche sowieso, ich brauche sowieso neue Moderatoren, deswegen das passt. Weil die anderen, keine Ahnung, die sind ja kaum aktiv. Extrem viele Rassisten da drin. Ja, ich weiß, ich weiß, wenn die Schreie ist, das ist sehr gut für den Algorithmus. Ja, Leute, ich glaube, die Modi-Rechte sind komplett voll. Ich muss ein paar entfernen, die nicht so aktiv hier drin sind und dann kriege ich die Rechte. Also, Faith, du kriegst dann auch Rechte und dann passt das, okay? Ist okay, Bruder, ich gehe wieder runter. Ich mache das für Muslimen, ihr Beispiel mit Muslimen diskutieren, nicht mit mir. Nee, alles gut, alles gut, Bruder, Herz. Alles gut, ich grüß noch dein Herz, Bruder, macht weiter so, ja? Ja, kein Problem, Bruder, alles gut. Bis dann, bis dann. Ja, wie gesagt, dieses Respektvolle, das sollte nicht weggehen zu jeder Religion, vom Christentum zum Islam, zum Judentum. Das Respektvolle Miteinander muss immer da sein und das nicht beleidigt. Ich sehe auch Dummköpfe hier, Muslime auch, die sich so nennen, die einfach Dummköpfe sind, die dann anfangen zu beleidigen und wie auch immer. Das sind alles kleine Kinder, die sollte man nicht ernst nehmen. Die haben auch keine Ahnung vom Islam. Ich bin jetzt auch nicht der Großgelehrte. Ja, ich mache meine fünf Pflichtgebete. Ich weiß, was der Islam ist. Jeder hat eine andere Ansichtweise, du hast deine Ansichtweise, ganz kurz, ganz kurz, wirken der Engel, ich habe dir Modi-Rechte gegeben. Ich habe ja gesagt, die Abonnenten haben ein bisschen, werden bevorzugt und dann kommen noch alle anderen, aber die anderen kommen auch noch dazu. Ich muss nur schauen, dass die, die nicht so aktiv sind, dass ich die Modi-Rechte nur rausnehme und dann kriegen, dass die anderen, die halt öfters halt da sind, ist dann viel, viel besser. Also würden der Engel, du hast auf jeden Fall Modi-Rechte, Bruder, er hat sich küsst, doch dein Herzbruder. Ja, sorry, muss dann ganz weiterreden. Kein Problem. Ich muss auch irgendwie alles gleichzeitig managen, reden und mit dir dann da. Ja, nur dieses, also was mir manchmal fehlt, in dem Chat, also ich gucke euch meistens immer zu, ich höre mal zu, ich lerne auch vieles, nur dass man sich nicht so viel über andere Religionen lächerlich machen sollte. Und was ich euch noch zu Herzen legen kann, ist, die arabische Sprache ist sehr kompliziert, muss ich sagen, dass Übersetzungen manchmal nicht so korrekt, also man kann es nicht Wort für Wort nehmen, weil im Arab, das kennst du ja alles, das brauche ich dir nicht zu sagen. Das hast du ja schon tausendmal gehört, in deinen Debatten, die du führst. Ja, nur das, manchmal, wo ihr dann gemeinsam zu viert oder zu fünft über jemanden gelacht hat oder insofern fertig gemacht, aber ihn hat nur niedergemacht, das hat mir nicht so gefallen, das hat mich verletzt, weißt du? Und das ladet auch niemanden so richtig ein, dann, so weißt du, weil man sieht halt, dass fünf Leute einen dann so fertig machen oder platt machen, dann holst du einen Hochdecker, keine Ahnung. Ich muss nur etwas, ganz kurz, ich muss nur etwas, ganz kurz, ich muss nur etwas klarstellen, Leute, weil ich lese das hier in den Chats wegen die Modi-Rechte. Ich muss auch andere die Chance geben, die, die schon länger da sind, Moderator oder Modi-Rechte zu haben, weil es ist unfair, wenn ich jetzt jemanden bevorzuge, der neu ist und dann kriegt er Modi-Rechte. Die, die länger da sind, muss ich Modi-Rechte geben, Leute, bitte, versteht mich nicht falsch, ne? Und, ähm, das hat nichts damit zu tun mit, ja, aber warum er oder wieso, das ist unfair, Leute, das dürfte ich nicht schreiben, bitte, das ist unfair. Aber, wo muss man, oder, äh, Undersack, Undersack kriegt Modi-Rechte, weil der ist immer da, ganz kurz. Ja, Undersack ist auch Modi-Rechte immer. Und überall, das kannst du jetzt hier mit den schönen Worten, die du da, gerade von Egipzig, äh, verschwinden lassen. Aber, alles klar, danke, dass du da warst. Danke, dass du da warst. So, äh, Abo Moussa, du kannst weiterreden. Also, wir wollen hier einen sauberen, äh, sauberen Unterhaltung. Ja, hier schreibt einer, warum jetzt eine schwarze Frau im Islam mit einer Epidemie verglichen. Das hab ich noch nie gehört, sorry. Das kann ich nicht so... Evangelium, ganz kurz, Evangelium, ganz kurz, Evangelium kriegt auch Modi-Rechte. Moment, ich glaub, oh, scheiße, ich hab maximal 30 Moderatoren. Also, ich muss ein paar entfernen, Leute, und dann kriegt ihr Modi-Rechte, ne? Bitte seid mir nicht sauer, Leute. Schreib mir einfach am besten nochmal alle eine Nachricht, und dann kann ich das, äh, kann ich jeden hinzufügen. Weil so, ist ein bisschen gut, ne? Der Doktor ist ja auch da. Ja, ja. Gut, Eleni, danke schön, du geht's dir. Wie geht's dir, Eleni? Ich hab schon, ich hab schon über 30 Moderator-Modis, also, genau. Äh, Evangelium, du kriegst auch Modi-Rechte. Oh Gott, ich muss es jedem recht machen hier. Oder, Flexa, du hast mehr Zuschauer alleine wie die ganze Gummibärenbande zusammen. Deswegen müssen sie nicht beleidigen, zu irgendwelchen, äh, Debatten einladen mit so unwichtigen Leuten. Sie, sie, Bruder, das tut dem weh, dass du so viel Aufmerksamkeit bekommst, und sie nicht, das tut dem halt sehr weh. Sie wollen halt durch dich Aufmerksamkeit generieren. Ja, das ist das Problem. Du musst es dann sagen, das werden sie, das werden sie, äh, von mir aber eh nicht bekommen, weil, wie gesagt, ähm, ich mach die Arbeit, ich mach die Arbeit, ich mach Gottes Arbeit und fertig, ne? Und, ähm, hier geht's, mir geht's nur darum, einfach, dass wir hier aufklären, die Wahrheit sprechen, ähm, und nicht irgendwelche Lügen hier in den Raum stellen. So, Saka, ich hoffe, du benimmst dich jetzt, und dann ist ja alles gut. Ich hab mich da die ganze Zeit schon mitgenommen, mein Lieber. Okay, Flex macht nur Frauen-Moderator. Ja, Frauen müssen ja auch mal Rechte haben, Leute, ne? Also, Frauen dürfen doch auch mal, äh, Mitsprache, äh, haben. Also, es wäre ja traurig, wenn Frauen nur schweigen. Also, Flex. Das wäre ja schlecht. Ich wollte mich jetzt auch ehrlich gesagt kurz und knapp halten, weil ich, äh, bin auf der Arbeit. Und zwar, guck mal, du, äh, bist jetzt hier, du forderst jetzt, äh, Muslimenherrungen, raus, dir zu beweisen, dass Rebekka drei Jahre, drei Jahre alt war und du forderst den Muslimen heraus, dass Jesus, also, ob Jesus Gott war oder nicht, laut Bibel. Richtig. Aber. Richtig. Aber jetzt sag ich dir mal, hier in deinem Chat wirst du dies nicht finden. Warum? Weil dies nur Unwissende sind. Wo du das finden wirst, ist bei, ich nenne jetzt zum Beispiel, bei Hamdi. Der könntest du dir zum Beispiel sofort sagen und sofort widerlegen. Deswegen meine Frage zu dir, warum betrittst du nicht sein Chat und stellst dich ihnen? Er weiß es nicht. Er weiß es nicht. Warum, 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 okay, okay, Moment, Moment, Saka. Moment, Saka, Saka, warum flüchtet, haben die vor, Ahmad, ex-Muslim, seit Monaten, warum? Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt. Doch, er fliegt, aber. Ja, stimmt. Ich habe jetzt, ich habe jetzt, ich habe jetzt, haben die nur als Beispiel genommen, du sollst du jetzt nicht sagen. Nein, Hamdi soll erstmal gegen unseren Boss, Ahmad, ex-Muslim, erstmal debattiert und dann debattieren wie. Ich habe auch noch nie, ich habe den, ich kenne ihn gar nicht. Ah, das ist ein Salafi, der den Islam verlassen hat. Haben die Renn vor ihm die ganze Zeit weg? Es gab schon bei Debatten TV Termine, warum haben die das nicht angenommen? Haben die Renn weg? Warum? Ich habe an dem Post erwartet. Guck mal, da sind jetzt alles Vorwürfe, du sagst, aber du musst natürlich auch seine Seite hören. Das, weißt du, ich glaube das einfach nicht. Weil ich das poste? Okay, ich reposte das heute nochmal. Ja, mach das bitte. Mach das bitte. Der hat Angst, sie debattieren nicht mit Leuten, die Arabisch können und die arabischen Quellen haben. Das würden sie nie machen. Ah. Sie debattieren mit unwissenden Leuten, mit unwissenden Christen, die den Islam nicht angreifen können, aber sie schön das Christentum angreifen. Da debattieren sie 8 gegen 1 gerne. Aber wenn sie einen ehemaligen Salafisten haben, der den Islam in und auswendig kennt, würden sie nie debattieren, nie. Weil das wäre ihr Ende auf Tegro. Ja gut, aber es gibt ja tausende Imame, die den Islam in und auswendig können, trotzdem sind sie im Islam geblieben. Also Saka, Saka, du bist ja jetzt hier drin, ich sag dir nur eine Sache, bei allem Respekt, ohne dich zu beleidigen, ohne dir hinterher, gar nichts, ganz locker, ganz easy. Saka haben die, er soll erstmal gegen den Endgegner, dem Boss aller Bosse, ja, Ahmad, Ex-Muslim, erstmal debattieren. Ahmad, Ex-Muslim, hat gesagt, er stellt ihm nur eine Frage. Hamdi kann drei Salafis holen, Hardcore Salafis. Ahmad, Ex-Muslim, ist alleine. Er hat gesagt, er stellt, haben die nur eine einzige Frage. Das war's. Guck mal, weiß, was er soll die Debatte annehmen, da soll die Debatte von Ahmad, Ex-Muslim, erstmal annehmen und dann schauen wir mal. Da wäre ich auch für, aber weißt du, was scheiße ist, wenn ich ihn jetzt drauf ansprechen würde, dann würde er mir wieder was anderes sagen. Ja, weil es Saka, Saka, du bist doch kein Mensch. Und ich sage, lass uns mal bitte, Saka, lass uns mal bitte ehrlich sein. Lass uns mal wirklich ehrlich sein. Warum bist du das Schoßhühnchen für Hamdi? Warum machst du das? Ganz kurz, warum rennst du in einem anderen Stream? Hör zu, ich will dir was Schlaues sagen. Warum rennst du in einem anderen Stream und willst für Hamdi Werbung machen? Warum, nein, warum machst du sowas? Lass mich doch ausreden bitte, du fragst mich, ich will antworten. Das ist jetzt nur, der Mensch war jetzt nur ein Beispiel für mich. Warum war der jetzt ein Beispiel für mich? Der Link sagt, er ist auch keine Fragen spezialisiert in seinem Live. Ja, aber du bist doch kein Laufbursche, du bist doch kein Laufbursche von Hamdi. Nein, nein, das will. Das ist, wie wenn ich, wenn ich der Community sagen würde, hey, geh in den anderen Chat und beleidigt die. Alter, das ist krank. Ja, sicher. Stell dir mal vor, ich sag zu meiner Community, stell dir mal vor, ich sag zu meiner Community, hey, Leute, geht mal alle zu, haben die rein und beleidigt die. Die Community würde alle sagen, ah, nee, mit Flexball war nichts mehr zu tun haben, weil das nicht normal ist, man ist krank. Und dass ihr sowas noch mitmacht, das verstehe ich sowieso schon zehnmal nicht. Guck mal, wenn ihr zum Beispiel jemand sehr, sehr viele Fragen über ein Auto hat, dann würde ich den zum Beispiel sagen, ey, frag doch mal JP Performance, jetzt zum Beispiel. So, du hast jetzt sehr, sehr viele Fragen, also deine ironischen Fragen, könnt ihr das und das beweisen. So, dann überlege ich mal kurz, dann denke ich mir, ach, der haben die, befasst sich doch damit live, er fordert die Leute auch auf, wie du, sagt zu den Leuten, kommt, ich beweist euch, dass der Jesus nicht Gott ist, dann habe ich gesagt, ey, das passt doch, deswegen komme ich jetzt zu dir und sagt dir, ey, pass auf, er ist jetzt nur ein Beispiel, der dir die Frage beantworten würde. Das ist, ich bin jetzt kein Laufbruch, das ist jetzt nur so ein Beispiel, verstehst du, was ich meine? Weißt du, weißt du, was mir aufgefallen ist? Haben die, seht mich jeden Tag live, jeden Tag. Warum stellt ihr nicht, warum stellt, haben die nicht eine Anfrage und kommt und beantwortet mir diese zwei Fragen? Warum kommt denn nicht? Das werde ich dann auch, ich werde natürlich auch fragen, ich meine, das hat jetzt auch nichts. Ah, siehst du, da fängt es an. Ich habe zwei bestimmte Themen, Saka. Er soll mir beweisen, ist Rebekka drei Jahre alt gewesen, ja oder nein? Und dann werden wir schauen, ob das auch wirklich stimmt. Und dann werden wir gucken, wenn er mir beweisen kann, dass Jesus nicht Gott ist, soll er mir das laut der biblischen Sicht auch erklären, ob Jesus Gott ist oder nicht. Das war's. Soll er hochkommen? Mit ihm. Also Hamdi sieht mich jeden Tag live, warum kommt er nicht? Warum soll ich zu ihm? Damit er seine zehn anderen einlädt. Also wenn Hamdi kommt, wenn Hamdi jetzt kommt, ich schmeiß alle runter. Und dann soll er mir das beweisen mit Rebekka und soll mir beweisen aus biblischer Sicht, ob Jesus Gott ist oder nicht. Ich debattiere ihn ganz alleine. Aber Hamdi muss aufhören zu schreien, weil wenn er anfängt zu schreien, ich höre ihn auch gar nicht mehr zu. Dieses Rumschreien, Rumbrüllen und ich versuche, den anderen zu dominieren, das bringt nichts. Okay, Saka? Geh mich so weiter. Alles klar. Okay. Dann bedanke ich mich, dass du da warst. Jo, danke dir, ciao. Alles klar, ciao, ciao. Sag mal, Flex. Ganz kurz, ganz kurz muss er. Bad Mafia, was können wir für dich machen? Servus, Flex. Ich wollte nur was sagen. Ich habe eine Bitte. Du hast... Mach dich mal ein bisschen lauter, weil ich höre dich ganz schlecht. Jetzt? Hast du Kopfhörer, du musst die Kopfhörer raus machen, weil ich höre dich ganz schlecht. Ja, ich spreche. Ja. So, Sal Bayer hat gesagt, Flex, so biblischer bist du leider nicht. Dann komm hoch. Beweis es mir. So. Ja, Moment. Dann komm hoch. Anfrage stellen hochkommen und mir diese Fragen beantworten. Aber Musa, jetzt kommen wir zu dir. Der andere ist ausgegangen. Bei der Ahnung, was mit dem anderen ist. Die Bibel, gell? Ja, gut, wer ist jetzt das? Das neue Testament. Jetzt wollen wir den jetzt wieder hoch. Ja. Hast du gehört? Ja, kleinen Moment, Abo. Da ist einer, der wieder hoch möchte. Egal, ich schmeiße ihn raus, weil der wollte eh nur beleidigen. Deswegen, egal. Ich weiß gar nicht, warum ich die hier machen will. Okay, Abo muss auch noch mal. Hier sachlich-fachlich. Ja, es gibt ja die alte und das neue Testament. Und die Talmud und wie auch immer. Meine Frage jetzt, welcher gehörst du denn an, wenn ich fragen darf? Das habe ich noch nie so rausgehört. Nur, das ist heute gar nicht das Thema, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin immer noch bei diesen zwei Themen und bei diesen zwei Themen will ich heute erst bleiben. Wenn du möchtest, kann ich das nächste Mal gerne das ansprechen, was du gerade gesagt hast. Aber den Talmud, der hat schon mal mit der Bibel gar keine Gemeinsamkeit. Und mit dem Talmud kannst du auch die Bibel nicht widerlegen, weil der Talmud wurde von Menschen geschrieben. Sie wissen nicht, was der Talmud ist. Das ist das Problem. Bei Abu Musa, was ist Talmud? Er geht googeln, Bruder, guck mal. Er muss jetzt googeln, was Talmud ist. Sie kommen mit Talmud, er googelt jetzt, guck mal. Bruder, ich habe doch gerade ganz normal gefragt. Aber was ist der Talmud? Was ist der Talmud? Bruder, ich habe doch keine Ahnung, was es ist. Ich bin doch kein Christ. Ich muss es doch nicht wissen. Dieser Ex-Muslim, Sacha, ich habe euch doch... Saka, du musst einfach nur sagen, Achmat Ex-Muslim. Achmat Ex-Muslim, das war's. Der Hamdi weiß schon, wer das ist. Dann braucht man nicht viel sagen. Der Hamdi weiß das. Weißt du, dass es eine Fatwa gibt, ein Rechtsurteil, dass die Muslime nicht mit Achmat Ex-Muslim debattieren dürfen, weil die alle platt machen. Sie dürfen es nicht. Haben die Talmud nicht von seinen Gelehrten aus? Kein Spaß. Okay, gut. Ich werde von Achmat Ex-Muslim noch mal eine kleine Ausbildung nehmen. Ich wollte gerade sagen, wir wollen alle eine Schulung haben. Also ich kriege noch mal eine Schulung von Achmat Ex-Muslim und dann haben die, schauen wir mal. Wir werden bald debattieren haben. Mach dir keine Sorgen. Das kommt noch. Abo Musa, tut mir leid, du kannst reden. Kein Problem. Ja, ich wollte eigentlich einen Schnur wissen, was ihr da genau jetzt, welche Rechtsschule, also wenn ich das so nennen darf. Ich weiß es nicht, wie es im Christentum genau ist. Ich kenne nur evangelisch, katholisch, alte Testament, neue und manchmal gibt es auch Leute, die über dieses Talmud sprechen. Da gibt es ein Noha, heißt er, glaube ich, der mit dem Bart ein bisschen kräftige. Der ist ja, glaube ich, Jude. Ja. Und deswegen ist es für mich so ein bisschen verwirrend, was jetzt was genau ist. Aber wenn es heute nicht dein Thema ist, lass es okay, dann machen wir das nächste Mal. Das ist auch kein Problem. Das nächste Mal gerne, natürlich. Wie gesagt, sehr, sehr, sehr wichtig. Respektvoll, sachlich, fachlich bleiben, nicht beleidigen, wir sind keine Kindergartenkinder. Und jeder soll an das glauben, was er möchte. Und jeder soll predigen, so wie er es hält. Möge Gott, jeden Recht leiten auf den richtigen Weg. Und auf jeden Fall, ich muss mal sagen, zum Schluss, da sind wir alle schlauer. Ja, so sieht es aus. Ja, dein Abo-Muster, dann bedanke ich mich, dass du da warst, weil ich möchte dann gerne noch ein bisschen weitermachen. Ja, klar, aber wenn ich bis jetzt mal da bin, hast du ja gemerkt, ich bin sehr respektvoll, kannst du mich gerne wieder hochnehmen. Dann können wir, wenn ich mal richtig im Chat bin, ich bin die ganze Karte einfach nur reingekommen und dann habe ich gesagt, ich komm, ich versuch's mal. Okay, kein Problem. Abo-Muster, Bruder, bevor du rausgehst, ganz kurz, erstmal gottesreichlichen Segen an alle und dir, Assalamu alaikum, Abo-Muster, oder ich wollte dir ein bisschen was sagen, wenn das geht, also bevor du gehst, weißt du, du hast gefragt, also du meintest, du kennst dich nicht so aus mit Christentum und so richtig und dies und das. Ich würde dir einfach nur empfehlen, mal darüber sich zu informieren, richtig mal alles zu lesen, so, weißt du, so komplett mal, damit man auch Ahnung hat, so, weißt du, nur als Tipp so, ne? Ja, klar. Das ist ja auch wichtig. Das habe ich mir auch mal... Ich fand das richtig gut. Du warst die ganze Zeit respektvoll. Auf jeden Fall sehr gut. Ja, ich habe auch jetzt, da war mal die Bibel zu lesen. Sehr gut, sehr gut. Alleine dieses Vaterunser, das hat mich sehr... Bis zu eurem Herzen, Arno. Sehr schön, Bruder. Das Vaterunser zum Beispiel hat ja... Ich habe auch Koran gelesen, weißt du, ich interessiere mich auch. Das ist ja nicht verboten oder so, weißt du, deswegen, man kann das lesen, einfach mal nach der Wahrheit suchen. Das ist ja auch von Gott. Das Judentum ist ja auch von Gott. Also, da sagen wir... Aber, aber ganz ehrlich, Abu Musa, ich muss dir diesbezüglich nur noch was mitgeben, bevor du gehst. Merk dir eine Sache und ich hoffe, du nimmst das mit und nimmst auch meine Worte ernst. Du wirst niemals in meinem Stream sehen, dass ich, keine Ahnung, beleidige oder irgendwelche Leute in den Schatten stelle, nur, weil ich gerade so rach sehe. Das wirst du bei mir niemals sehen. Aber dennoch, ich kann dir eine Sache sagen. Geh rüber zu die Gummibärbande und schau dir mal, was... Schau dir mal ganz genau an, was die da machen und du wirst auch verstehen, dass das nicht von Gott kommen kann. Ja, ich kann dir nur eine Sache sagen. Lies die Bibel, lies sie aber aufrichtig und du wirst verstehen, was ich meine. Ne? Ne? Du musst wirklich vom Herzen lesen. Du kannst nicht, ähm, lesen und, äh, voller Hass schon anfangen. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Lies einfach und du wirst verstehen, der ist wirklich, ähm, da ist wirklich sehr, sehr viel Liebe dabei. Ohne Vorurteile. Richtig. Also wird man bei null einfach beginnen, einfach ohne... Beginn von null. Null einfach und dann, äh, einfach ehrlich sein zu sich auch und lesen, ohne irgendwie was anderes im Kopf zu haben, was zum Beispiel irgendein Imam-Beispiel jetzt oder irgendein Pfarrer, egal was, ne? Einfach mal so von dir aus, du hast ja Verstand, ich sehe ja, du bist ja auch ruhig und, äh, also, ne? Sabrina, ich grüße deine Erzschwester. Deswegen, du kannst dich einfach erkundigen, lesen, was ist Wahrheit, was musst du. Äh, ich muss sagen, ich bin hochgekommen, Bruder, ne? Eigentlich, äh, nur wegen dir, aber Musa, äh, weil ich vorhin gehört habe, du hast gesagt, ja, fünf gegen eins und das und jenes, dann habe ich nur mir auch so gedacht, was Flexi jetzt gerade gesagt hat, so, äh, geh mal bei Hamdi Joker und diese, äh, Liebe für Hadith oder wie der heißt, wenn du mal da siehst, was die mit den Leuten machen, die beleidigen und stummen die, dass die nicht ausreden können. Wahnsinn. Und du, du hast gesagt, kleine Kinder, Bruder, wenn du als Erwachsener, dann bitte geh da hin und leite die sozusagen, also, äh, sag denen, was Sache ist, dass man nicht so mit Menschen umgeht, zum Beispiel, ne? Das wäre natürlich sehr, sehr, sehr korrekt von dir, wenn du das so machen würdest, auch bei deinen, sagen wir mal, Glaubensbrüdern sozusagen, ne? Da hast du ja natürlich mehr Einfluss, denke ich mal auch, so weißt du, was ich meine? Ja. Weil, ne, an Allah, dann würde ich sagen, Brüder, so nicht, Islam ist Frieden, also du sagst ja so, Islam ist Frieden, denke ich mal, und dann würde ich so, das, das wäre für mich richtig, äh, ja, so real halt, so weißt du, so echt, ne? Dass du das dann machen würdest, so und sagen würdest, hey, Hamdi, so wie du mit den Leuten, du gehst rein, wie so, pfff, Rakete, weißt du, und beleidest, ey, du, du, dein Buch, dein Gott, dein Gott, dein Gott, dein Buch, so, das ist doch ein Wort. Welche Bibel soll ich denn lesen? Bruder, guck mal, ich würde dir raten, ne? Warte, ganz kurz Toni, ganz kurz Toni, ähm, jetzt aber muss er zurück zu deiner Frage, welche Bibel soll ich lesen, richtig? Ja. Okay, sind die Bibeln denn alle gleich, oder haben die alle nur die verschiedene Farbe, oder sind sie von der Schrift her alle gleich? Wie siehst du das? Einige, ähm, werden anders interpretiert, also anders übersetzt. Also, ich erkläre es dir ganz genau. Der Inhalt ist immer noch gleich, ist nichts verändert, der Inhalt ist immer noch gleich, es gibt halt nur den Schlachter, den Heder, der Schlachter ist ausführlicher, hat nochmal eine Erklärung unten, und, äh, bei dem Heder ist es auch nochmal ein bisschen anders, aber der Inhalt ist immer noch gleich, da ist keine Veränderung oder so. Gottes Wort kann man nicht verändern, es ist immer noch gleich. Das sagt der Koran nämlich auch, ne? Und, Bruder, ich würde dir raten, so mit dem Alten Testament zu beginnen, so die Schöpfungsgeschichte komplett, erst mal komplett durchzulesen, und dann, ne, dass du so erstmal, äh, sozusagen Einführung hast, weil das ist ja Anfang sozusagen, und dann würde ich mehrmals das Neue Testament lesen, mehrmals. Weil so habe ich, also bin ich vorgegangen, ich habe einmal komplett das Alte gelesen, und dann ins Neue, und dann mehrmals das Neue, damit man auch versteht. Weil wir sind im Neuen Bund, deswegen ist das wichtig, auch das Neue richtig zu kennen, weißt du? Und die Lehre, Lehre Christi einfach sich reinzuziehen, und immer wieder auf sich wirken zu lassen, weil guck mal, ich habe fünfmal das Neue gelesen, Bruder, und immer wieder habe ich Neues, Neues, Neuerkenntnis, Neuerkenntnis, immer wieder. Weil am Anfang, ich habe gelesen, ich dachte, ja, ich habe komplett gelesen, so, aber das hat mir, ich habe kaum was richtig behalten. Aber man sollte, man sollte, man sollte eigentlich, meiner Meinung nach, mit dem Neuen Testament anfangen, und dann das Alte. Ja, also kann man auch machen, natürlich. Aber, früher habe ich, ja, ja, na ja, gut. Alles klar, dann wünsche ich euch alles gute, Jungs, gell? Okay. Gottes Segen, Bruder. Ja, Gottes Segen, auf alle. Gottes Segen. Bruder, danke für's Hochnehmen, ja, ich muss meine Mutter besuchen, die ist im Krankenhaus, ja, bis später. danke auch. Okay, Bruder, bis dann, ciao. Okay. Cha-cha. Also, Abou Moussa, bis dann, Cha-cha. Danke, mein Freund. So, also bisher will keiner hochkommen und mir sagen, ob ihr es Gott ist oder nicht, nicht so schlimm. Was ist mit Rebecca? Viele sagen ja immer, Rebecca sei drei, keiner will hochkommen und mir das beweisen. Das ist natürlich sehr, sehr seltsam. Very strange. Keiner will mir sagen, ob Rebecca drei war oder nicht. Bruder, weißt du, dass wir schon mittlerweile zehn komplette Suren im Koran haben, die Copy-Paste sind? Ja, Bruder, alles da drin ist Copy-Paste. Aus älteren Schriften, Bruder, wir haben auch schon die Quellen, aus welchen, aus erster Jahrhundert, zwei irgendwelche Fabeln und Geschichten, die nie stattgefunden haben, die haben alle in den Koran reingeschafft, jeder. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Naja, ist halt so. Was soll man dann sagen? Aber du glaubst, dass sie waren. Sure 22, 56, selbst Satan hat im Koran reingeschrieben. Warte kurz, ich liebe dich und deine Streams-Flex. Dankeschön an meine jesidischen Geschwister. Ich küsse doch eure Herzen. Evangelium, ich küsse dein Herz, Bruder. Wirklich, für eure Unterstützung, Leute. Ich liebe euch von ganzem Herzen, wirklich. Möge Gott euch zehnfach mal segnen, zehnfach mal mehr beschenken und solltet ihr für immer und ewig gesund bleiben, Leute. Ich küsse doch eure Herzen. Bad Mafia, was können wir denn für dich tun, mein Lieber? Ja, Flex, Bruder, hörst du mich jetzt? Du bist sehr, sehr leise, aber egal. Trotzdem weiter zuzuhören, ja? Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe eine Bitte gehabt. Ich habe dein Live Live von Anfang an gesehen und Okay. Als die Frau kam, über Schwarzen haben die geredet und ich glaube nicht. Also ich bin Muslim, ich bin jetzt nicht so religiös und ich habe nicht so viel Ahnung, dass ich deine Fragen beantworten kann, aber was ich weiß, ich werde deine gesamte Familie vergewalten, du Hurensohn, Alter. Kick den, kick den, ich wollte dich gerade warnen, ich werde deine gesamte Familie, zu ihrem Handy. Ich werde deine Telefon ein bisschen näher an deinem Mund. Ja, jetzt. Ja. Nimm das Handy an deinem Mund. Das Handy an meinem Mund? Nein, der Bad Mafia, damit wir ihn besser hören. Ach so, ja, weil wir hören dich ganz schlecht. Ich weiß nicht, vielleicht liegt er mein Mikrofon oder so. Ich habe Handy ganz nah an meinen Mund. Okay, oder nimm das Mikro. Hast du Kopfhörer um? Nein, leider nicht. Ich glaube, es ist mein Handy, der ich bin. Ach so, okay, ja gut. Also der Typ, der übrigens da war, Leute, das war ein Dämon. Der hat sein Gehirn genommen und das gegen die zwei rechte Hände gehämmert. Bum, bum. Die zwei rechte Hände, so, der greift so gegen das Gehirn und zieht einfach das Gehirn wieder auf. Der Takbir, das ist diese Takbir. Bad Mafia, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hier ist jemand im Chat, der will einen Typico-Schein für heute Abend haben. Machst du das für ihn? Das soll er nachmachen, kann er machen. Okay. Das ist nicht einer der sehr religiösen ist, Rosu. Aber ich bin euch ehrlich, ja? Ja. Flex, du hast am Anfang an unsere Gott, also Allah beleidigt. Deswegen, guck mal, jeder regt sich auf. Das ist nicht schön. Wir haben nie, also Muslime, die wirklich Muslime sind und halt gute Muslime sind oder wirklich an Allah glauben. Die werden niemals Jesus beleidigen oder jemand anderen oder dich als Schwarzer oder jemand was anderes bezeichnen, weil es gibt es nicht. Rassismus gibt es nicht in unserer Religion und solche Sachen, weil viele haben irgendwas gesagt, geredet. Ich höre nur zu, weil jemand kommentiert irgendwas, dann wird es dann direkt irgendwie blockiert, dann kann man nicht mehr weiter kommentieren. Darf ich dir kurz was sagen? Ja, natürlich. Also, wenn ich etwas aus deinem Buch zitiere, ja, und aufkläre, aus deinem Buch, ich kläre auf, ich lese mir die Quelle durch und ich lese mir die Quelle nochmal durch, nochmal durch, nochmal durch und bin mir sicher, dass das da drin steht. So, ich frage dich jetzt, ja, es gibt ein Gesetzbuch, ja, es kommt ein neues Gesetz raus, ja, ein bestimmtes Gesetz. Und da drin steht, wehe, du kackst in den Aktenkoffer, ansonsten wirst du bestraft. So, ist das metaphorisch gemeint, wenn du es lesen tust und sagst, aha, okay, da steht da drin, ich kacke jetzt, wenn du jetzt in den Aktenkoffer kacken tust, dann wirst du bestraft. Ist das metaphorisch gemeint oder ist es genau so, wie es da drin steht? Das habe ich jetzt gar nicht verstanden, sage ich zu ehrlich, ich meine, bei Deutsch ist nicht so gut. Okay. Ja, aber ich weiß nicht, was du damit gemeint hast, kannst du mal andere Beispiele sagen? Also guck mal, es gibt ein Gesetz und dieses Gesetz steht in dem Buch, wehe, du kackst in den Aktenkoffer, ansonsten, du bist, Dinger, du wirst sofort, keine Ahnung, bestraft. So, du kommst jetzt und du liest genau das gleiche, ist das metaphorisch gemeint oder ist das, wie würdest du das sehen? Ja, ich werde dann, ich, wie gesagt, es gibt es für eine Strafe, egal wo es ist, im Gesetz oder so, muss, ähm, genau. Nein, du hast meine Frage, du hast meine Frage nicht verstanden. Du hast meine Frage nicht verstanden. Es ist aber auch nicht so schlimm, aber ich frage dich mal. Oder ich frage dich jetzt mal. Ich kann dir ein anderes Beispiel geben, weil es ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich stelle, ich stelle die Frage jetzt mal anders. Wenn ich etwas aus deinem Buch zitiere, ist das für dich eine Hetze? Äh, nein. Ja, also, also wo ist das Problem? Ja, ist, aber was, was du gerade zitiert hast oder was du, unser Gott, nein? Nein, guck mal, du, du, du verstehst mich, glaube ich, nicht so gut. Guck mal, wenn ich etwas aus deinem Buch zitiere, ist das dann eine Hetze für dich? Nein. Ja, also, das war's. Okay, guck mal. Ich kann nicht sagen, ich rede schlecht darüber. Ich kritisiere es. Ja, aber du hast, was ich meine, Flex, du hast am Anfang beleidigt, okay? Nein, ich habe noch nie beleidigt. Mal, sag mal, du lügst jetzt gerade in diesem Chat. Also, wenn für dich beleidigend ist, wenn ich sage, Allah hat zwei rechte Hände und Allah hat ein Schienbein. Wenn das für dich eine Beleidigung ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Nein, nein, der einer, der kam, der hat dich, hat er dich irgendwas mit AfD gesagt? Er hat gesagt, du würdest auch nicht hier bleiben oder so? Ja, da habe ich beleidigt, ja, das gebe ich zu. Da habe ich beleidigt, ja, natürlich. Und ich habe mich sogar noch entschuldigt und habe gesagt, Leute, es tut mir leid, das meine ich nicht so. Ich entschuldige mich aber wenigstens. Ja, aber guck mal, diese Beleidigung ist für dich vielleicht eine kleine Beleidigung, aber damit hast du Milliarden Menschen beleidigt, verstehst du? Okay. Und dass er aber, dass er aber das N-Wort und das B-Wort benutzt, das ist dann, damit hat man keine dunkeläutige beleidigt oder wie? Hat er. Ah, aber warum redest du da nicht drüber? Du redest, ihr verteidigt nur euch, aber warum verteidigst du nicht mich? Ich habe doch, ich habe dir doch gesagt, weil... Nein, du hast mich nicht verteidigt, du hast mich kritisiert. Du hast nicht gesagt, hey, er hat das N-Wort benutzt und hat dich beleidigt. Hey Bruder, es tut mir von ganzem Herzen leid. Nein, du bist reingekommen und kritisiert direkt nicht. Nein, ich habe gesagt, ich habe eine Bitte. Ich habe eine Bitte, die Leute sich aufregen, weil du beleidigt hast. Guck mal, da war einer, der hat dich beleidigt, weil er gesagt hat, wenn die AfD Macht kommt und so, so, so weiter, ja? Das ist, ich guck mal, ich sage es dir, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass er... Ja, aber jetzt, wo ich das angedeutet habe, jetzt entschuldigst du dich drüber. Aber vorhin hast du es nicht erwähnt. Du hast es gar nicht erwähnt. Ich habe dir das gesagt, weil er das gesagt hat, du hast was noch Falsches gemacht, verstehst du? Er hat falsch gemacht, er hat falsch gemacht und danach hast du noch mehr schlimmer gemacht, verstehst du? Und wir sollten doch nicht jetzt miteinander, keine Ahnung, irgendwie Biefen haben oder sowas. Nein, natürlich nicht. Wir sollten doch miteinander verstehen, guck mal, du sagst Jesiden so und so und so, ja? Ja. Aber du hast nicht einmal über Muslime sowas gesagt, die sollen auch gesegnet. Also ganz ehrlich, wenn du dieses Thema ans, wirklich, also bei Jesiden, ich sage dir ganz ehrlich, Bad Mafia, lass uns lieber nicht darüber reden, weil bei Jesiden bin ich sehr, sehr empfindlich geworden. Ich weiß nicht warum, aber da bin ich sehr empfindlich. Weißt du, was 2014 mit den Jesiden passiert ist? Weißt du, was der IS mit den Jesiden gemacht hat? Bitte rufen wir das lieber nicht ins Leben, weil das tut weh. Sag ich dir, sag ich dir ehrlich, hast du recht, aber was die gemacht haben, die ISIS und so, wer sagt, fragt einen Muslim. Die leben den Islam, die leben den Islam 100% aus, die ISIS, die leben den Islam 100% aus. Ja, aber die haben nichts anderes gemacht zu sein, verstehst du? Die denken, dass sie Muslime sind oder die wären Muslime und die können das sowas machen oder sowas erlauben und so. Das Ganze, die Strafen und so weiter, alles, die Leute sind. Okay, okay, wenn du sagst, jetzt... Urban hat gerade was dazu gesagt. Okay, wir machen das so, guck mal Bad Mafia, wir machen das so, kein Problem. Okay, nimm mal dein Koran und schreib mal Surah 9, Vers 5 auf und lies uns das mal bitte vor. Ich kann nicht lesen. Wie gesagt, ich habe dir am Anfang gesagt, guck mal, ich bin nicht einer, der sehr religiös ist oder so, aber ich weiß, dass alle Religionen zufrieden sind. Oder nicht? Das stimmt nicht. Laut Vers 24, wenn ich nichts Falsches sage, darfst du sogar Frauen vertreten. Wer gedingsst dann? Was? Welche Suche das ist. Da darfst du gefangene Frauen mit ins Bett nehmen. Allah hat... Wo ist der Frieden, bitte? Ja. Guck mal, ich schweig... Man, so müssen wir ehrlich sein. Ja, wie gesagt, wenn ich Ahnung hätte oder wusste, dann hätte ich dir jetzt direkt beantwortet, stimmt oder nicht oder so oder so. Aber wenn flex du, wie gesagt, gibt es so viele Prediger auf... Flex du bist ein unfruchtbarer Nigger. Ey, was ist das? Nimm deinen Kopf erstmal und ramm das ganz woanders, egal, ich sag's jetzt lieber nicht. Warum blockierst du nicht gleich? Kannst du nicht gleich blockieren? Ja, ja, ich hab das jetzt erst gesehen. Ich hab den jetzt einfach hochgenommen, ja. Er soll erstmal seinen Kopf nehmen und das irgendwo gegen... Äh, 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 egal. Ey, ich würd so loslegen, aber ich will nicht so ekelhaft sein. Egal. Ich entschuldige mich nochmal. Nein, fall dich zurück. Was glaubst du? Ich hab ja dieses Thema mit den Fußballern. Was glaubst du, wie die sich zusammenreißen müssen, wenn die da auf dem Platz stehen? Und die Zuschauer da irgendwelche Kremassen machen und so. Weißt du, da musste ich gestern auch drüber denken. Hey, aber eine Sache will ich noch kurz sagen. Das ist der friedliche Islam. Yes! Gestern nämlich, als bei dem Spiel Rüdiger eingewechselt wurde, musste ich gleich daran denken. Wirklich. Im Islam gibt es keinen Rassismus, Bruder. Im Islam gibt es keinen Rassismus. Nein, ey, ey, Leute. Im Islam gibt es keinen Rassismus. Ja. Es gibt keinen Rassismus. Habt ihr gehört? Das N-Wort ist schon wieder gefallen. Es gibt keinen Rassismus. Islam ist so friedlich. Es gibt keinen Rassismus. Das N-Wort werden wir niemals sagen. Ja. Ja, genau. Weltmafia. Laut Sura 4, Vers 24 darfst du Frauen vergedingstern. Gefangene Frauen. Allah gibt dir die Erlaubnis. Was sagst du eigentlich dazu? Wenn dein Islam Frieden ist. Islam ist Frieden. Was dazu steht. Ich bin kein, wie gesagt, Gelehrter. Oder ich hab auch nicht gelehrt oder gelesen und so weiter. Das hätte ich dir beantworten können. Aber wenn du diese Frage hast, wie gesagt, du kannst auch... Ich bin jetzt beim Flex gekommen, weil ich... Was ich gehört habe vom Flex, hat mich wirklich verletzt. Und deswegen wollte ich nur ein bisschen sagen, ey, ich hab eine Bitte. Bitte beleidige nicht Gott oder was anderes. Guck mal, hier, ein Mensch dich beleidigt. Dann sag irgendwas, keine Ahnung. Schreib ihm privat irgendwas. Hey, ich weiß nicht. Das Ding ist, das Ding ist, Bad Mafia, ich hab keine Zeit da zurückzuschreiben. Ich schreibe meine Community mit aller Kraft, wenn ich kann, schreibe ich meinen Leuten zurück, an meine Glaubensbrüder und Geschwister. Aber solche Leute schreibe ich in 100 Jahren nie wieder zurück. Ich löschle es. Ich brauch die Nachricht nicht mal erst anschauen. Flex, also ich will dir mal kurz was sagen. Du sagst zum Beispiel, die Muslimen sagen dies, das. Aber du denkst auch, dass jeder Christ friedlich ist. Es gibt auch viele Christen, zum Beispiel in Amerika sind es alle Christen. Also in den USA tut auch jeder zu zweit zu sagen, n. Es geht um die Schriften. Es geht um die Schriften, mein Freund. Es geht um die Schriften, mein Freund, nicht um Menschen. Du kannst auch das alte Testament von Christen sagen, weißt du, ich meine. Dein Prophet hat zu einem schwarzen Profil gekostet. Dann machen wir das so. Boban, warte kurz, warte kurz. Job, 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 denn sag mir mal was von dem Alten Testament. Ich bin gespannt. Was was stört sich denn im Alten Testament? Schieß los, mein Lieber. Ich habe nichts gegen den Alten Testament. Hast du das Alte Testament überhaupt verstanden? Nein. Wie bitte? Nein, nur diese neue. Okay, aber wegen was bist du denn jetzt hier hochgekommen? Ja, ich will nur sagen, weil du sagst, die muslimen sagen, das N-Wort. Aber das stimmt ja auch. Das ist ja nicht gelogen. Das sagen die tatsächlich. Sogar in Privatnachrichten schreiben die das ja auch. Da sollte das ja gelogen sein. Das ist meine Erfahrung. Sagen wir mal so ein Beispiel. Es gibt hier, machen wir mal ein Beispiel, weil du bist dunkeläutig. Ich bin auch auf jeden Fall gegen Rassismus. Sagen wir mal so, du schießt ganz dagegen Muslimen. Dann gibt es solche Leute, die beleidigen. Weißt du, ich meine? Wenn du zum Beispiel jetzt einen Christ, haben wir einen dunkeläutigen, schwarzen Sinidus und dann gibt es zu 100% auch Christen, die sowas machen würden. Soll ich dir mal was sagen? Ich habe bisher, seit ich hier in TikTok bin, noch nie Christen gesehen, die sich lächerlich machen oder hier reinkommen, ja? Irgendwelche Bilder, keine Ahnung, von irgendeinem privaten Familien, von irgendeinem Moslem nehmen und das hier reinposten. Das sehe ich nur bei euch. Geh mal zu Handi, geh mal zu Joker. Ja, da wimmelt es nur noch von solchen Sachen, ja? Das sind ehrenlose Feiglinge in meinen Augen. Ich würde niemals die Familie ins Spiel bringen. Von strenggläubig, unser Bruder strenggläubig, hat man Bilder veröffentlicht. Man hat das hier reingestellt. Du gehst in den muslimischen Stream rein, du siehst es überall. Keiner, kein Christ würde sich so verhalten. Weißt du warum? Wir sind wahrhaftig im Herz. Okay, du sagst, wir sind wahrhaftig im Herzen und wir sind nicht so wie ihr. Wir haben ein, wir sind, das ist der Unterschied zwischen uns Christen und die Muslime. Darf ich jetzt mal sagen, wir würden sowas niemals machen. Was war 1939 bis 19. Bruder, hör auf 1919, bleib bei dem Thema, wo wir sind. Oh, du sagst, du die Muslimen, wie viel, okay, machen wir 2023, okay. Wie viele Christen, bleib bei dem Thema, bleib bei dem Thema, bleib mal bitte bei dem Thema. Warum gehst du nicht zu Rand und sagst, hey, warum, warum postet ihr die ganze Zeit was gegen Dunkleutige oder den Schwarzen, warum macht ihr Affen, warum gehst du nicht da und redest? Warum kommt ihr hierher und sagt uns, warum wir über den Islam, warum wir Islam kritisieren? Geh mal rüber zu deinen Kollegen und sag denen, warum benutzen sie ständig das Antwort? Oder geh mal zu Joker und frag ihn mal, warum er seine Fußnägel lackiert. Hat er seine Fußnägel genommen und das gegen Allahs Kopf gerammt oder was ist da passiert? Lex weiß er selber in die Schlampe verboten und Rassismus auch verboten. Ich weiß, welcher Prophet es nochmal war, er hatte einen Freund und er war schwarz, ein bester Freund. Ich glaube von News. Ja, aber geht mal bitte zu Joker und Hamdi und redet mal mit denen darüber. Warum geht keiner darüber und redet mit denen? David, du kannst reden. Ich bin sowieso schon durch. Ich finde, das fängt da schon an, dass die Muslime ja für die nicht-Muslime Begriffe benutzen wie Kuffar. Das fängt ja da schon an oder nicht? Das heißt ja schon quasi, wir stellen uns über die, weil das ein Kuffar und wir sind Diener Allahs. Da fängt das doch schon an, die Ausgrenzung. Und dann ist Rassismus auch nicht mehr weit. Absolut. Also Schopp, ich will dich mal kurz was fragen, weil du ja die ja so in den Schutz nimmst. Bist du Moslem oder bist du Christ? Ich bin Christbruder Aramä. Nein, nein, ich meine Schopp, Schopp, Schopp. Ach so, okay, okay. Boah, ich bin Moslem, aber es hat nichts damit zu tun, so wenn ich sehe, du beleidigst die ganze Zeit die Muslime, weißt du, ich meine. Du schießt gegen nur. Warum redest du gar nicht über Jesidentum? Das ist genau so, die kommen auch, die glauben auch was anderes, dann sind es auch für euch. Wie viele Jesiden, Bruder, wie viele Jesiden sind mit dem Lkw durch einen Weihnachtsmarkt in Deutschland gefahren bis jetzt? Bruder, jetzt kommst du da, bitte. Ja. Wieso sollen wir über Jesiden reden, die uns nichts antun? Warum reden wir über den Islam, der uns was antut? Bruder, niemand setzt sich in einen Lkw von den Christen, fährt in eine Menschenmenge und schreit, Jesus ist der Größte. Das gibt es nicht bei anderen Religionen, bei keiner Religion, sowas sieht man nur im Islam. Das gibt es nur im Islam. Frau, du sagst, einfach die Kissen. Ganz kurz, ganz kurz, ich möchte nur eine ganz kurze Sache erwähnen. Schopp, was bist du denn für ein Landsmann? Oder generell, was bist du für eine Religion eigentlich? Ich bin Moslem. Du bist Moslem und was für ein Landsmann bist du? Ich bin Kurde, Kurde, Kurde. Du bist Kurde, okay, okay. Ja gut, die Frage ist, was bringt dich denn jetzt heute hierher in meinem Stream oder was möchtest du mir denn sagen? Weil ich habe heute eigentlich ein spezielles Thema. Ich konnte mein Thema heute gar nicht mal wirklich fortführen oder ja, machen, weil... Plex, komm, ich habe nie was gegen dich, aber du weißt, ich meine, du sagst nur Jesiden, Jesiden und Christen, aber für euch sind auch Jesiden Teufelsanbeter und das Gleiche sagt ihr auch bei uns und das, weißt du, ich meine, du sagst nur... Jesiden sind keine Teufelsanbeter, es hat kein Christ auf der Welt gesagt, wie kommst du jetzt auf, dass sie Jesiden Teufel anbeten? Jesiden tun nicht an Christentum Glauben, Bau. Ja, aber sie sind keine Teufelsanbeter. Was sind sie sonst? Sie sind jemand, die einen anderen Glauben haben. Komm, sag, was mit Jesiden tun? Sie sind keine Satanisten, sie sind jemand, die einen anderen Glauben haben, aber wir verfluchen. Wir verteufeln sie nicht, wir verteufeln sie nicht, sondern wir dürfen sagen, wir respektieren sogar ihren Glauben. Mein Freund ist Jeside und bei ihm ist es nur ein Gott und gibt keinen Sohn. So was gibt es auch nicht, was im Christentum gibt. Ja, okay, aber das ist ja ein Problem der Jesiden, aber sie sind keine Teufelsanbeter. Wie kommst du drauf? Okay, jetzt, ich konnte, ich konnte jetzt gar nicht richtig zuhören. Jetzt nochmal shop, kannst du mir das alles nochmal sagen, bitte? So, ich sag dir jetzt mal was, mein... Sind für euch Jesiden nicht Teufelsanbeter? Ganz ehrlich, nimm es mir nicht übel, nimm es mir echt nicht übel, aber bitte kein Wort über Jesiden. Und vor allem keine schlechte Sache. Nein, ich sag das jetzt nur als Beispiel. Nein, 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 keine Beleidigung gegen Jesiden. Ich bin da einfach empfindlich geworden. Keine Ahnung, warum, bitte nichts über Jesiden. Okay, darf ich dir mal was sagen, warum tun die Jesiden leid? Jetzt, sagen wir mal so. Das, was 2014 passiert ist, das ist der Grund und das tut mir schon irgendwo weh. Ich hab mir die Geschichte ganz genau angeschaut. Das ist eine Schweinerei eigentlich, was da passiert ist. Aber ich möchte jetzt nicht drüber reden, wir wollen ja beim Thema jetzt erstmal bleiben, weil das tut schon ein weh. Das ist schon heftig, was da passiert ist. Weißt du, was das traurige ist? Du erwähnst dich, die Palästina. Und ich war gestern dabei, ihr habt gesagt... Guck mal, ich hab das Thema, guck mal, das mit dem Palästina, hör mal zu. Das Kinder sterben. Ich wünsche es niemanden. Da tut mir das Herz wirklich weh. Sobald ich sehe, das Kinder sterben, da tut mir das Herz weh. Aber eine Sache unterstütze ich nicht. Wenn du siehst, wie die andere Partei auf der anderen Seite sich freuen, dass die erste Rakete wo landet, bei den Zivilisten irgendwo, dann freuen sich auf der Straße, verteilen Baklava. Dann gehst du in Berlin auf der Straße und dann siehst du, wie die Leute sich in Berlin freuen, verteilen Baklava, dass Menschen auf der Straße sterben. Und das sollte man unterstützen, anstatt zu sagen, hey Leute, warum schießt die Raketen, warum, warum macht ihr das? Nein, Hauptsache, ich gehe in Berlin auf der Straße und verteilt Baklava. Nein, sorry, unterstütze ich nicht. Und wenn ich dadurch mehr Feinde habe, ist mir egal. Aber ich unterstütze es einfach nicht. Ja, okay, du unterstützt das Israel über 10.000 Leute in Palästina ungebracht habe. Machen wir mal so. Hast du mir überhaupt zugehört? Ja, ich weiß. Hast du mir überhaupt zugehört? Im Ernst, hörst du mir überhaupt zu? Ja, ich weiß, dass du sagst, aber du musst dir auch überlegen, Palästina war früher deren Land, weiß ich, ich meine, die werden eingeschränkt, werden schlechter benommen, Häuser werden von denen weggenommen. Da musst du auch mal verstehen, dass auch ein Krieg auch... Soll ich dir, soll ich dir mal was sagen? Ich kenne ein Kumpel und das war nicht, in der Zeit war dieser Krieg ja gar nicht. Dieser Krieg geht ja schon seit Jahren. Ich habe jemanden, mit dem ich ja GTA Roleplay immer spiele, jeden Abend, das sind Kollegen von mir. Und wir spielen ab und zu mal, jeden Abend mal ein bisschen Roleplay. Und der ist Israelite und den kenne ich schon seit 6, 7 Jahren. Ja, da war ich mir dieses Thema noch nicht wirklich so vertraut. Und jedes Mal, wenn ich ihn gefragt habe, so hey, wie ist das denn in Israel und so, der hat gesagt, hey Mann, das ist ganz schlimm. Und ich rede von einer Sache, die 6, 7 Jahre her ist. Dann sagt er immer wieder zu mir, hey Bruder, jedes Mal Bushaltestelle, du bist im Bus drinne und dann hörst du irgendwo eine Bombe losgehen. Allahu Akbar, boom. Ja, warum redet keiner da drüber? Immer alle schön vertuschen und dann am Ende die Opferrolle spielen. Sorry, unterstütze ich nicht. Warum redet keiner da drüber? Warum redet keiner da drüber? Ich habe Leute, die da unten wohnen, die das, man kann sich das, klar, was Israel macht, auch nicht schön. Kinder sterben, auch nicht schön. Das wollen wir alle nicht. Aber wir können nicht immer die Opferrolle spielen und sagen, ich habe nichts gemacht, wir sind harmlos. Alter, bitte. Da sind welche in Israel, die sind am Raven, die machen gerade Party und auf einmal kommen Fallschirmeleute und köpfen die kurz alle. Was haben die damit zu tun überhaupt? Was haben die Leute, die gerade Party machen und gerade am Raven sind, was haben die überhaupt damit zu tun? Darunter sind Deutsche dabei gewesen. Was haben die damit überhaupt zu tun? Ernsthaft jetzt. Flex Israel geht es doch nur um die Hamas, oder nicht? Und nicht um die Bevölkerung und Zivilisten. Aber lass uns mal bitte bei einer Sache bleiben. Guck mal, es gab wirklich Leute, die Urlaub gemacht haben in Israel. Die haben geraved die ganze Zeit. Warum sagt da keiner was dazu? Die sind am Raven, die sind am Raven, sind am tanzen. Auf einmal sehen die, okay, ja, Fallschirme und so. Was passiert auf einmal, hörst du, bababa, bababa, wird geschossen. Warum redet keiner darüber? Flex, warum immer diese Opferrolle spielen? Warum immer diese Opferrolle spielen? Darf ich mal was sagen, von wo kommt denn die Israel? Jetzt muss ich mal von dir wissen, du sagst, bitte beantworte meine Frage. Ich stelle mir keine Gegenfragen. Bitte, bitte, ich flehe dich an. Ja, du hast aber auch mitbekommen, dass in Palästinien sind ja auch sehr viele Christen, muss ich auch leider entwegen. Also, dass auch die Kirche, die eine der ältesten Kirchen wurde bombardiert, weiß ich meine, und da sagt auch keiner, ja, die Juden, die Juden tun uns leid, die Stars, aber ein Judentum, also in Israel sind solche, soll ich dir, soll ich dir mal sagen, was Schwarze über Palästina sagen, Schwarze, die in Palästina leben, weißt du, was die sagen, es gibt einen kleinen Teil, und weißt du, wie sie diesen Teil nennen, ich weiß jetzt nicht, wie das auch palästinensisch heißt, das heißt Sklave. Darüber redet auch keiner. Darüber redet komischerweise keiner. Keiner redet darüber. Ich werde das Video rausholen, und dann zeige ich dir mal, was unsere Schwarze Brüder und Geschwister über Palästina sagen, die da leben. Es gibt einen kleinen Teil, und dieser kleine Teil nennt sich Sklave. Da gibt es ein bestimmtes, muss ich noch mal gucken, und das heißt Sklave. Warum sagt da niemand was dazu? Immer diese Opferrolle spielen. Wir haben nichts getan, wir haben nichts, wir sind harmlos, alles ist bunte Welt. Warum sagt keiner was dazu? Man muss auch an seine eigenen Haustüre kehren, man muss auch an seine eigenen Haustüre kehren, und dann ist gar kein Problem. Ey, dann ist alles gut. 20% der Einwohner in Israel sind Muslime, sie leben da frei und demokratisch. Nein, die werden schlechter. 20% aufzulügen, sie leben da ganz normal, integriert. Zu Zeit von diesem Angriff, zu Zeit von diesem Angriff, wo die Hamas angegriffen hat, haben 20.000 Arbeiter in Israel gearbeitet. Wieso konnten sie in Israel arbeiten? Hast du dir mal angeschaut, ein Priester, also ein christlicher Priester, ist in Israel gegangen, und der wurde die ganze Zeit bespuckt. Ja, guck mal, du findest überall ein A-Loch. Findest überall ein A-Loch. Das ist kein Problem, aber du hast ein israelisch, ein demokratischer Staat, wo Menschen Freiheit und Rechte genießen, und deine muslimischen Brüder leben da. 20% der Einwohner sind Muslime. An dem Tag, wo die Hamas angegriffen hat, waren 20.000 Gastarbeiter aus Palästina und haben in den Kibbutzen gearbeitet. Und leider haben dann einige auch spioniert und auch Informationen an die Hamas geliefert, wo welche Familien sich verstecken. Das gab es auch, aber sie haben da gearbeitet, mein Freund. Wie geht das, wenn die Israel so schlecht ist? Ich weiß nicht, von wo du die Informationen hast. Du kannst selber nachschauen, schon sogar im Internet, keine Ahnung von wo du diese Geschichte erfunden hast. In Israel, lass mich mal aussprechen, die in Israel, da wo Palästina leben, wenn schlecht behandelt, keine Ahnung von wo du es hast, du musst ja auch mitnehmen. Lass mich doch mal aussprechen. Zum Beispiel gab es ja auch Geiseln in Palästina, sie wurden gut behandelt, und die in Israel, die Hamas wurden richtig schlimm behandelt. Und dann, weißt du, du tust, du sagst nur die, ich sag jetzt auch, dass Israel die Einwohner, haben mir leid, dass auch so viele gestorben sind, dafür könnt ihr auch nichts, gebe ich auch recht, aber ihr sagt, kann es halt nur Israel tut uns leid, weiß ich mal, ihr tut gar nicht, weiß ich mal, guck mal, guck mal, schock, du hast mir, du hast mir gar nicht zugehört, würdest du mir zuhören, dann würdest du verstehen, dass Kinder in Palästina sterben, da tut mir das Herz weh, das habe ich dir, ich erwähne das nochmal, dass Kinder in Palästina, ich habe mir vorhin ein Video reingezogen, die armen Kinder, die können nichts dafür, die armen Kinder, die können nichts dafür, das tut mir vom ganzen Herzen weh, wenn ich sehe, wie ein Vater sein Kind in die Hand hält, und weint, natürlich tut es mir weh, das wünscht sich kein Mensch. Flex, hörst du mich? Ich habe ein anderes Handy diesmal. Ja. Gottes Segen erstmal in die Runde, und ich habe jetzt hier die ganze Zeit zugehört, das ist so viel Quatsch, was dieser Job redet, weil man kann auch als Muslime ganz normal in Israel wählen, die haben dort eine eigene Partei, also mehr in die Demokratie eingebunden wie in Israel sind Muslime fast in keinem westlichen Land, also das ist kompletter Quatsch, was wir hier die ganze Zeit redet, kann mir das echt nicht, wie kann man so desinformiert sein? Da bin ich wie zu einem Milliprozenten, ich bin in der Schule, da wird mir schon alles erklärt, da muss mir nichts was sagen. Das hat eigentlich mal geklappt, ey. Entschuldigung, Jungs, aber das ist hier, da muss ich auf jeden Fall was zu sagen, aber sprich erst mal aus. Wer soll jetzt aussprechen? Der Bruder, der gerade gesprochen hat, dass alles Quatsch ist, den ich natürlich zustimmen kann hier. Ja, ich habe schon gesagt, was ich sagen wollte, weil wie gesagt, in den Gerichtsgebäuden, in den Parlamenten sitzen, genau, und mal den geschichtlichen Kontext betrachten, von Beginn an, von dem Tag an, an dem Mose in das gelobte Land geführt worden ist, wen gehört das Land von Anfang an? Also wir müssten nochmal von Anfang an alles aufrollen. Das ist ganz easy. Also woher kommt der Name Palästina? Den gab es ja nicht. Den haben die Römer, den haben die Römer, den Juden gegeben, aus Hass gegenüber den Juden. Ja, also es gab nie einen Palästina. Es gibt auch heute kein palästinensischer, souveräner Staat, ja? Timoth, was war davor? Nach dem Zweiten Weltkrieg war es deren Land Göttestand dem Palästiner und sie haben die ganzen, lass mich mal aussprechen, sie haben die ganzen Juden nach Palästina geschickt, ja? Das hast du gar nicht... Ja, wer denn? Wer denn? Afghanistan und so, die haben die ganzen Juden enteignet, haben gesagt, da könnte er jetzt hin und haben die deportiert und haben die weggeschickt, ja? Kennst du diese Geschichte nicht? Warum sagst du nicht Deutschland? Deutschland war genauso schlimm. Ja, das Land gehört doch auch den Juden. Nein, es hat... Oh Gott, wen gehört das denn? Wen gehört das denn laut Koran? Wen gehört das denn? Das Land Israels, wer sind die Israeliten? Warum tust du jetzt Bibel und Koran jetzt rein? Weil das Koran drinne steht. Das ist doch ein religiöser Stream hier, oder nicht? Ja, aber laut Politik ist es, äh, Götthes Land Palästina Erste. Nein, es gibt kein Land Palästina. Es gab nie ein Land Palästina. Sie nennt es Palästina, ich will es gar nicht absprechen, aber es gibt keinen souveränen Staat, wo sagt, das ist Palästina, die haben keinen... Welts Land gehört es erste? Palästina oder Israel, ich will jetzt mal sehen. Jetzt will ich mal sehen, ob die Palästina oder Israel... Das ist der Land, das ist der Land der Juden. Evangelium ist ein Herz, oder? Das ist also du, das ist doch schon die Geschichte von damals, also ich verstehe, ich verstehe das nicht. Nein, 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 Boa, erster waren nur die Palästina hier und dann ist kein... Das sind das... Woher kommen denn die Palästinenser, ja? Das sind doch Araber, das sind doch... Das sind Araber, die im siebten Jahrhundert, ja, 700 Jahre nach Christus, der kalif omar der ist da rein marschiert und hat sich das land zu sehen also überfallen und dann wurde es muslimisch so und davor was war davor es kann da gab da haben die nicht arabisch gesprochen oder woher kommen haben die auf einmal gesagt haben wir sprechen jetzt arabisch und wir machen jetzt alles muslimisch nein in der schule war es wo ich sag dir ehrlich mein freund ich kann ich ich werde morgen sogar wenn flex live ist ich werde jetzt mein kollegen her und er ist palästina und er kann die gerne alles erklären ja also du meinst das dd dass ein araber die 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 haben sich teleportiert von von arabischen halbinsel zack also shop shop ich muss ganz ehrlich sein irgendwo gibt es den koran vers ich werde dir zeigen laut schon deine schriften steht julian ich will ich werde dir laut koran zeigen dass das land eigentlich ist also bei allem respekt ich rede von 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 deiner schrift aus ja nicht von meiner sicht aus finde ich dass es am ende heißt dass ich von meiner sicht ausgesprochen habe sondern im koran steht sogar drin ja kommen aber du nimmst aber jetzt den koran okay wenn es der koran sagt aber also willst du sagen koran ist deine lüge oder wie leugnest du jetzt den koran nein ja also dann ist es die wahrheit ja aber laut politik wieso aber du kannst hinterfrage doch nicht dein koran ja bald aber der koran hat nicht gesagt wann das land israel gehen gehören macht der koran ist immer gültig aber das wort ist immer gültig mein freund ich gebe das wort ist doch immer gültig oder nicht gibt ihm gleich die suche warte ich finde es gleich ich habe ja alles gespeichert kleinen moment hallo alle zusammen erstmal flex und hast und ich wollte ich würde gerne ein paar sachen klarstellen ich kann entschuldigung vorlesen als die motor ist das immer bitte ganz kurz reden ja ja ich habe so was dann gehe ich wieder schnell und zwar der shop der lügen verbreitet über uns hier sie denn der meinte wie beten keine ahnung böse gestalten oder kann in unserer religion gibt es nicht meine böse gestalt weil wir sagen gott ist zu allmächtig und er kann kein gegner haben ein bisschen angespannt bin ich aber soll ja also oder was sind das lügen dass er über uns hier sind verbreitet notorious bruder ich grüße dein herz macht die keine sorgen deswegen mache ich auch den stream hier und dankte kann ich das einmal das vorlesen hier sind eine stimme gewonnen bist also eure 25 21 gut ja ganz kurz leute lasst mal lasst mal bitte notorious zu ende sprechen leute in unserer gebeten wir sagen immer bitte gebeten gott zu gott dass er zuerst alle anderen völkern alles mögliche gibt und danach und das ist unser das ist unsere religion das ist unser barmherz bett danke euch fürs hören und einen schönen tag noch kein problem natürlich du bist jederzeit eingeladen oder das war nicht so gemeint das war jetzt ein beispiel weil ich meine du in christentum sagt auch wer was an anderes glaubt sind teufel anbieter und das kommt mir egal was sie glaubt aber ich habe nicht gesagt dass du ein teufelsanbieter bist du hast das so gemeint du hast alles dargestellt zeigt uns mal bitte wo bei uns steht dass wir anders gläubige teufelsanbieter nennen bitte warum sagt der islam ist ein teufelsanbieter der islam okay was heißt wasser okay jetzt gehen wir was ist wer ist hubal wer ist hubal shop west hubal muss ich nicht wer ist wer ist oder all das ist wahrscheinlich propheten oder nein wer ist laut den ägypter nach weiß nicht siehst du du weißt also nicht du weißt nicht wer alle ist doch okay okay egal ich will jetzt nicht so tiefgründig gehen weil das wird wie so ein herzstich sein darüber werde ich jetzt nicht reden egal ich will ich will nicht noch tiefer in die materie reingehen weil das wird ein kompletter schlag ins gesicht sein egal ein andermal ein andermal habe ich das thema nicht ich will das thema nicht eröffnet egal alles gut aber eigentlich wollte ich mich gar nicht streiten ich wollte nur sagen man sollte ich ja ich weiß jetzt gesagt aber ganzheit das problem ist ich habe flexisch heute schon öfter zu ich wollte nur einfach nur sagen jeder soll seinen eigenen glauben haben und ich sage die die bibel ist eine barmherzige religion die muslimische sein barmherziger und die jesüdische ich kann mich da ich habe mich mal gesehen schon ein bisschen informiert war mein kollege ist jeside er hat mal zum beispiel gesagt dass und sie du kannst es zum beispiel nicht als jeside kommentiert muss es erst seit der geburt sein ja das ist ein bisschen für mich hat sich ein bisschen komisch angehört aber aber eine frage shop ja bei einem respekt wenn ich dich ein bisschen sagen wir mal zu stark angegriffen habe oder ein bisschen streng war ich will mich trotzdem entschuldigen bei einem respekt noch mal aber ich will dir eine frage stellen wenn ich etwas aus deinem buch zitiere ist das dann eine hetze ist es die alte testament oder die aktuelle nein nein ich meine wenn ich jetzt den koran wenn ich aus dem koran gelesen ja oder ich ziehe etwas aus dem koran ist es dann eine hetze nein ok warum werde ich dann kritisiert nur weil ich den islam kritisiere wenn ich jetzt den islam kritisiere und aus dem buch zitiere dann schlag die seite selber auf nimm deine hand deswegen hat die gott zwei hände gegeben und dann schlägst du dieses buch auf und schaust auf der seite und guckst ob flex recht hat oder nicht weil die meisten sagen der labert scheiße aber haben den koran noch nie aufgeschlagen nimmt das buch selber zur hand und schlag es auf und guck selber ob es da drin steht oder nicht die bibel und den koran gelesen komplett habe ich richtig komplett nicht komplett nicht ja aber man muss ja auch ehrlich sein man soll ja nicht lügen und ich sag und bin ehrlich und sagen wir nicht komplett aber das mosaische gesetz habe ich verstanden ja das habe ich verstanden da bin ich auch bald durch da darf ich immer sagen du sagst ja mit auch gewalt sachen gesagt genau das sind sachen die sind gültig bis heute ja okay gültig bis heute und bei christentum darf ich jetzt mal was sagen du kannst stellen wir stellen mir eine frage gibt es im krippen tun gar kein was nichts in der bibel alte testament sogar vielleicht was schlecht ist oder auch was also was geht es denn um was geht es denn im alten testament also wenn du schon das alte testament angreifen tust musst du auch weil ich habe das alte testament gelesen ich weiß schon um was es geht ja also das ist für mich gar kein problem weil gottes wort ist immer die wahrheit das sage ich dir ganz ehrlich mein gottes wahrhaftig und gottes wort kann man auch nicht abändern okay und jetzt frage ich dich was hast du von dem alten testament verstanden und was hast du bisher mitgenommen schon nein ich meine ich frage dich ja du sagst ja du hast den alten testament gelesen jetzt würde ich dich fragen wird dann nichts schlechtes gesagt und deswegen frage ich dich denn was ist denn für dich das schlechte im alten testament sagt du es mir und dann kann ich dir eine antwort geben das ist gar kein problem ich debattiere dich auch gar nicht um himmels willen ich debattiere dich echt gerade nicht ich will nur dir zeigen dass in der bibel das wort gottes wirklich wahrhaftig ist verstehst du deswegen sag mir ruhig was du da kritisiert was du nicht verstehen kannst und den kümmern überreden weil du sagst du sagst du sagst der islam sagt viele aggressive sachen der deutsche sachsen darauf guck mal shop shop ich küsse doch dein herz bruder darauf gehen wir gleich hin wir gehen gleich auf islam das ist kein problem aber lass uns mal bei der bibel bleiben ja du hast gerade eben was wissen wollen zwecks der bibel klein moment ist chris ist der christmasse muss ja warum kann ich die kommentare nicht lesen ist das weil ich kurz rausgegangen bin ja du hast die fehler und jetzt musst du dir die kommentare denken das aber mit menschen heute denkt ihr paar wunderschöne kommentare nette menschen hanna schreibt sie ist ex muslima gott segne dich hanna du hast beste entscheidung der ist christ und vero was schreiben die für schöne sachen heute erzähl mal shop wie alt bist du wenn ich fragen darf ich bin 18 geworden schreiben dass manchester city heute abend verlieren wird wenn man keine ahnung über andere sollte man nicht über die urteilen so dass dein urteil ist nicht in ordnung also die wie bevor gott sich offenbart hat haben sich die engel um ihn gescharrt ihr habt nur mir zu dienen und nur mich anzubeten denn ich bin euer herr das ist das was uns unser herr vermittelt hat ihr habt niemanden zu dienen außer mir und ihr sollt euch von mir niederknien ja und ihr habt euer symbol diese arabische anna die christen haben ihre kreuz unser symbol ist melektaus aber hier hat niemand was gegen jesiden gesagt mein freund für jesiden der flex hat hat mehr zu sehen ich wollte nur schaut was sagen okay jetzt bin ich wieder zurück hört ihr mich alle muslime sagen jesiden sind teufelsanbeter weil sie halt umgebildet sind es wurden völkermord an jesiden und anderen aramäern gemacht in den letzten Jahren das darf man nicht vergessen so schock und kristen wurden auch gerettet von armee schedo also habe ich aber guck mal an die sagt immer was alle mehr entristen haben sich in ladisch also 20.000 kristen armee armee könnte mir könnte mir eine könnte mir eingefallen tun könnte man diesen abo mal komplett sperren und blocken der kerl ist so widerlich und ekelhaft man ich will solche leute gar nicht immer ins team haben blockiert den mann heute nervt und kommt wieder rein weil ich kann nichts lesen ja okay alles gut alles gibt es kein töten bei uns gibt es keinen überfälle auf andere bei uns respekt für jeden egal welchen glaubens wir beten erst 72 völker dann für uns schütze die 72 völkern und so an du warst du warst schon du sagst jetzt wir waren ja erst mal so du sagst du natürlich du darfst die es macht dies mit dies mit diesem sagt ja auch es gibt auch wie ich das auch bei bei muslimen und christen auch gibt so diese verfolgung zwischen denen aber bei jesiden ist es sehr stark gebe ich auch zu aber du musst du verstehen die es findest du jetzt wenn du den koran liest okay weil im koran steht wenn du ein menschen tötet ist es so als ob du die ganze welt tüten würde ist okay wenn er doch ungültige verse was alles approgierte verse nachdem nachdem mit mecker erobert hatte gab es die sind die verse alle abprobiert worden dafür gibt es ja 929 etc kannst du dir auch mal vorlesen kennst du die auch oder kennst du nur wer eintötet hat die ganze welt getötet der is hat den islam haben die selber gesagt wir leben den islam so wie er steht aus also die haben die universität bruder ali die al asra universität hat sich gewohnt geweigert den is als käfer zu erklären weil sie jeden tag durch koran und sunnah gerechtfertigt haben sie konnten sie nicht mal zu käfer erklären sie ist das und suchen 9 vers 29 die abrogation von der suche die da gerade genannt hat ist kämpft gegen diejenigen die nicht an alle und nicht an den jüngsten tag glauben und nicht verbieten was aber das ist die alte testament das ist die neue testament niemals gesagt dass dass die muslimen gegen andere religionen jetzt aktuell noch kämpfen müssten sonst würdest du kai auch machen die preisung bis das wort gänzlicher las ist das ist das ist das ist das der letzte menschen schoss ist der menschen woher habe ich auch nicht verstanden bruder sei mir nicht böse aber das was er sagt ist ein teil des korans also haben so leicht den moslem dank kämpft gegen die die euch bekämpfen das ist unmissverständlich wenn sie euch angreifen und es gibt keine verweichlichung der suche wenn du nur einen menschen unschuldigen menschen tötest gilt es so als ob bekommst du die strafe dass ich noch die gesamte menschheit binden würdest das gilt jetzt für urban urban der kann ich leider nicht weiterlesen dieser fest ist du einen menschen so als ob du die gesamte menschheit dafür gibt es keine verweichlichung auch nicht in der zunger aber ich bin eigentlich nur wegen etwas anderem reingekommen und das würde ich gerne ganz kurz sagen und zwar hast du flex also erst mal hallo flex ich habe mir gestern dein vortrag irgendjemand ist ganz stark am legen gerade also ich habe mir gestern ein live von dir angeguckt und heute auch und hatte das bedürfnis dazu zu kommen weil du machst mir den eindruck dass du wirklich netter mensch bist aber ich fand gerade ein argument was ihr gebracht hat und das ist auch gestern gefallen der ist nicht ganz richtig nämlich das thema mit der suche 5 vers 20 mit dem anspruch für die israelis in israel der vers lautet mose wurde gesagt von allah nimm dein volk und gehe in dieses land das gehört euch und ihr werdet die menschen die dort sind wenn ihr gegen sie kämpft besiegen und das land wird euch gehören ist nicht wörtliche übersetzung sondern sinnbildliche übersetzung so daraufhin hat das israelische volk gesagt dort leben grausame barbarische menschen wir trauen uns nicht gegen sie zu kämpfen mose geht du mit seinen herren dorthin und bekämpfe sie für uns das heißt allah hat den israelis dieses land zugesprochen das ist richtig aber sie haben abgelehnt weil sie nicht den mut gefunden haben dafür zu kämpfen daraufhin im koran wird gesagt dann sollt ihr 40 jahre ums land umher irren und dieses land bleibt euch verwehrt und mose wurde mitgeteilt dass er nicht um die ungläubigen trauern soll also man muss natürlich wenn man aus dem koran zitiert das sollten auch alle muslime machen wenn sie aus der bibel rezitieren natürlich auch den kontext dazu und den vers davor und den vers dahinter tun es ist nicht schön wenn man die religion und das buch des anderen verwendet um dieses in ein schlechtes bild zu rücken das gehört okay us-la us-la dann hast du uns ja gerade eben bestätigt dass die verse sicher abrogieren nein tun sie nicht natürlich abrogieren sich die also in dem anderen vers liest du so und in dem anderen vers erklärt es so jure fünf von 20 an liest bis 25 ist es ganz genau erklärt dass ihnen das land zugesprochen wurde sie den krieg verweigert haben den kampf um dieses land und sie daraufhin diese sache ich darf ich dir was sagen us-da darf ich dir was sagen us-da da können wir da können wir drum herum herum philosophieren wie es noch geht es wird sich nichts daran ändern wenn allah sagt ja zum beispiel hannover hannover gehört dir ja dann können wir da nicht herum philosophieren und sagen ja aber wenn du das und das gemacht hättest und wenn der morgen das macht und dann nein nein wenn das klick mal schau mal wer hat dir das jetzt gerade genau den aufbau suche 5 vers 20 21 22 3 ist dein herz es wird du musst es nur das sind sieben acht neun kurze sätze ließ sie in folge du musst kein muslim sein man muss auch nicht theologie studiert haben es ist ganz einfach aufgebaut wenn du aber nur den einen vers oder zwei verse nimmst dann ist die suche nicht vollständig du musst schon die ganzen dann diesmal der diesmal suche fünf vers 20 bis 22 dann schauen wir mal ob da ein fehler ist ich kann es dir jetzt nicht vorlesen aber ich kann es dir nicht wieder ich habe kein koran dabei ich habe keine gerade griffbereit aber weiß was mir aufgefallen weiß was mir aufgefallen ist wusste sobald ich anfange die leute auf den koran anzusprechen nimm dein koranschlag ist auch wir lesen es gemeinsam jeder moslem bisher ich habe ihn nicht da ich sitze im auto ich kann nicht mehr ich bin draußen ich kann ich muss gebets was ich kann doch einmal nicht mehr ich kann es dir doch sagen ich kann es dir noch nicht wortwörtlich vorlesen gerade aber ich kann dir sagen was dort steht ich kann dir sagen allah hat also ohne quelle ohne quelle glaube ich sowieso schon mal gar nichts aber du hast doch ein computer von dir sei doch so lieb dann liefst du es mir doch vor du bist du bist in der beweispflicht ich bin gerade nicht am computer ich laufe gerade durch die ganze wohnung herum wenn du so nett das oder es hatte doch gerade urban hatte den text doch er hat den griff bereits wochen also wenn oberen lust hat kann oberen das gerne machen aber eigentlich muss oberen nichts machen weil du bist ja eigentlich in der beweispflicht du musst es uns ja zeigen es wäre ja nur nett wenn er es tun würde das gespräch hier lasst mich doch lesen suche 26 und erst 49 und wir gaben den kindern israels zum erbe aus den gärten von quellen einen vortrefflichen standort das heißt in suche 26 versen 40 ist das land des erbe des der kinder israels also was wir jetzt dass moses hin oder her das hat wie gesagt dann ließ alle verse im koran nicht die idee gefallen nein ich lese dich alle ihr doch gerade den vers 20 ja so ist ja doch bevor ich gerade reingekommen bin den vers 5 suche 20 thematisiert man das war nicht ich das wart ihr ok und ich habe den abgang von der fernsburg ich lese vor und es gibt viel mehr verringert christian herzschwester und gesagt suche 26 versen und wir gaben es den kindern israels zum erbe so mir ist egal das ist ja nicht mein thema ich küsse dein herz aber wir werden als erben des heiligen land bezeichnet besuche 26 47 da ist noch eine suche so warte ich nehme jetzt kurz vers mal den ko ich habe den koran jetzt gerade rausgeholt kleiner umblick also wenn ich ganz ehrlich bin leute eigentlich war das thema heute ich wollte ein moslem haben der mich widerlegen kann ob rebecca 3 war oder nicht und ich wollte über das thema sprechen ob jesus gott ist oder nicht ob mir ein moslem sagen kann ob jesus gott ist oder nicht aber jetzt sind wir total bei einem ganz anderen thema mario ich küsse doch dein herz bruder aber flex darf ich dich was fragen natürlich darfst du mich das war wieso du bist du bist bekennender und praktizierender christ habe ich richtig verstanden richtig ich bin jetzt nicht hundertprozentig wissend aber worauf möchtest du denn hinaus wenn solche fragen kommen weil bin ich fest davon überzeugt das mache ich nicht das war eine ernst gemeinte frage weil ich das gerne wissen möchte ich habe erst gestern abend und heute nicht zum ersten mal in meinem leben gesehen deswegen weiß ich es nicht aber ich bin doch kummer aber aber wie bist du denn jetzt auf mein profil gestoßen weil ich kritisiere ja eigentlich den islam und heute das thema weil das ding ist wir schweifen komplett ab vom thema eigentlich ist das thema heute rebecca ja weil viele deines gleichgesinnten sagen rebecca sei drei und ich möchte dass mir jemand das in der bibel beweisen tut dass der becker auch wirklich treiber und dann werde ich sofort zelle wie nach zwei drei jahren ich gehe jihad machen oder den bord hat direkt dass mir jemand das widerlegt ich mache sie hat direkt nein gestern war ja eigentlich das thema das rebecca wollten wir darüber sprechen aber es kam ja auch nicht dazu es kam nicht dazu weil wie gesagt wir sind immer wieder vom thema abgeschmissen das habe ich jetzt verstehe ich jetzt gerade nicht der becker war angeblich drei ja also drei drei jahre alt als man sie geheiratet hat und in der bibel ich weiß nicht vielleicht finden wir das dass die drei war ich weiß es nicht aber ich würde gerne ein moslem zu sagen und das sind die themen heute und ich möchte auch wirklich ehrlich gesagt bei diese themen bleiben und andere themen kann man auch gerne ein andermal besprechen das ist gar kein problem aber eigentlich ist das heute das thema ob der becker wirklich tatsächlich treiber oder nicht oder darf ich kurz kurz erklären muss der genesis 24 7 bis 49 natürlich wurde das herrn bild abrang knecht rebecca als frau für isaac kennst du bestimmte kinder und rebecca war die frau für isaac und muss ihm behaupten dass sie drei jahre alt war zur zeit der ehe was gar keinen sinn macht und wenn sie auch drei gewesen wäre was viele vergessen ist dass rebecca erstes kind nach 20 jahren ehe bekommen hat das heißt auch wenn sie wirklich drei gewesen wäre dann hat es 20 jahre gedauert bis er sie angefasst hat aber egal sie war keine drei weil wir lesen aus dem kontext dass sie gespräche geführt hat kamele getränkt hat mit erwachsenen männern geredet hat wird eine ganze herde kamele getränkt allein egal muslime behaupten dass weil wir an der muslimischen schriften zeigen können dass mohammed eine sechsjährige geheiratet hat die versuchen das mit einer dreijährigen rebecca irgendwie zu erklären also das macht das eine macht das andere nicht das ist also ich muss jetzt sagen ich würde mich jetzt an diesem gesprächsinhalt nicht beteiligen wollen weil ich muss ganz ehrlich sagen mir wäre es egal weil es nicht meine religion ist und wenn es wenn es so ist dann war es so und wenn es nicht so ist dann ist es nicht so das verändert nichts in meinem leben deswegen aber was sagst du denn dazu dass dein prophet ein sechsjähriges mädchen geheiratet wird also prinzipiell ist es so gewesen so und auch dort ist die ehe erst mit der pubertät durchgeführt worden bis zu diesem zeitpunkt war verheiratet das sagst du jetzt aber hast du beweise dafür natürlich habe ich beweise welche also also warte mal warte mal usta möchtest du jetzt das verharmlosen dass ich ja keine sechs war und dass sie mit neuen dinge dinge gemacht hat das willst du verharmlosen jetzt nein nein das möchte ich nicht verharmlosen schau mal in der zeit zu dieser zeit nicht nur im islam eine neunjährige eine neunjährige bleibt eine neunjährige europäische königshäuser haben siebenjährige frauen und siebenjährige jungen verheiratet chinesischer kaiser war vier jahre das hat damit doch den christentum nichts mit der bibel zu tun er vergleicht den propheten die europäische königshäuser waren alle christlich oder nein hier geht aber nicht du kannst es ja nicht aus der bibel nehmen und sagen so das ist unser vorbild das ist unser beispiel das gibt es einfach nicht das sind menschen die individuell sind die kranken gelüste sich nachgekommen sind aber du hast kein beleg dafür in der in der heiligen schrift das ist das so das ist der große unterschied doch klar hast du auch kein doch sorge 64 vers 4 da kannst du die tassiere dazu lesen nein 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 sekunde im koran steht nicht drinnen heirate eine sechsjährige frau und hab sex mit ihr du kannst dich aber von einer die nicht sie aufgrund ihres alters die tage nicht haben nicht scheiden also scheiden lassen das ist ja genau weil du die verantwortung für diese person trägst du musst du musst dich dann heiraten dann du kannst sie doch adoptieren hat doch im moment mit zeit auch gemacht hat er ihn geheiratet nein du darfst im islam keine person adoptieren du darfst nicht den namen aber hat er doch zeit war doch sein adoptives sohn du kannst doch nicht du darfst den propheten doch nicht als maßstab für die menschen der prophet hat auch mehr frauen als wir dürfen also ist der profil ist euer maßstab also laut koran du sollst den aller unter dem maßstab das ist interessant das habe ich auch nie gehört du darfst dich nicht also lassen wir bleiben wie mal ich möchte ich möchte zu diesem thema mal was sagen wir bleiben mal wahrhaftig bei der wahrheit okay wir werden jetzt mal ehrlich sein und die wahrheit aussprechen usta und schon alleine das vernichtet schon alleine den gesamten islam booster und weißt du warum ich erkläre es dir aus respekt ohne zu beleidigen ich sagte das von meiner sicht aus also du musst jetzt mal vorstellen ja ich bin ein prophet ich gehe zu urban und ich träume die ganze zeit von einer sechsjährigen irgendwas weil ich mir das irgendwie ein bildet was auch immer so ich gehe zu urban und dann sage ich urban hey hör mal zu urban ich habe eine offenbarung von gott bekommen dass mir deine tochter zusteht da ich will deine tochter habe ich sie steht mir zu ich will sie jetzt heiraten urban was würdest du sagen bruder ich würde genau das sagen was der vater von eishe gesagt hat abu bakr in einem hadith er hat gesagt oh mein gott aber ich bin dein bruder wie kommst du drauf jetzt doch jetzt doch aber ich bin dein bruder so in dem moment frage ich mich eigentlich was hat sich denn allah dabei gedacht dass er mit 54 eine sechsjährige das angeblich eine offenbarung gott würde niemals ein erwachsenen mann ein kleines kind verheiraten und das ist schon mal ein gesamter knockout ganz kurz ganz kurz gott würde niemals so eine offenbarung geben eine sechsjährige zu heiraten also da frage ich mich eigentlich was ist das für ein gott niemand das heißt also dann dürften wir hier neunjährige kinder einfach zu anfassen und das kind muss oder was auch immer sie muss über die reife sein und eine sechsjährige ist ganz bestimmt nicht über die reife eine neunjährige ist ganz bestimmt nicht über die reife und damit vernichtet ihr schon alleine den gesamten ist schon alleine nur mit diesen einen kleinen part ja weil ich das das jetzt so stehen lassen oder möchtest du eine antwort darauf haben du kannst du kannst du kannst es verteidigen wie du willst neun bleibt neun da ändert sich nichts daran aber bitte antworten neun jahren ist eine ein mädchen bereits in der pubertät damit hast du die reife bei manchen schon erreicht aber nicht entsprechen deswegen habe ich aber manchen mädchen bereits erreicht also würde ich jetzt mal sagen ist das jetzt erstmal das eine thema reine biologie das zweite thema in diesem jahrhundert war es mehr als üblich dass frauen oder mädchen mit zehn und um zehn herum verheiratet wurden in jeder kultur auf dieser welt also ich muss ganz ehrlich sein allah ist ein straftäter allah ist ein richtiger straftäter wenn er das erlaubt hat er ist der größte straftäter überhaupt ich bin ehrlich ich bin bitte kurz in fad al bari von ibn hadjar das ist ein erklärbuch zu say al bukhari band 10 seite 544 kannst du ganz klar lesen dass eiche mit 15 ihre periode oder mit 14 das heißt der prophet hat sie mit neu genommen obwohl sie noch nicht in der reife war das können wir lesen fad al bari band 10 seite 544 das kannst du lesen nach al hafiz in page 143 volume 13 fad al bari kannst es auch noch lesen wie gesagt man geht davon aus dass ihre periode anhand der islamischen schriften mit 14 bis 15 hat aber jetzt nehmen wir jetzt nimmst du aber eine eine erklärung dass sie mit 14 obwohl wir damals sind also obwohl es nicht meine konkret also wirklich ganz stichhaltig nicht mal einen konkreten hinweis gab waren sie dir das erste mal den geschlechtsakt durchgeführt doch es gibt einen konkreten gibt es nicht natürlich ist natürlich was den den du gerne lesen was nicht definitiv nicht weil ich die recht schule doch doch ich gehe aus buchadien es gibt ja auch so ein muslimus reichte das ja dann sagt die bitte ich bin gespannt was du mir vorlesen natürlich werde ich dir das wohl ich bin grad zwei im bett schon ein bisschen aus aber ich bin sofort also also hört ihr mich leute jetzt wieder also oster du hast vorhin gemeint so ja mit neun hat sie wahrscheinlich ihre reife schon sagen wir mal bekommen so es gibt aber es gibt aber eine überlieferungsquelle wo ganz genau aisha berichtet dass sie nicht ihre pubertät erreicht hat was sagst du denn dazu und wo soll das stehen oder kann es nicht wenn ich dir das zeige warte warte kurz wenn ich dir das zeige verlässt du den islam nein muss ich ja jetzt verteidigen uns da also unterstützen muss man es jetzt oder glaubt ich muss mich nicht verteidigen und ich muss auch meine religion das hört sich so an weil sie ja weil ihr ein gesprächsaufbau durchführt wo ihr der meinung seid dass ich mich verteidigen muss weil dir fragen stellen muss man nicht aber wir wollen die wahrheit zeigen genau die wahrheit für mich ist für mich so wie deine wahrheit für dich ist ich werde dich nicht zum islam konvertieren und du wirst mich nicht aus dem islam rausbringt da können wir monatelang reden das sollte auch nicht die zielsetzung eines solchen gespräches sein das ist auch nicht die zielsetzung aber die soll sie bereit erkennen möchtest wenn du da war machen möchtest für deine religion finde ich das schön so wie ich auch für meine religion da war mache aber guck mal du musst wenn wir jetzt das thema ayesha haben muss man das gesamtbild betrachten ayesha war für die religion für den islam eine der wichtigsten frauen überhaupt und nicht nur frauen sondern menschen weil gerade durch ihre ich sag jetzt mal verstand weil sie ein ich wir würden heute vermutlich sagen ein fotografisches gedächtnis besaß weil sie jeden text den sie gehört hat jeden satz jede suche auswendig lernen konnte und muss man sie dafür auseinander nehmen muss man dafür ein kind auseinander nehmen wenn sie intelligent ist man hätte auch ihr lehrer sein muss man ein kind auseinander nehmen warst du dabei ich habe das ich will sie doch zeigen wenn der flexer mich groß machen würde ich kann ich kann doch zeigen wie sie krank geworden ist ihre haare sind ausgefallen wo kannst du das zeigen entschuldige mal bitte das ist doch die mutter sie gemästet hat nicht das ist nicht richtig was du machst wenn doch das ist aber die wahrheit und die wahrheit müssen wir zeigen zeigen dass man ist es eben nicht die wahrheit ist also okay ich mache mich mal ganz groß und dann will ich dir nur kurz was sagen ist da also du lebst du lebst immer ein tier mit ihm aber wieder gut imam buchhari all diese ganzen imam muslim läst du die alle ab nein natürlich bist du schon hier oder bist du schiaten und so was ich bin muslim nein nein bist du schon nie oder bist du schia nein ich hab dir die antwort geben ich bin muss okay du bist koranite ok alles klar okay du bist koranite ich verstehe nein du bist koranite sonst würde ich nicht schon da sagen also bis er sollte er folgt koran und zunahe geben ihn aus der zunah wie das kind gelitten also bist du so man leute 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 es wird immer schlimmer naja okay egal was auch immer das ist eh alles quatsch selbst wenn sie die blutung gehabt hätte macht das absolut kein unterschied neun jahre ist neun jahre über was unterhalten wir uns hier das ist völlig irrelevant eigentlich neun jahres jahres neun das kann man nicht schön reden ganz ehrlich bestimmt doch aus dem kontext heraus ja in der heutigen zeit gebe ich dir recht aber selbst in der heutigen zeit kommen das ist jetzt kein angriff das ist eine feststellung ich darf das wirklich nur rein inhaltlich werden selbst in afrikanischen ländern minderjährige kinder mit 19 11 dann heute noch kulturell verheiratet weil das also ist ein maßstab auch nicht das ist ein maßstab nein es ist der maßstab der menschlichkeit ist ist aber wir reden hier von einem gefeiert gottes und nicht irgendwelche menschen noch mal nein wir reden nicht nur vom profil gottes in dieser zeit doch wir reden von selbst alles was dein profil gemacht wurden kinder grundsätzlich in diesem alter bereits verheiratet oder ich gehe runter ich gehe runter ich mache platz gottes segen euch ja flex ich danke dir vielmals für den hat hier ich komme bestimmt noch mal irgendwann bei dir rein wenn du mich rein nimmst aber ja leider mich an meine jungs wieder kümmern kein problem ich bin ich mache es ich mache es für dich alles gut okay gibt es noch etwas was du sagen möchtest oder was soll ich dazu sagen ich streitet euch wegen das zungster propheten sechsjährige geheimatet hat ja also schon jetzt einmal shop shop sei mal ehrlich zu dir selbst also wenn ich jetzt zu dir komme und ich tue die ganze zeit sagen wir mal warte ganz kurz ich muss ein paar leute blocken hier so wenn ich jetzt gabo ich küsse dein herz ich küsse dein herz für die geschenke leute wirklich wenn ich jetzt zu dir nach hause komme und ich dir sage hey ich habe einen traum ich bin ein prophet ja und allah sagt mir deine tochter steht mir zu was würdest du über mich denken ja pädophil nochmal shop was pädophil aber er hat ja nicht sie mit ihr geschlechtsverkehr gehabt das ist ja was anderes doch hatte sie hatte sie hatte hatten die doch es gibt eine überlieferungskette die das sagen sie haben mit neun wurde die ehe vollzogen du kannst du das bitte oder jetzt das kannst du nicht schönreden mit neun hatten die verkehr gehabt ja das ist ein buchadi 5133 kannst du nachgucken das kann man nicht schönreden und auch wenn nicht auch wenn nicht schon trotzdem pädophil das kann man nicht schönreden 9 ist 9 6 ist 6 9 ist 9 das ändert nichts 9 ist 9 simpel ja und ich frage die shop noch mal wenn ich jetzt zu dir nach hause komme ich sage oh ich bin ein prophet und ich habe geträumt deine sechsjährige steht mir zu ja shop wie würdest du reagieren ehrliche antwort bitte dagegen siehst du du wärst dagegen denkst du gott würde ein 54 jährigen alten mann sagen hör mal zu dieses kleine kind steht dir zu siehst du merkst du was schon genug jetzt genug es reicht jetzt und das ist die antwort und da erkennen wir schon dass der kerl kein prophet vor wir müssen hack sprechen wir müssen die wahrheit aussprechen der kerl ist kein prophet sorry und gott würde niemals sagen immer zu die sechsjährige die neunjährige steht dir zu vor allem eine sechsjährige niemals ja aber du musst so vergleichen zum beispiel ja oder das kannst du nicht schönreden das kannst du nicht schönreden sechs bis sechs ich wollte sagen wie wäre es wenn man es einfach mal annimmt wirklich man ihr habt doch alle vernünftigen verstand ihr müsst es so einfach annehmen er steht da man kann es nachlesen und es ist doch besser einfach frei raus die wahrheit zu sagen und nicht einfach ja versuchen zwanghaft was zu verteidigen wo es keine hoffnung mehr für gibt es geht nicht das funktioniert das geht nicht ja ich kann alles das problem ist ich habe den koran jetzt nicht so viel gelesen dass er sagt dass sie schon mit war mein vater sagte die hatten da kein geschlechtsverkehr das ist ja auch steht ja auch in in den hd 5133 kannst du nachlesen guck mal guck mal schock ich sag dir mal was wenn ich jetzt nehmen wenn ich jetzt in der schule gehe ok und ich schaue mir die kinder an eine sechsjährige da tut mir das herz wie wenn ich so denke ein 54 jähriger alter mann war mit so was war mit einer sechsjährigen zusammen ich als ein bär schauen wir eine sechsjährige an ich denke mir so alter was geht stell dir mal vor ein 54 jähriger richtiger bär steht neben einer sechsjährigen und dann tun die leute das immer noch verharmlosen und sagen war das war doch die damalige zeit und so na klar shop das kann man nicht schönreden ich flehe dich an shop das kann man nicht schönreden die leute die hier im chat sind die alle sagen ach shop höre ich nicht so shop der dieser flex der labert shop ich sagte ganz ehrlich ich spreche hack keine geschichten ja ja ich hab das auch schon also ich habe schon mein vater gefahrt dass er hat gesagt wir hatten da kein geschlechtsverkehr mit ihr alter das stimmt nicht dein vater will dir nur die wahrheit nicht sagen ich meine du bist damit aufgewachsen ich kann das verstehen bruder herz aber mit neun wurde die ehe vollzogen und das kann man nicht schönreden das steht in den hadisen ich denke mir ich denke mir einfach nur dabei ich denke mir einfach nur dabei was hat sich dieser buchhari oder die anderen sich dabei gedacht das zu überliefern wissen die denn nicht dass in den nächsten sagen wir mal tausend jahren dass leute wie wir an diese manuskripte oder an diese schriften rankommen und dass wir uns das durchlesen und sehen da steht ja das weiß was ich meine weil heute können wir da heute können wir das lesen richtig sich gedanken um die ewigkeit machen jetzt es geht darum dass du dich damit auseinandersetzt weil irgendwann hast du die zeit nicht mehr und dann ist vorbei dann ist vorbei dann gibt es kein zurück mehr entschuldigung dies und das du hast die möglichkeit alles zu lesen und die wahrheit zu finden du musst sie nur suchen und nicht auf eins beharren weil man die das eingetrichtert hat ganz ganz kurz wartet mal wenn ich das richtig verstehe ich komme gerade hier rein oder habt ihr was gegen den islam oder so oder warum schießt die ganze zeit über den islam ich höre die ganze neunjährige 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 dies das kommen die jetzige zeit warum wo ist das klar wo ist das wo ist das problem jetzt das problem ist wenn es so ist dann ist das jetzt sowas machen früher war es ganz anders eine neunjährige war früher wie eine 18 19 jährige nicht wie eine neunjährige krankes gedanken so ganz kurzen leute gott segne ganz kurz ganz kurz diskutiert hier mit leuten die nicht mal argumentieren können wie zb dieser shop wie zb dieser team wie zb dieser christ unter mir und dann holt sich die leute hoch die christen sind dann wird sie über den islam machen wohin mit dir dieser ganze chat ist behindert tut mir leid aber das ist die wahrheit du schreibst du was erzählst denn damals respektlos redest du und du hast davor nix eine ahnung mann ganz kurz liebe leute der soll der soll reden wir hören den an bitte ich kann auch so gerne reden die musik wie die anderen leuten hier wenn ihr den islam beleidigen ich kann auch euremütter gehen herrwander was seid ihr für kinder benötig mal ganz gut ganz kurz leute lassen wir haben gemacht verstanden wie oft wird das doch wiederholen tor haben wir uns verstanden lasse ich lass ihn hoch ganz gut leute weg so ist denn wieder hoch du ihn bitte wieder hoch so leute wolkan grüße dich ich will auch deine meinung ein bisschen hören aber bitte nicht beleidigen sondern sachlich argumentieren ach quatsch keine beleidigungen auf gar keinen fall alles gut mal bist du den typen schon mal ein voraus der gerade hier war aber was ich sagen würde also macht was ihr wollt jeder macht was er will aber was ich euch als ratschlag geben würde ist dass wenn ihr was für eure religion tun möchtet dann fangt an über eure religion schönes zu verbreiten und die andere religion über die ihr schlecht genau jetzt gehst du erstmal runter und hörst mir jetzt gut zu mein freund erstens wenn wir hier etwas kritisieren dann machen wir das auch wenn wir über etwas reden wollen machen wir das auch hier wie wir wollen so wenn dir das nicht passt und ich erwähne das nochmal wenn dir das hier nicht passt wenn dir diese channel nicht passt du musst hier hoch gehen da wo meine hand ist du klickst auf flex und dann drückst du auf diesen button weiß wie dieser button sich anhört das heißt sperren und du siehst mein stream nie wieder du gehst hier hoch bei flex und drückst auf flex sperren und du wirst nie wieder mein stream sehen wenn dich das ja so stört entweder ihr kommt hier hoch ihr seid normal ihr seid respektvoll ganz einfach wohl kann du musst dir diesen stream nie wieder geben du gehst hoch bei flex vulkan ich küsse doch dein herz ja du gehst hoch und gehst auf sperren das war's du musst nie wieder ein stream von flex sehen und bruder ich sag dir ganz ehrlich wenn du wieder zurückfliegen willst oder ich küsse dein herz mann ich zahl dir sogar ticket kein problem ich sag der ganzen community die leute wir spenden alle ein euro und dann buchen wir dir ein one way ticket back to the roots mit der schienbein mit der schienbein von aller auch noch mit dazu was ich ja natürlich im blößen und auch fliegen kann habe ich auch kein problem damit ein volkan du warst okay alles gut du hast nicht beleidigt aber danke flex für deine schulung jetzt haben wir alle gelernt wie das geht ganz einfach ich weiß ich frage mich eigentlich warum gibt ihr euch diesen stress eigentlich entweder ihr kommt rein hört euch diese quellen an dann schlagt ihr diese quellen selber auf und guckt danach und dann könnt ihr sagen und dieser flex hat wirklich recht es steht da drin aber hier rein zu kommen und irgendwie zu meinen zu müssen das stimmt aber nicht und noch eine neunjährige oder eine sechstin zu beleidigen mann und zu sagen ist beleidigend normal also ganz ehrlich also liebe brüder und zuerst einmal guten tag an alle hier auch an den stream natürlich flex darf ich ein bisschen was dann dazu beisteuert der schreibt der schreibt eisgalt ich bin zu schlaufe das machen das macht nichts flex zum volkan zum volkan und zum oster und noch ein paar andere ich habe da auch noch mit gehört ich habe ein bisschen mitgehört liebe leute es heißt immer damals waren die mädchen reifer um dieses und jenes okay erstens einmal bestimmt das nicht aber das macht ja nichts lieber shop doch genau hin ich lese mal auf sache ich buchhari 5133 vor das ist sei das heißt dass jeder das muss jeder muslim akzeptieren also heute hier erzählt eisgalt leute leute ganz kurz ganz kurz heute habe ich was neues von 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 muslime gelernt ja ab jetzt sind neunjährige kinder wie 18 dankeschön für diesen zirb jetzt weiß ich bescheid alles klar ganz kurz recht ich will hier etwas aufklären dann gehe ich wieder runter hier erzählt eisgalt hier erzählt dass der prophet sie heiratete als sie sechs jahre alt war pass auf mein lieber shop und er seine ehe vollzog als sie neun jahre alt war und dass sie dann neun jahre lang bei ihm blieb das heißt bis zu seinem tod so das ist nun mal ein fakt das steht in der in euren schriften liebe muslime dafür können wir nichts aber gott sei dank dass diese fakten festgehalten worden sind und dies auch vorzeigen können erstens zweitens es heißt immer die mädchen damals waren viel reifer wie jetzt wie ich kann euch etwas vorlesen ganz kurz liebe leute wann war jesus noch mal 600 jahre vor mohammed jetzt sage ich euch woraus ich lesen werde aus markus evangelium 5 ab vers 40 oder ja genau das kind ist nicht gestorben es schläft nur da lachen sie ihn aus er aber schickte alle hinaus und nahm außer seinen begleitern nur die eltern mit in den in den raum in dem das kind lag er fasse das kind an der hand und sagte zu ihm paleta rum das heißt übersetzt mädchen ich sage dir steh auf sofort stand das mädchen auf paleta heißt eigentlich kleines kind das ist aramäisch paleta rum kleines kind stehe auf sofort stand das mädchen auf und ging umher es war zwölf jahre alt es war zwölf jahre alt meine lieben freunde 600 jahre vor mohammed hat christus ein mädchen von den toten zurückgeholt und er sagte zu ihr triefer talita stehe auf das heißt kleines kind kleines mädchen kein kleines mädchen stehe auf das heißt 600 jahre vor mohammed waren zwölfjähriges mädchen immer noch ein kleines kind und 600 jahre nach christus heißt es bei mohammed waren die neunjährigen schon 18 diejenigen die darüber sprechen ja wie wir wir lesen das was da steht ja wir rezitieren das und die beleidigen uns dafür das ist so ganz kurz am jahrt was können wir denn für dich so mein lieber oder den beruf oder ich habe nur respekt so also ich liebe christlich liebe alles brauche handel mussten aber aber ich habe bedarf doch was reden bitte du darfst reden keiner keiner greift dich an solange du respektvoll bist wurde ich noch ein respektvoll wurde bei mir im islam wurde wir akzeptieren alle religion auch egal was aber bruder er muss auch ein bisschen und so akzeptieren ich habe nie ich habe nie gesagt dass ich leute wie dich nicht akzeptiere habe ich nie gesagt ich weiß aber alles gut oder aber aber da möchte ich dir etwas mitgeben du als person mit dir habe ich kein problem alles ich weiß ich habe dir kein problem aber ich muss aufklären ich muss aufklären das heißt also wenn meine brüder und geschwister in die irre gehen dann muss ich hier sachen aufklären wie rebecca war drei mosaisches gesetz ja gott sagt tötet alle nein 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 ich muss aufklären weil wenn ich das nicht mache denn laufen alle in die irre ich habe eine nachricht bekommen bruder ihr redet über den islam deswegen wobei mir ich habe respekt vor das ist wenn man sich vor augen führt dass ihr das als schlecht interpretiert wenn man einfach nur daraus vorliest das müssen wir überlegen also man kann uns ja nicht sagen wir reden was erfüllt oder labermüll wenn wir einfach nur aus euren quellen lesen das ist doch irgendwie ein bisschen parat also uns sagt man wie wir lügen oder oder hass vor allen dingen oder aber wenn ihr das selber liest ja in dem ihr keine ahnung einmal im jahr den koran liest für euch selber zum weiterbilden etc dann ist das was ihr sagt ist das ist okay aber wenn wir das sagen ist es nicht okay aber egal wie es findet es steht da drin also ist das also oder da müsste man die polizei hinschicken alter also bei einem respekt das ist das gefährlich wenn einer das sieht du sagst du sagst ja er war ja mit hat mit einer sechsjährige geheiratet habe ich recht und sagt sie hat mit neun schon mit ihr schon was gehabt habe ich recht mit neun mit neun wurde die ehe vollzogen genau was heißt denn mit neun wurde die ehe vollzogen also ich bin ganz ehrlich wenn ein mann ein 54 54 jähriger bär richtiger haiwan ja und seine hand nach oben zeigt allah so und ein 54 jähriger alter mann und dann vergreift er sich in einer neunjährige und vollzieht die ehe mit ihr mit neun was heißt das ist eine lüge wo das eine lüge was nein das ist keine lüge das steht in den handysen ganz kurz ganz kurz am statt schau mal ich lese es dir ich lese es dir gleich vor oder von wohnen aus oder von wofen wo liest du das aus sache sachen albukhari 5133 und meine beweise wurde absolut recht und das ist legitim du willst du willst den beweis der wird geliefert hast du denn da lieber ich habe hier ich habe mich alle beweise aber das problem ist leute ich muss ich muss in zwei drei minuten kurz war ein mauer und geht macht ganz kurz groß alles gut ich mache sich ganz kurz groß oder sich getrunken und einkaufen gehen ich hätte schon mal weg ich wünsche gottes segne an wir sehen und hören ich sage ich albukhari 5133 alles gut wo das ist obwohl er sagte nur eins wo es gibt manche manche wurde die lügen wohl schreiben das alles lügen das ist authentische ganz kurz ganz kurz es geht nicht nur um den sage ich albukhari es gibt sehr 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 viele gelehrte von euch hojas und und shakes du kannst sie auch in youtube anhören und anschauen gegeben ist absolut eins zu eins wieder aber darf ich kurz was sagen bruder ja aber ihr müsst mich auch akzeptieren soweit du würdest mir rein also respektvoll oder sagte nur eins guck also mit uns ist labora wir akzeptieren alle religionen das ist meine bruder und dann ist ganz genau abend schaden nein auch auch das akzeptiert ihr nicht nein das stimmt auch nicht ich wollte gerade sagen es gibt oder also guck du weißt proletzte religion ist der der islam nein das ist religion nein wir glauben nicht daran ganz kurz ganz kurz mein lieber ich sehe du hast nicht viel gelesen das ist auch normal was auch sehr viele kristen lesen der heiligen schrift nicht also ich kann alles lesen wo das hier steht hat ist am hamad bin wenn du das hat hat sie sind da die fahren wo ich kann arabisch diesen wo ich mir selber habe ich lesen dann ließ uns das mal vor was da steht das mal ein bisschen nach hinten man kann das wohl nicht alles lesen ganz kurz jetzt kann ich jetzt kann nicht komplett sehen oder wenn du dein stream gleich beendet hast rufen mich bitte an sehr sehr wichtig ok 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 leute weil ich bei ende sowieso jetzt auch mal den menschen noch mal flex ja das erwischt nicht lesen ja leute das können wir gleich machen ich muss sowieso den stream beenden leute leute ich küsse eure herzen und leute bis nachher weil ich muss jetzt sowieso kurze aufhören ich muss kurz weitermachen ist ein quark nicht einzukaufen ich mache ich mache ich küsse eure herzen leute bis später bis später bis später ja